Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ganz kurz, damit das auch jeder versteht, eine wichtige Information. Diese Folge wird auf dem Heideltraut-Kanal laufen. Wenn ihr die Folge gerade seht, lasst mal gerne einen Däumchen, da würde mich sehr freuen. Und ihr wisst ja, jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag streame ich immer GTA Roleplay auf meinen Twitch-Kanal. Der Twitch-Kanal heißt Heideltraut. Falls ihr den noch nicht kennt, lasst gerne einen Follow da. Und es ist so, dass die letzte Folge, die wir hatten, nicht auf Twitch bzw. auf YouTube landet. Aufgrund der Tatsache, dass wir auf einer Party waren mit dem Walter Weiß. Und auf dieser Party wurden Songs gespielt, die ein Urheberrecht haben. Und Twitch hat zum Beispiel diese Songs im VOD gemutet. Also die Parts von dem Song. Deswegen, wenn ich die auf YouTube hochlade, ist es so, dass ich direkt einen weltweiten Strike auf dieses Video bekomme. Aufgrund des Urheberrechts. Deswegen habe ich euch das VOD gespeichert. Und ihr könnt euch dieses gerne ohne Probleme auf Twitch angucken. Aber wundert euch nicht, wie gesagt, wenn die Stellen gemutet sind. Diese Folge wird es halt nicht auf YouTube geben. Aber diese Folge gibt es auf YouTube. Oder beziehungsweise diesen Stream. Und dieser Stream ist heute vom, ich kann es euch sagen, ich werde das jetzt immer hoffentlich zu Beginn des Streams sagen, 27. Oktober. Also von gestern. Also wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt, ja? Nicht, dass ihr ein bisschen durcheinander kommt, was ich hier laber. Und ganz kurz, die letzte Folge ist gar nicht so storyrelevant, außer dass der Walter Weiß die Frau Morell, ne, die Frau Lopez und den Herr Kohn und die beiden Kohn-Brüder im flagrant Team Haus erwischt hat. Mit, mit einer Fliege und einer Leoparden-Boxer-Shorts, falls ihr es nicht gesehen habt. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Und der Carsten und der Weiß, die haben sich die ganze Zeit nur geprügelt. Also war auf jeden Fall schon lustig. Das war's. Ja? Das war's. So, macht es euch bequem. Genießt den Stream. Und Chrisl, haut hier ein Sub rein. Da bin ich wieder XD. Danke für drei Monate. Ähm, wenn ihr es auf YouTube guckt, bitte ich euch, auf dem Heideltraut-Kanal unbedingt die Glocke zu aktivieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt. Und auf meinem Hauptkanal, dem Afuyu-Kanal, also der Heideltraut-Kanal, ist der Stream-Kanal. Also da werden alle VODs hochgeladen. Ähm, uncut komplett. Und auf dem Heideltraut-Kanal, äh, auf dem Afuyu-Kanal werden halt so Gameplay-Videos einfach hochgeladen, die so 10, 15 Minuten sind. Zum Beispiel Call of Duty. Könnt ihr euch jetzt in der Playlist reinziehen. Drei Folgen sind zu diesem Zeitpunkt schon da. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, gerne reingucken. Und noch eine ganz kurze Sache. Vielen Dank für die ganzen Subs. Im letzten Stream, ähm, war das unfassbar krank, was da abgegangen ist. Also, äh, ich hab geguckt in der Statistik. Ich habe mit dem letzten Stream 200 Subscriber bekommen. Oder Re-Subs und Sub-Geschenke. Und so, dafür wollte ich mich nochmal bedanken, weil das absolut nicht selbstverständlich ist. Und das war ziemlich krass. Wir halten die 2000 Subs in einer Tour. Also ihr kämpft immer gegen den Sub-Drop an. Das ist sehr lieb für die Unterstützung. Ich wollte nur mal sagen, das sehe ich nicht als selbstverständlich an, was ihr hier immer reinhaut. Und, äh, wie ihr diesen Stream hier supportet und so. Und wie ihr dafür sorgt, dass ich meine Träume verwirklichen kann. Das ist alles nicht selbstverständlich. Aufgrund der Tatsache, weil ich bin ja letztendlich nur jemand, der hier sitzt und ein Videospiel spielt. Und, ähm, ob das letztendlich eine Sache ist, wo ihr sagt, yo, das hast du verdient, Dennis, oder nicht. Das könnt ihr, das überlasse ich euch. Aber, ähm, ich bin euch, wie gesagt, für alles dankbar. Und ich bin auch den Leuten dankbar, die ihre Zeit investieren und einfach diesen Stream hier gucken, ohne irgendwas dafür zu tun, ja. Das wollte ich nochmal ganz kurz loswerden. Also ich will nicht, dass ihr, ähm, ich will nicht, dass ihr alles hier selbstverständlich seht. Oder, äh, dass ich alles selbstverständlich sehe. Sondern ich bin einfach sehr dankbar. Und, äh, was in diesem Video, die hoffentlich auch noch passieren wird. Wir werden jetzt nicht nur GTA-Royplay spielen, sondern nach GTA-RP werden wir die Story von Call of Duty Modern Warfare anfangen. Da bin ich auch sehr Hype drauf, weil der Chat hat gesagt, Dennis, spiel das unbedingt! Ja, ich freue mich sehr, sehr drauf. Und, ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt. Und ich finde es krass, wie viele Leute inzwischen meine Streams gucken. Ich habe immer so im Schnitt 1500 bis 1700 Zuschauer auf Twitch. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür nochmal an euch, dass ihr das alles möglich macht. So, das wollte ich nochmal ganz kurz loswerden, weil mir ist das wichtig. Und, ja, ähm, so, macht es euch bequem, Leute. Bei 2500 Subs, wenn wir die irgendwann erreichen sollten, kommt der nächste 12er GTA-RP-Stream. Da dreht ihr erstmal die Scheibe weg. So. Auf zum LSPD! Auf zum LSPD! Raus hier! Mein Karel ist hier, ja? Schön. Boah, also, meine Frage, ne? Ey, Sven Heller, Alter. Nice, dass du deinen Sub von Futzelmann verlängert hast. Vielen, vielen Dank dafür, Mann. Ähm, ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, ganz kurz. Letzter Punkt. Ich bitte euch, weil das viele immer wieder fragen. Wann kommen denn die Streams? Warum streamst du denn schon so früh? Weil heute habe ich um 16 Uhr schon angefangen zu streamen. Eigentlich einmal um 18, 19 Uhr. Jeden Mittwoch, äh, Freitag und Sonntag. Ähm, bitte checkt gerne Twitter ab. Also Twitter, da heiße ich, äh, Dennis Wert, Unterstrich. Checkt gerne Instagram ab, da heiße ich mal FU-U-LP. Oder Facebook, da heiße ich auch mal FU-U-LP. Lasst gerne überall dort ein Follow da. Dann kriegt ihr mal eine Benachrichtigung. Oder hier auf Twitch ein Follow lassen. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wann denn der Stream stattfindet. Oder ob mal ein Mittagsstream stattfindet. Oder ob mal, äh, random irgendwas ist. Oder wie immer ein anderes Game zocken. Oder bei Instagram, was ich so in meinem Alltag mache. Zum Beispiel, wenn ich, äh, mit der Alex unterwegs bin oder so. Könnt ihr alles gerne machen. So. Wo riskiert denn jetzt ein Bann? Hm? Wo riskiere ich ein Bann? Wo riskiere ich ein Bann? Ja, das ist ja interessant. Wüsste ich jetzt nicht, was ich, äh, wo ich einen Regel, äh, Verstoß begangen habe. Aber gut. So. Habt ihr alle die Uhr umgestellt, Leute? Findet ihr eigentlich Sommerzeit und Winterzeit? Wie steht ihr dazu? Also ich find's halt, hm. Wir müssen echt mal tanken gehen, ne? Bin ich jetzt wieder in der... Ja, okay. So, um 20 Uhr haben wir heute einen sehr wichtigen Termin. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Der Walter Weiß wollte fürs LSPD einen Anwalt. Oder zwei Anwälte, den Herrn Palmer. Das wurde von einem Richter abgelehnt. Wurde echt abgelehnt. Mit der Begründung, äh, dass das, äh, dass der Staat, ja, eine allgemeine Ausschreibung für Anwälte gegeben hat. Und, äh, nicht möchte, dass das LSPD einen eigenen Anwalt bekommt, sozusagen. Sagen. Ja. Ähm, ich finde das mit Streaming-Lizenzen auf GTA-RP-Servern total bescheuert. Und ich finde das auch bescheuert, dass einem vorgeschrieben wird, dass man, ähm, den Namen im Titel haben muss. Ja? Also sag ich euch ganz ehrlich. Der Streamer kann das immer letztendlich selber entscheiden. Sorry. Und als Streamer supportet man doch irgendwie den Server, oder? Dann sollte man den Streamer jetzt nicht so die Werbung aufzwängen. Wisst ihr, was ich meine? Wie seht ihr das? Sehr schwache Argumentation von mir, von mir. Schwach. Was war jetzt daran schwach? Also, ich finde, ich finde, ähm, man möchte, ich glaube, man möchte damit den Server natürlich weiter pushen, was ich verstehe. Weil jeder Streamer soll einen Streamer-Titel eben haben. Damit die Leute nicht im Chat immer fragen, was das für ein Server und so. Aber ich finde es schwierig, dass das einem vorgegeben soll. Allerdings muss man sagen, die haben diesen Vermerk ja schon wieder entfernt. Und deswegen, äh, weiß ich jetzt nicht, warum man da so drauf rumreiten muss. Ich glaube, das war einfach eine dumme Idee. Die hat man, daraus hat man seine Schlüsse gezogen, indem Streamer gesagt haben, das ist dumm. Und dann hat sich die Sache ja erledigt. Oder? Also man muss da jetzt auch nicht ewig drauf rumreiten. Ich finde nur, es gibt eine sehr, sehr große Sache, die mich bei Nameless immer noch sehr stört. Okay? Ich sag dir euch, dass meine Brille dreckig ist und ich die jetzt gleich sauber machen gehen muss. Ähm, mich stört tatsächlich, das sag ich euch, wie es ist, ist, dass es immer noch kein gutes Polizeisystem gibt. Und wie viele Monate spiele ich jetzt auf dem Server? Drei. Und am Anfang, als ich auf den Server kam, hat man gesagt, es kommt jetzt. Finde ich dumm. Sag ich euch, wie es ist. Aber ich muss mir meine Brille saugen, sonst sehe ich nichts. Das tut mir leid. Ich bin sofort wieder da. Ein Polizeisystem würde dafür sorgen, Du benutzt doch deren Produkt, wenn das deren Bedingungen sind, ist es halt so. Nö, das ist eine Quatsch-Argumentation. Das ist ein sehr großes Quatsch. Eine sehr große Quatsch-Argumentation, die du äußerst. Sobald ein Server einem das aufdrückt, was man zu tun und lassen hat, also außer sich ans Regelwerk zu halten, aber was man in seinem Streaming-Titel und so reinschreiben soll, finde ich das sehr, sehr kritisch. Streaming-Lizenzen, wenn ich das schon höre. Aber gut, das hat nämlich das ja nicht. Also nicht, dass ich wüsste, oder? Ich habe jetzt nichts von Streaming-Lizenzen mitbekommen, also. Es wäre, aber wäre das so schlimm, einfach den Namen da reinzuschreiben. Ja, ist es. 119 Dollar für 85 Liter. Das ist deine Meinung, aber es können ja andere auch andere Meinungen sein. Ich finde das schon okay. Ja klar, jeder kann eine Meinung haben, aber ob die Meinung dann letztendlich die richtige ist, ist halt die Frage. Logo einblenden finde ich zum Beispiel ziemlich übertrieben. Los, steht da ein Auto auf der... Ah, das kann dieschen sein. Gott, was ist denn hier passiert? Äh, ich gehe mir noch ganz kurz was zu essen holen, glaube ich. Und noch ein bisschen Auto fahren. Aber man muss nämlich jetzt nicht schlecht werden. Also ich finde das Server solide. Aber ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass ein internes Polizeisystem endlich mal kommt. Aber gut. Ich sage dazu nichts mehr. Äh, TW33K2201 TW33K2201 Danke für 8 Monate. Ich finde nur, dass sich Staatsanwälte und so und Cops nicht beschweren sollten, dass keiner Akten machen will, weil keiner Bock hat, 100 Mal rauszutappen. Zeige ich euch, wie es ist. Ja, aber wenn ein Streamer auf einem Server spielt, macht man im Grunde ja eigentlich schon Werbung, weil die Leute im Chat fragen, was ist das für ein Server. Siehst du ja, der Werbeeffekt ist ja da. Tweak. Oh, sorry. Sorry, mein Digga. Danke für dein Support, Mann. Ach, ich bin gewohnt, dass man links geht. Wann kommt der Lucky Five? Dann, wenn es so weit ist. Also Suppen sind eigentlich das Sinnvollste hier auf dem Server, ne? Aber eigentlich auch Fail immer, wenn man so viele Suppen bei sich hat. Fruit Sugar. Danke für 17 Monate, Allah. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön für dein Support. Dankeschön. So, dann mal ran an die Buletten. Wir haben letzten 25.000 Dollar bezahlen müssen, aufgrund der Tatsache, dass wir uns ein sehr teures Haus gekauft haben. muss man mal wieder Miete bezahlen. Und, äh, wir müssen jetzt auch gleich noch... Ah, warte, das kann ich jetzt eben machen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz was. Bietet sich eigentlich gerade an. Was ich wegen dem Schafter mal gucke. Wir haben 18.50 Uhr, ja, das sollte ich hinkriegen. Schafter V12 für das LSPD. Mal ganz kurz da hinfahren. Aber das mache ich ja beruflich, ne? Ne, warte mal, wenn ich jetzt privat da hinfahre, wäre ich dumm. Ich fahre da jetzt schön im Dienst hin, weil das, äh, ist ja beruflich und ich brauche Geld. Nicht hier drin. Ist da gerade ein Auto vor? Wir wollten das ja eigentlich mal benutzen hier, um, äh, die Detektive ein Zuhause zu geben. Was ist denn das Motorrad? Okay, dann muss ich gleich mal wieder hier hinfahren. Alleine fahre ich da jetzt nicht hin. Bin ja nicht bescheuert! Ach komm, Dennis, als ob du nicht weißt, was das ist. Ich weiß nicht, ich weiß, dass das eine Wäscherei ist. Ich weiß nicht, was da drin ist. Was soll da drin sein? Da stand ein Motorrad davor. Aber gut, dass du weißt, was da drin ist. Schön. Und dass du direkt von mir erwartest, dass ich das auch weiß. Manchmal frage ich mich, ob ihr ein bisschen dull im Kopf seid. Vielen Dank, sag ich jetzt schon mal. 20.000, Dankeschön. Vielen Dank, Leute. Warum ist das Funkgerät eigentlich nicht im Polizeimenü? Naja. Äh, 5, nee. 7, 2, 5. Punkt 1, 2, 5. 99 Funkcheck. Check. Abgeschlossen. Ja. 3, 4, 3, 4, 2, mal wieder wie Nios. Tag, wie geht's Ihnen? Gut, und Ihnen, Herrn Weiß. Wunderbar. Ja, Valeska, ist irgendwas passiert, was ich wissen muss? Nö, tatsächlich weise nicht. Okay, ich bin mal ganz kurz fürs Erledigen und gleich wieder da. Ich bin im Funk, ja? Okay. Leitstelle hört Sie. Benötige Halter, Frage, Kennzeichen, LS, 4, 2, 6, 4, 2, kommen. Fahrzeug gehört einen David Walls, kommen. Super, starten, Streife 3, Ende. Game Dude, wo soll ich mir das Stummgewehr denn hinstecken? In die Arschritze? Man spielt das ja nicht aus. Hoffen wir, dass jemand vom Auto aus da ist. Reitstelle hier, Streife 2, kommen. Leitstelle hört Sie. Einmal eine Personenabfrage. Ähm, Maddox Knight, kommen. Also verstanden, Knight? Ich weiß nicht, ob das Gelände war. Habe ich ja gerade gesagt, Game Dude, da spielt man nicht aus. Gegen den Kernen liegt nichts vorkommend. Diese Waffe habe ich ja gerade nicht dabei, verstehst du? Äh, so verstanden. Die liegen in meinem Auto. Streife 2, Ende. Guten Tag, Sir. Einen wunderschönen. Äh, hätten Sie kurze Sekunde in Ihrem Büro? Äh, ja. Kommt einmal. Wunderbar. Schön haben Sie es hier. Ja, haben ein bisschen umgebaut. Mhm. Seh schon. Ja, der Laden selbst reichte nicht für die Stellfläche und, äh, dann habe ich gedacht, müssen wir ein bisschen um. Ja. Perfekt. Ähm, ich würde gerne eine Bestellung bei Ihnen aufgeben. Ähm, im Namen des NSPDs. Und das ist bitte auch vertraulich zu behandeln. Ja, Sie sind der Einzige, der das jetzt weiß. Okay? Okay. Ja. Einen Schafter V12. Ja. Kostet? Äh, Sekunde. Der liegt bei 195.750 Dollar. Okay, gibt es für das LSPD einen Rabatt? Jetzt nicht speziell für das LSPD, aber Standardrabatt, wo ich jetzt sage, wo ich einen Kunden jeweils gewähren würde nun mal, also 190 könnte ich Ihnen da anbieten. Okay. 190.000. Gut. Genau. Dann machen wir 190.000. Ich meine, ich habe ja auch viele Fahrzeuge schon bei Ihnen gekauft, richtig? Das ist korrekt. Jawohl. Okay. So, dann trage ich... Ja. Ähm, da das ein Staatseigentum ist, würde ich das gerne bezahlen, wenn, ähm, Sie das Auto hier haben, dann müssten Sie damit zum LSPD kommen, ja? Und ich müsste Ihnen das Geld vor Ort überweisen, weil wir reden hier von 190.000 Dollar. Wir reden ja nicht von... Äh, ja. Ja? Kann man... Kann man so handhaben. Ähm, ist Dienstag da? Sprich, ähm... Ja. Wird so am Dienstag, ich weiß nicht, ähm, wenn Sie dann dazu erreichen sind... Haben Sie Mittwoch auch Zeit? Mittwoch? Ja. Ja, ja, ja. Hätten Sie Mittwoch gegen 21 Uhr Zeit? Äh, ja. Das kriegen wir hin. Okay, können Sie mir nochmal Ihren Personalausweis geben, Sir? Nicht so ungut, aber ich muss das leider machen, weil, wie gesagt, Sie sind der Einzige, der jetzt von dieser Bestellung weiß. Äh, äh, ja. Sekunde. Ja. Herr Jackson, okay. Okay, dann Mittwoch um... Bitte schön Ihren Ausweis. Mittwoch um 21 Uhr. Kommen Sie einfach zum LSPD mit dem Fahrzeug, Sie stellen uns einfach davor. Ähm, dann... Muss ich nicht gleich die Sprache verschlagen. Oh, Entschuldigung. Äh, alles gut. Bitteschön, Ihr Ausweis zurück. Ähm, jawohl. Dann am Mittwoch um 21 Uhr kommen Sie einfach mit dem Fahrzeug vorbei, ja. Ich zahle Ihnen das Geld aus und überweise Ihnen das direkt auf Ihr Konto und dann haben wir den Deal ja direkt durch, ja? Alles klar. Jawohl. Herr James, dann wünsche ich Ihnen was, ja? Nee, wie war es? Jackson heißt nicht? Jackson oder James? Ja, James ist mein Vorname. Jackson, der Nachname. Okay. Dann bis, äh, Mittwoch, ja? 21 Uhr. Alles klar. Frank, vielen, vielen Dank, Mann. Dankeschön. Wie mein Subcounter aktualisiert sich nicht mehr. Ah, ich weiß auch warum. Müssten jetzt eigentlich deutlich mehr sein als 2092. So, wenn jetzt, ähm, dass er in der Stadt die Runde macht, dann wissen wir ja, wer die Quelle ist. Äh, äh, äh. Haben wir schon 2100? Ne, 2086. Äh, äh. Okay. Ich finde das immer krass, dass viele Leute so super krass fahren. Ich finde das immer irgendwie doof. Oder? Nein, da kann man keine Sirene einbauen. Leute, ihr habt noch nie GTA 5 gespielt, ne? Da müsste man das Fahrzeug modden. Pff. Äh. So, 2086. Ah, okay, ist runtergegangen. Subcrop. Die Kroketten hat auch im Blaulicht. Ich weiß. Vielen Dank nochmal, dass ihr mich daran erinnert. Ich weiß, Leute. Aber das Fahrzeug hat einen anderen Zweck. Das ist so ein, wenn wir zur Staatsanwaltschaften müssen, wenn wir mal ein Undercover, wenn wir irgendwas haben, dann brauchen wir dieses Fahrzeug. Und das ist auch nicht für das LSPD. Das ist nur für den Chief und den Assistant Chief. Ja. Ja. Leitstelle für die 99 kommen. Leitstelle hört Sie? Ich bin jetzt kurz für 5 Minuten an der Wäscherei gegenüber des LSPDs, wenn Sie über die Brücke fahren. Wenn Sie in 5 Minuten nichts von mir hören sollten, schicken Sie bitte Streifen dorthin. Leitstelle verstanden. 99 Ende. Eigentlich wollten wir das doch nutzen. Wer haust denn hier? Aber geil geradeaus. Alter, der Walli und sein Fahrzeug, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist das alte Lucky 7 Gebäude. Äh, Lucky Fight. Ne, Lucky 7 Gebäude. Erinnert ihr euch? 3, 4, 3, Code 1. Wird hier eigentlich leer stehen sein, das Ding hier. Ist es auch. Ist doch noch, Leute. Mal ganz im Ernst. Was wir damals hier die Pläne geschmiedet haben. Haben wir uns hier so hingesetzt. Dann haben wir geplant. Aber leider GTMP. Wo dann immer so dicke Deesings waren und so. Ach, das waren noch Zeiten, Mann. 3, 4, 3, Code 2, Nähe, LSPD. LSPD. Ganz besondere Stimme. Die besten Pläne der Welt. Ja, auch wenn sie schief gegangen sind, waren sie trotzdem cool. Leitstelle für Streife 3 kommen. Leitstelle hört sie. Für die Gehaltsabfrage, Kennzeichen 100, 100. Können das Fahrzeug am Schluss? Kommen. Das Fahrzeug gehört einen Hector Hernandez kommen. So verstanden, Streife 3 Ende. Ähm, Streife 3, wo sind Sie? Streife 3 Status. Wiederholen. Wo sind Sie? Wo haben Sie das Fahrzeug? Status? Äh, nee LSPD zwischen LSPD und Stadtpark. Senden Sie mal bitte einen Dispatch. Kommen. Kann ich so nicht sehen. Können Sie mich... Kommen Sie mal zum LSPD bitte. 99 Ende. Sind mitten in Kurzweidermach fahren wir LSPD an. Äh, so verstanden. Die Leitstelle hört Sie? Ich benötige eine Halterabfrage für das Kennzeichen LS98716. Kommen. Das Fahrzeug gehört einen Juri Wolkow kommen. So verstanden. 99 Ende. Einen wunderschönen... Ach so, da rein. Guten Tag. Wäre gut, wenn Sie das... Ja, wunderbar. Hehehe. Wer fährt uns denn dahinter? Weiß ich nicht. Äh, wir sind aber nicht die Streife, die Ihnen gefunkt hatte, ne? Ach so. Würden Sie einfach nur kurz hinbringen, weil das eh direkt ums Eck ist und wir da waren. Moin geht's. Äh, zum Dispatch den letzten. Sehen Sie den? Die 99. Äh, einmal. Ich losse dich, Kang. Okay. Die 99 hört? Vorne links. Der Herr Mapse Bräuner wartet hier auf Sie. Er sagt, er hätte 19 Uhr einen Termin kommen. Äh, ich bin in 5-10 Minuten dort. Und direkt wieder links. Kommen. So, was ist das? Ja, ja. Hier. Hallo, weil du weißt. Ja. Das ist Kongi 69. Hä, was hängt? Äh, wenn sie nach einer Minute haben, müssen wir noch was mitteilen, was mir vorhin sagt. Du bist echt getardet, Mann. Ja, ich bin in 5-10 Minuten im LSPD, ja? Alles gut. Und wegen den Wolkows an der Wäscherei, äh, wenn sie da Bescheid wissen sollen, also die scheinen da immer mal wieder dieses Gelände zu okkupieren. Okay. Und meinen da irgendwie, dass es deren ist, parken da auch immer ihre Fahrzeuge. Wir lassen die zur Zeit immer wieder abschlecken. Ja, das ist nicht deren Gelände. Ja, ich weiß. Deswegen. Okay. Na ja, ich muss mal kurz auflegen. Auf Wiederfolg. Wir ehren sie uns bald wieder. Und? 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 Rehanded? Und? Não! Und? Der Streit wirklich erwischt, oder was? Der ist tot, ja. Weißt du, soll ich dir sagen, wo er liegt? Ja, bitte. Nicht in Los Santos, sondern wenn du hochfährst Richtung Militärstützpunkt, kommt eine Kirche. Aber bei der alten Kapelle da. Genau, und dort ist ein Grab, da ist ein Kreuz drauf, aber sonst nichts ganz rechts. Das rechte findest du schon. Ja, ja, natürlich. Und so, wie geht's dir, du Arschloch? Naja, viel Stress. Ja, viel Stress, also das mit Street hat uns schon alle sehr, also mich auf jeden Fall sehr mitgenommen, vor allem weil das Problem da ist, dass ich nicht, äh, dass ich bis jetzt nicht vom Richter erwarten konnte, dass er diese Leute dann auch hinter Schloss und Riegel führt, ja? Mhm, mhm. Weil das sind Mörder. Und es, also... Ja, aber ist es nachgewiesen worden? Ja, wir haben einen, wir haben jemanden gehabt, der das tatsächlich, der die komplett belastet hat. Der hat sich sogar selber belastet. Okay. Mhm. Hast du grad mich beinahe angezündet? Ja, tut mir leid, Mann. Stell dich nicht an, hier. Rauch eine, Mann. Oh Mann, ne, habt ihr, habt ihr, aber, habt ihr, habt ihr das Grundstück gemietet, oder was? Ja, wir haben uns gekauft, Mann. Okay. Übrigens, was ich dir sagen wollte. Mhm. Können deine Leute aufhören, unsere Autos abzuschleppen, Mann? Hast du ein Dokument, dass ihr das gekauft habt? Das wird gerade beantragt. Also wir kriegen das zugeschickt. Aber die, die das anscheinend macht, ist momentan im Urlaub. Ziemlich schlecht. Ja gut, ohne Dokument kann ich nichts machen. Das ist das gleiche wie bei den Lost MC. Sobald ihr die ihre scheiß Zufahrt dabei versperren, müssen wir die auch abschleppen. Aufgrund der Tatsache, dass die einen Rettungsweg blockieren, ja? Ja, aber pass mal auf, wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist mein Gelände. Jetzt hör zu, Mann. Ey, wenn jemand kommt und sagt, das ist mein Gelände, muss er das nicht auch vorher vorweisen, bevor ihr abschleppt? Mhm. Weil jemand angeblich hat sich bei euch gemeldet und gesagt, das ist mein Grundstück, das Gebäude gehört mir, ich will, dass die abgeschleppt werden. Achso, das ist das Grundstück, die Wäscherei, jemand anderes schon gehört und der sagt, dass ihr da drin hausiert. Genau. Wer ist der Besitzer davon? Hat uns vom LSPD keiner sagen können, aber die waren fest der Überzeugung, dass es jemand anderem gehört. Dann hab ich gefragt, habt ihr die Beweise dafür? Haben die gemeint, nein. Ist okay, und warum schleppt ihr die ab? Naja, aber vielleicht ist das so ein Mogul, weißt du, der sehr viele Immobilien gekauft hat. Zum Beispiel auch ein Club. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ah, apropos Club, ich kaufe vielleicht einen, Mann. Alter, wo hast du das ganze Geld her? Amigo-Tanks Zielbranche, Mann. Läuft richtig gut. Okay, ich hätte gerne einen maßgeschneiderten, komplett schwarzen Anzug. 90.000. Ist kein Spaß. Ist kein Spaß. Dann möchte ich den erstmal sehen. Amigo, du kommst mal bei uns vorbei. Juri nimmt die Maße von dir und dann bekommst du ein richtig sickes Teil, Mann. Kannst du dann richtig angeben. Gib immer deine Telefonnummer nochmal, weil du kennst ja diese wunderschön Mobilfunk-Anbieter hier. Ich habe mich, wie ein richtiger Kollege, habe ich mich... Okay, ich habe offensichtlich auch die falsche von dir. Nicht schlecht. Super. Sag mal deine. 2030. Deine Telefonnummer ist 2030. Ja, willst du noch meinen Bankcode oder was willst du? Deine Telefonnummer ist niemals 2030. Ruf doch an. Textil Daniel Bros, was kann ich besuchen. Aber das ist doch nicht deine private Nummer, du Idiot. Die natürlich. Du hast die Telefonnummer 2030. Wen hast du denn dafür ermordet? Street. Nein Spaß. Nein, das ist die, die ich bekommen habe von dem Anbieter. Ok, krass. Ich gebe dir mal meine Nummer. 13, 64, 99. Warte, 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 warte. 99. Mhm. Äh, 13, 40, 99. Nein, 46. Äh, 64, Entschuldigung. 64, 99. 13, 64, 99. Sehr gut. Dann ist Ende, die Nummer. Ja, oder? Als ob Gott mir diese Nummer persönlich überreicht hätte. Wahrscheinlich hat er das auch. Okay, alles klar. Kann sein. Hey Mann, gehen wir mal Kaffee trinken oder einen Iskis auf, wenn man... Ich rufe dich heute an. Wie lange bist du denn heute da? Amigo, bis ich umfalle. Aber geh zum Friseur, du siehst aus wie ein... Ich seh aus wie geleckt, man. Ich seh aus wie Pablo in Person, man. Wie wer? Pablo. Wer ist das denn? Gehst du nicht aus dem Film? Nee. Meinst du aus Schnarkos? Durch den Tunnel? Aus dem Fahrkurs, genau. Fahr dann scheiß Auto hier weg. Hau rein. Bis dann. So. Herr Volkow, man sieht's ja. Ja, Herr Volkow, wie gesagt, Verwandskasten, dann passt das, ne? Hey, natürlich. Herr Volkow, kommen Sie mal zur Seite kurz hier. Ja, natürlich. Wie heißt es mit Vornamen? Antjom oder so, ne? Ja, genau. Kennen Sie ja einen Juri, Volkow? Hab den kennengelernt, dass der Geschäftspartner vom Herr Hernandez, aber wir sind nicht verwandt. Ja, Volkow ist ja ein relativ weit verbreiteter Name, Russland, ne? Ja, ist aber ne große Familie. Okay, ich lauf zurück zum LSPD, ja? Weil ich rauch noch ne Zigarette. Wir können sie auch mitnehmen, ja? Nö, nö. Aber der Hernandez getroffen! Alter, der ist wieder back in Business! Aber was macht der? Textilklamotten, der macht doch irgendwas Kriminelles, hat er gesagt. Drei für eins, positioniert sich auf dem Ost-Highway, Vornamen. Ich will gar nicht wissen, was er macht. Lasst es sein im Chat. Wäre sehr scheiße, wenn ihr das machen würdet. Komplett, das Zentimetermaß. Streife 1, Streife 3 kommen. Streife 1 hört sie kommen. Wo befindet sich das Fahrzeug? Und können Sie eine kurze Beschreibung durchgeben? Kommen? Dann kommt der Karsion, der wollte doch Leute den News kennen. Ja, wir haben noch keinen Sichtkontakt mit dem Fahrzeug. Das war Streife 4 kommen. Streife 4, für Streife 3 kommen. Hört sie, kommen. Standort des Fahrzeugs und kurze Beschreibung kommen. Wie gesagt, wir hatten den Sichtkontakt bereits wieder von Moment verloren. Nein, nein, Renny, kommt heute. Es war aber ein dunkler Schäfter mit einem grünen Perleffekt. Letzter Standort, Highway, Stadt, Mitte. So verstanden, Streife 3 Ende. Ich habe noch ein Dokument von Frau Morell bekommen, das muss ich mal eben durchlesen. Moin. Und? Wir müssen leider noch auf jemanden warten, Sir. Warten Sie mal eben. Auf Herrn Carsten, der ist leider noch nicht da. Wie war nochmal? Ah, ich erreiche den anderen noch nicht. Also Sie müssen sich leider gedulden, bis der Carsten kommt. Mhm. Ja? Alles klar. Bis später. Bis später. Michi. Auch dir danke. Lol. 39 Monate, Digga. Alter. WTF. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Matching Nerd. Danke für deinen Twitch Prime Sub. Leute, danke für die ganzen Subs. Dankeschön. Dankeschön für den ganzen Support. So. Sitzen. Oh, lol. Ich sitze sogar richtig. Okay. Alter, was geht denn jetzt gerade ab hier? Iron Man. Auch dir danke für drei Monate. Vielen, 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 vielen Dank. Iron Man. Vielen Dank für drei Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch allen, Leute. Vielen, vielen Dank für die ganzen Subs. Dankeschön. Dankeschön. Was ich nicht weiß, das ist mal eine Frage. Der Herr Moscher, der soll, hat ja eine neue Identität wohl bekommen. Das wurde ja so kommuniziert. Und der möchte wieder ins LSPD mit einer neuen Identität. Aber das finde ich ein bisschen sehr fragwürdig. Der war, der war die ganze Zeit kriminell und dann finde ich nicht, dass man sich im LSPD bewerben sollte. Und wir den nicht annehmen dürfen. Dürften. Dann sollte er sich einen komplett neuen Charakter machen. Das ist meine Meinung. Weil dann ergibt das alles keinen Sinn. Das machen wir nicht. Also, du kannst ja nicht kriminell sein, kriegst du eine neue Identität und dann ist alles auf Null gesetzt. Sorry. Alter! Real Birdie! Hau dir vier Sub-GIFs rein! Vielen, 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 vielen Dank! Warum aktualisiert es mein Sub-Counter nicht mehr? Dankeschön! Dankeschön! Man weiß ja nicht, wie er jetzt heißt. Ja, aber komm, das ist... Wenn wir das so ausspielen, dann tut man halt, ist das komplett bescheuert. Aber du weißt nicht, dass es Moscher war. Doch ich habe ihn noch erkannt und würde ihn an seine Stimme erkennen. Nein, das machen wir nicht. Das finde ich... Also, wenn das... Das würde ich dumm finden. Sorry. Nein, das ist keine gute Sache. Seid ihr doof? Also, wenn ich ein Krimineller bin und dann gehe ich zur Staatsanwaltschaft und packe aus als Kronzeug, kann ich mich doch auch nicht wieder bei jemandem bewerben. Bei der Polizei. Ich bin's, Tim, auch die Dank für vier Monate! Dankeschön! Lass ihn nicht an seine Stimme erkennen. 2-3-14-LSPD Jeder hat eine zweite Chance zu verdienen? Hä? Leute, also Kühlpilz, auch die Dank für 200 Bits. Leute, das Problem ist, pass auf. Wenn wir jetzt... Hey, alle zusammen! Wenn wir jetzt hingehen und wir sorgen wieder dafür, dass jemand, der kriminell war, im LSPD landet, dann haben wir wieder das gleiche Problem. Dass das wieder Probleme gibt. Jetzt gerade haben wir alle Verräter einigermaßen raus und das driftet nur wieder ab. Also, ich finde das dumm, dass man einen Zeugenschutz kriegt und dann auf einmal bei der Polizei anfängt. Hä? Nein, das wäre dumm. Also, dann... Ich stelle ihn nicht ein. Ich sag's jetzt. Dann hätte er sich ein... Nein, aber neue Identität ist ja der gleiche... Das ist... Das ist so dumm. Er soll einfach einen komplett neuen Charakter machen. Da waren gerade zwei Personen auf einer Sanchez, maskiert in grün, fahren um das Bidi rum. Ende. Also, wenn du in echt in ein Zeugenschutzprogramm kommst, kannst du doch nicht einfach zur Polizei gehen, nachdem du acht Leute ermordet hast. Nee, das ist Ultrafell. Es tut mir leid. Also, ich stelle ihn nicht ein. So gerne. Dann soll er sich eine komplett neue Figur machen. Denn er steht nicht hier Famigur. Das ist Noah. Ich werde ihn wieder einstellen beim Morschau. Boah Leute, ihr versteht, also sorry, aber ihr habt eine RP-Verständnis teilweise. Das ist echt für eine, also für eine Ziege. Es tut mir leid. So. 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 einfach. So. 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 Asyl Leitstelle für die 61, komm. Leitstelle hört, komm. Die 99 und 61 bilden gerade Streife 4 in der PV-14, komm. Check so verstanden, wird eingetragen, komm. Also, die Näherei. Wer ist der Besitzer davon? Dieser Woltov oder Wolkow oder wie der da hieß. Juri Wolkow. Ja, also der gibt sich als Eigentümer aus. Oder der sagt, es wäre jetzt seine Wäscherei oder seine Näherei oder so ein Scheiß. Ja, aber... Kann aber natürlich nichts nachweisen, weil, ich glaube, mein Bruder hatte mal mit einem Makler drüber gesprochen und da meinte, dass das Gelände steht gar nicht zum Verkauf. Was machen wir, wenn ich es da drin aufhalten? Wenn wir den Hausfriedensbruch anzeigen oder Landfriedensbruch, je nachdem. Ich habe die leider noch nie angetroffen. Ich war jeden Tag hin und schreckt, der ein Fahrzeug hat. Ich habe hier noch ein Wein mit Mitte, dass du gerade noch die Frau Blair wegen der Akten schütteln könnt. Fahrgenummer, das ist der Herr Hernández. Ja, steckst du verstanden. Da arbeitet jetzt hier. Ich gebe das weiter. Komm. Okay, danke, Herr Hernández, hofft sich an. Guten Abend. Get up, amigos. Hernández, mein Kollege hat noch eine Frage an dich bezüglich des Grundstücks. Okay. Sie arbeiten hier? Ja, das ist richtig. Was ist das denn für ein Laden? Textilfabrik, amigo. Okay. Und Sie arbeiten hier als Näher, oder? Äh, no, mir gehört der Laden. Ihnen gehört der Laden? Hm, das ist richtig. Okay. Und das Grundstück haben Sie gemietet, gekauft? Das ist gemietet. Hm. Haben Sie da irgendwas Schriftliches, mit dem Sie das beweisen können? Hm, ist auf dem Weg, ja. Weil mein letzter Stand ist, dass dieses Gelände gar nicht gekauft oder gemietet werden kann. Äh, es ist aber trotzdem auf dem Weg, ja. Hm. Hm, mit wem sprechen Sie denn da? Muss ich das Ihnen sagen? Ja. Und ich Sie frage, weil Sie sonst Hausfriedensbruch begehen. Okay. Und was ist, wenn mir Hausfriedensbruch vorgelegt wird und ich dann trotzdem im Nachhinein beweisen kann, dass es doch so ist? Noch lege ich Ihnen gar nichts vor, deswegen würde ich ja gern was dazu sehen. Ja, das Problem ist, dass die zuständige Person dafür gerade im Urlaub ist, Mann. Hm. Und dann denken Sie sich, ach, dann nehmen wir das Gelände einfach schon mal, weil, äh, wird ja schon irgendwann passieren, oder? Wieso? Also, es ist doch so passiert. Ja, Sie können mir ja nichts vorweisen. Genau, weil die vom Büro gerade im Urlaub ist. Wie oft soll ich das noch sagen? Ja, und dann würde ich Ihnen raten, dass Sie einfach so lange dieses Gelände noch nicht nutzen, bis Sie was Schriftliches dazu in der Hand haben, um das verweisen zu können. Warum? Ich muss da arbeiten, weil dann muss ich mein Geld verdienen. Ja, dann arbeiten Sie in dem Moment, wo Sie die Genehmigung dazu haben, hier zu arbeiten. Verstehen Sie? Ich kann ja auch nicht mal ein Auto fahren und dann sagen, ja, in vier Wochen noch einen Führerschein, aber ich fahre jetzt schon mal, weil ich jetzt Bock drauf habe. Okay, und was ist gerade das Problem? Dass Sie hier mit Ihrem Wagen stehen und hier arbeiten und sich als Besitzer von einer Fabrik ausgeben, die Ihnen nicht gehört. Was Sie behaupten, dass Sie mir nicht gehört? Ja, weil Sie es mir nicht nachweisen können. Okay, und das heißt, ich darf so lange, nein, nein, Moment, ich darf so lange hier nicht drauf, bis ich das belegt habe. Ja, weil das ein öffentliches Gelände dann ist. Öffentlich, okay, ja, öffentlich, okay, danke. Ja, gern geschehen. Und Sie wollen, dass ich jetzt auf einer öffentlichen Fläche verschwinde? Korrekt. Öffentlich. Wenn es Ihnen nicht gehört. Sie parken hier und Sie begeben das als Ihr Eigentum aus. Ja, aber dann ist das ja nicht öffentlich, sondern privat, amigo. Warum genau ist das privat? Das erklären Sie mir jetzt mal, da bin ich gespannt. Sie haben doch gerade gesagt, es sei öffentlich. Ja. Solange ich es nicht beweisen kann. Ja. Und darf man nicht auf öffentlichen Fläche gehen? Öffentlicher Raum gehört der Stadt und nicht Ihnen, verstehen Sie? Und wir vertreten die Stadt. Ach so, und das heißt, ich darf nur nicht am Stadtparkparken, weil es öffentlich ist. Weil der Stadtpark nicht mehr gehört. Das ist eine ganz schön eingetragene Parkfläche. Meinen Sie, das hier ist Teil der Straße, wo wir gerade stehen? Nein, das hier ist ein Grundstück. Ja, dann ist das ein Privatgelände und kein öffentliches Gelände. Ja, was aber in den Händen der Stadt liegt, weil die das verkauft oder vermietet oder was auch immer. So, und jetzt kommen Sie. Sind Sie von wo? Von wo bin ich, wo ich herkomme? Ich komme aus Baltimore. Nein, zu wem gehören Sie? L.S.P.D. L.S.P.D. Okay, und was für eine Position haben Sie im L.S.P.D.? Was tut das hier gerade zur Sache? Das ist dann nur zu meiner Information. Wenn Sie mit unserem Chief sprechen wollen, der steht neben mir. Höher geht es nicht. Ja, kenne ich auch. Herr Nannes. Wollen Sie mir jetzt mit Weiß trauen? Wollen Sie mir jetzt mit Weiß trauen oder was, Mann? Und seit wann drohe ich Ihnen denn? Ich sage nur, Sie haben ja gerade gefragt, welchen Rang ich habe. Jetzt seien Sie doch mal bei, die die Klappe hören. Nein, dann soll er auf die Seite gehen, wenn ich mit ihm spreche. Ich spreche mit dir. Also. Wo ist das Problem? Solange wir das Dokument nicht haben, ist das hier Sperrgebiet für euch. Also ihr könnt hier nicht arbeiten. Ach so ist das. Richtig. Okay, und was ist, wenn ich jetzt auf die Toilette gehe, hier in meiner Fabrik und die Frau aus der Person... Jetzt warte doch mal. Was ist, wenn ich dir das vorweise? Wenn du mir das jetzt vorweisen kannst, haben wir nie was gesagt. Und wenn die Frau im Urlaub ist, wie Herr Cohen ja gerade mitgeteilt hat, dann ist es so, dass solange die Frau nicht zurückgekommen ist oder die das Dokument ausgehändigt hat, dieses Grundstück nicht genutzt werden darf. Okay, pass auf, aber du weißt, dass ich das alles für die verklagen werde, wenn ich den Wissen in der Hand habe, ja? Nee, du verstehst, du verstehst, nein, aber dann muss da rückwirkend, warte, 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 dann muss dort rückwirkend stehen, ab wann der Mietsvertrag gilt. Ja. Wenn das der Fall ist, dann ist doch alles in Ordnung. Und da kannst du uns nicht verklagen aufgrund der Tatsache, weil wir nach dem Gesetz gehandelt haben, welches gerade tatsächlich hier greift. Und zwar habt ihr keine Bescheinigung oder keinen Nachweis, dass euch das Grundstück kümmern wird. Und deswegen können wir so viele Fahrzeuge hier abschleppen, wie wir wollen, bloß die Tatsache, dass wir euch hier rausschmeißen können, bis wir einen Wisch haben, dass ihr hier haust oder hier arbeiten dürft. Wenn das LSPD Autos abschleppen lässt mit der Aussage, dass der eigentliche Besitzer, dem das wirklich gehört, sich gemeldet hat und die Autos hier weg haben will. In dem Fall kann es ja sein. Ja, aber dieser jemand, das gehört anscheinend einem Typen angeht. Von wem? Nein, aber dieser hier. Das konnte das LSPD uns nicht sagen. Oder einen Makler. Ich kenne sogar einen sehr guten Makler. Vielleicht mietet er das ja hier. Nein, nein. Wie gesagt, eine fremde Person, das hat uns das LSPD nicht gesagt. Nein, nein, welcher Kollege war das vom LSPD, der gesagt hat, dass hier der Besitzer das nicht möchte? Moment, kann ich dir sogar sagen. Ich glaube, Moment, ich habe das aufgeschrieben. Gib mir eine Sekunde. Warte. Was ist denn mein verficktes Handy? Pass auf. Ich habe mir extra sogar die PD-Nummer gegeben. Anders, ich weiß, dass du ein guter Mann bist. Ja? Ja, jetzt pass auf. Aber es gibt Regeln. Das weißt du selber. Du bist Cop gewesen. Ja, es gibt Regeln. Es gibt Regeln. Ja, ich gebe dir doch gleich die Nummer, Amigo. Warte. Was seht die Scheiße denn? Hallo? Ja. Ja. Auf jeden Fall war das die 53. Ja. Und ich glaube, mich zu erinnern, die 77. Ein Herr und eine Dame. Okay. Und die haben gesagt, dass der Eigentümer das hier nicht möchte. No, pass auf. Der eine, das war, glaube ich, die 53. Das war der Herr. Er hat behauptet, dass die Person, die das angeblich gehört, nicht beschwert hat und die Autos halt abschleppen lassen, ohne den Beweis vorzulegen, dass es sein Grundstück ist. Okay. Ja, das geht natürlich auch nicht, wenn das wirklich so weiß, dann werde ich das in Erfahrung bringen. Und deswegen, ich werde den Wiss, werde ich jetzt, ich verziehe mich jetzt hier mit dem Wagen, werde heute noch den Wiss vorbeibringen und dann werde ich das PD verklagen, weil sie unsere Fahrzeuge bereits dreimal abgeschleppt haben mit der Begründung, es gehört angeblich jemand anderem. Aber was ist, wenn das der Fall ist? Es ist nicht der Fall. Ja, das weißt du ja nicht. Wie gesagt, du bekommst, du bekommst, nein, du bekommst das Teil mit Datum mit allem. Okay. Ich bringe dir das heute Abend noch vorbei. Äh, Herr Kohn. Ja. Ähm, nennen Sie mir mal ein paar renommierte Immobilienmakler in diesem Staate hier. Adam Clark. Herr Clark. Aha. Okay. So, Herr Clark wird das unterschreiben und Sie werden mir das dann durch Herr Clark... Wieso Herr Clark? Nein. Wen, welchen... Das läuft, das läuft über unser Büro. Okay. Und wer ist der Ansprechpartner bei Ihnen? Welches Büro denn? Ja, das... Amigo, Sie brauchen doch... Moment, Ihr eigenes Büro vermietet Ihnen diese Fabrik. Nein, unser Büro besorgt uns das. Ich habe mit dem Büro nichts zu tun. Hm. Wie gesagt, Sie erhalten heute Abend noch den Beleg. Ja, aber wer ist der Ansprechpartner? Das ist wichtig. Ja, das ist egal jetzt. Aber die Frage ist, wer schickt... Also, mit welchem Recht wird dieser Beleg ausgestellt? Wer stellt den aus? Passen Sie auf, Passen Sie auf, Amigo. Das ist ein offizieller Makler, es ist die Stadt. Wer ist das? Jetzt passen Sie auf, das ist meine Textilfabrik, ja. Ich habe extra Büroangestellte. Diese Büroangestellte kümmern sich genau um diesen Scheiß, von dem ich keine Ahnung habe. Ja, aber erneut. Dann fragen Sie doch diese Büroangestellten, wer auch immer das ist. Das ist ja wirklich völlig egal, haben Sie ja völlig recht. Dann fragen Sie doch mal, wer das ausstellen wird, weil das ist ja durchaus interessant. Mit welchem Makler Sie da sprechen oder mit welcher Stadtverwaltung. Also, es geht einfach nur darum, welche Behörde oder welcher Makler gibt dir, unterschreibt diesen Wisch und hat das Ding hier in seinem Portfolio. Also, pass auf, unten rechts in diesem Kaufvertrag, Milchvertrag, was auch immer. Seht doch unten rechts und unten links immer beide Parteien, ne? Ja. Korrekt. Genau, wenn ich dir das nachher vor die Füße lege, dann weißt du ja genau, wer das ist. Okay. Okay. Gut. Wenn ich dann... Ich komme heute Abend vorbei. Ja, wunderbar. Gut. Mehr wollen wir gar nicht. Und dann, aber ich helfe dir gerade im Grunde, weil ich dafür sorge, dass die Kollegen das hier nicht mehr abschleppen und das hier als offiziell vermietetes Grundstück eingetragen werden kann. Ja? Mhm. Also, sehe das nicht so negativ. Nur, du würdest in unserer Position als Polizist, ich meine, Hector, jetzt mal unter uns, du hast dich sogar, du hättest den Leuten sogar den Kopf abgeschlagen, wenn sie falsch geparkt hätten. Ja, ich hätte auch hier vorbeigefahren, hätte ich hier Fahrzeuge gesehen, hätte ich... während dem Vorbeifahren gefurzt und das wäre mir egal gewesen. Wäre dir nicht egal gewesen. Natürlich, Mann. Amigo, so wie du mal sagst. Ich kenne dich, Hector. Du bist am Stadtpark vorbeigefahren und hast den Leuten einen Flammenwerfer in den Arsch beinah gehalten, indem du dich beschwert hast, dass sie auf der falschen Parkfläche stehen. Nein, und hier stehen Leute, die das Gebäude in Beschlag nehmen, ohne ein Dokument nachweisen zu können, dass die das Gebäude hier gemietet haben. Letztendlich, wenn du das nachweisen kannst, dann ist doch alles in Ordnung. Aha. Mein Gott. Warum müssen wir denn da diskutieren? Das ist doch logisch. Wenn du das nachweisen kannst, dann ist doch in Ordnung. Du kannst doch auch herkommen, freundlich anklopfen und sagen, Amigo, pass mal auf, wir brauchen den Mist von dir. Ja, bin ich unfallig zu dir. Ja, aber dein Kollege macht die auf Man in Black und stellt komische Fragen, Mann. Die Fragen, die er stellt, der dich dir auch. Ich weiß nicht, was für komische Fragen ich gestellt habe. Ja, mit dir rede ich nicht. Ja, aber ich will lieben. Wir kennen uns doch. Du kannst doch ganz normal sagen, Mann. Hector, besorg mir bitte den Beweis, dann ist alles cool. Okay, Amigo, ich besorg dir das. Gut. Also, ich stehe 100% hinter Herr Kohn, ja? Der macht nicht Man in Black, der macht seinen Job, Hector. Stehst du doch 100% hinter mir? Ich weiß nicht, was aus dir geworden ist, Mann. Ich treffe dich nach. Ich weiß nicht, was aus mir geworden ist. Irgendwo hier auf einem Parkplatz von einer Textilfabrik. Du erzählst mir, du verkaufstest Klamotten. Mann, du warst ein Kopf. Ja, das ist richtig. Und jetzt bist du hier. Ja, und jetzt? Soll ich lieber Drogen verkaufen, wenn ich mich und nicht? Nein, aber einmal Blausblut, immer Blausblut. Vor allem bei dir, Mann. Das weißt du. Ja, wie gesagt, ich habe darauf keinen Bock mehr gehabt. Aber ihr habt jetzt qualifizierte Leute wie Herr Kohn, Mann. Ihr seid ja bestens ausgerüstet. Offensichtlich. Wenn Sie das in Ihrem Kopf, den es nicht gelernt haben, was Hausfriedensbruch und Hausrecht ist, dann weiß ich auch nicht. Amigo, nimm den Quarzkopf hier mit. Ich bring das heute Abend vorbei, okay? Vielen Dank. Aber, Herr Nandes, eine Sache noch. Das muss ich dir jetzt leider sagen. Wenn wir hier vorbeifahren sollten und wir sehen hier wieder ein Fahrzeug stehen oder dass sich jemand in diesem Gebäude auffällt, dann müssen wir einen Platzverweis aussprechen und dann reden wir hier, wenn ihr das dann wieder in Beschlag nehmt, von einer Straftat, ja? Aha, okay. Und das ist jetzt ein Warnschuss. Wir kommen mit einer freundlichen Hand auf euch zu. Wir sagen, wie du sagst, Amigos, besorgt uns den Wisch, damit wir die Scheiße hier regeln können. Und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, perfekt. Perfekt, mein Lieber. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Senne mir die Scheiße aber zu. Bis dann. Bis dann. Peace. Herr Cohen. Ja. Sagen Sie mal, ihr Büro nach einem aktuellen Gesetzbuch. Vogel, ey. Ich frage mich, warum ein ehemaliger Polizist, und der eigentlich wirklich 100% gesetzestreu war, ja, jetzt ne Textilfabrik aufmacht, okay, das, ich mein, klar, vielleicht hat der, ist er ja modebewusst geworden. Stinkt bis zum Himmel. Aber. Das stinkt doch bis zum Himmel. Keine Ahnung, was die da treiben. Und ganz ehrlich, da wird jetzt irgendein Wisch ihnen höchstwahrscheinlich vorlegen, ohne irgendeine Rechtfertigung, wer diesen Wisch ausgestellt hat. Aber das können wir doch nicht machen. Und das nehm ich ihm nicht ab, dass der, dass der da in irgendeiner Form jetzt jemanden aktiviert, der da einen offiziellen Wisch ausstellt, dass ihm das, dass ihm diese Fabrik gehört. Nehm ich ihm einfach nicht ab. Aber wo hat der das Geld her, so ein Gebäude zu kaufen? Wollte ich, alleine das, ja, aber, das ist doch Unsinn. Völliger Unsinn. Scheiße. Doch, ich kann mir nicht vorstellen. Das ist was, da darf ich nicht stehen. Ich darf das nicht aus meiner Fabrik ausgeben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hernandez irgendwas Illegales macht oder Scheiße baut. Vielleicht ist er ja wirklich in der Textilung. Ey Mann, das ist ein, das war ein Vorzeige. Hernandez war doch, der beste Kumpel vom Street. Ja, aber das war ein Vorzeige. Und Street haben wir auch nicht geglaubt, dass der durchdrehen kann. Seien Sie vorsichtig bei dem Mann. Als der Street und, ich war mit Street untereinander, also weiß ich, ganz frisch, ich glaube, meinen ersten Dienstag im PD war, haben die beiden mich mitgenommen und haben keine Ahnung erzählt, was, was sie für krasse Typen sind und keine Ahnung. Haben irgendwie, mir die ganze Zeit verleiten wollen, dass ich einen Joint rauchen soll vor denen und keine Ahnung was. Seitdem bin ich sehr vorsichtig bei den beiden geworden. Wir sollten heute hier eine Streifing wo wir positionieren erstmal. Was? Wir sollten heute irgendwo hier eine Streife positionieren. Ich frage mich auch, warum wir jetzt, wir fahren mal weg. Der Herr Kang hat gerade gesagt, dass beim Hays Schrottplatz wo ganz viele Fahrzeuge rumstehen und ganz viele Personen waren. Keine Ahnung, was da sein am Hays Schrottplatz. Am Hays Schrottplatz. Können wir von hier aus darüber auf das Gebäude gucken, um zu gucken, ob der wieder aufs Gelände fährt? Warten Sie mal. An so einem Dach aus? Ja. Das könnte sogar klappen. Oder von hier? Können wir das auch nicht von hier aus sehen? Doch, wir können in die Einfahrt gucken, oder? Naja, stimmt. Ich weiß nicht, ob man eine Seestärke dafür reicht. Naja, das kann ein Problem sein. Wollt ich eine Brille trage. Dann sieht man relativ deutlich, glaube ich. Das rote Auto steht da hinten noch, oder? Ja, das steht noch an der Wand hinten. Also auf der anderen Straßenseite. Er wird jetzt hektisch telefonieren, schätze ich mal. Aber mit wem? Mit irgendjemandem, der ihm jetzt so einen Wisch fälscht. Das Motorrad auf dem Grundstück gehört einem Juri Wolkow. Naja, das sind alles Wolkow-Fahrzeuge. Auch dieser goldene, so ein goldener SUV, der steht bei uns gerade auf der Fahrradstelle. Warum? So ein komischer Sportwagen. Wir hocken hier im Sand. Herr Krohn. Sind wir bescheuert? Wir fahren einfach immer wieder am... Ich dachte, ich blende mich mal mit ein, weil sie sich da hinknient. Wir werden einfach im Verlauf des Abends immer wieder da vorbeigucken, würde ich vorstellen. Check. Hernandez, Hernandez. Eigentlich wollten wir das Büro nutzen für unsere Detective Unit. Ich weiß, ich weiß. Ich habe heute übrigens ein Fahrzeug gestellt. Heute haben mich ganz viele Kollegen angesprochen, ob das wahr ist, dass die Detective Unit da drüben sitzt. Ich habe es zwar überall verneint, aber... Weiß aber keiner. Nur Herr Kater weiß das. Wie können die das denn wissen? Weiß ich nicht. Angeblich haben sie es von irgendeinem Kollegen gehört. Jaja, das hat immer der von dem gehört. Und letztendlich... Naja, ich habe es halt verneint, aber gut. Jetzt scheint das Gerücht in der Welt zu sein. Karabgeschossen, ja. Dann warten wir mal auf den Richter. Geh ich los. Parade, oder? Ja, die sollten mal hier eingeparkt werden. Zu viele Fahrzeuge hier. Hast du jemand ein Fahrzeug bestellt? Ich habe ein Fahrzeug bestellt, ja. Sage ich Ihnen noch mal später. Für die Führungsebene. Oh. Wo sind denn die ganzen Kollegen? Drei Staatsanwälte oben für die Aktenschulung. Drei Staatsanwälte? Und die sind gerade alle da oben, oder was? Richtig. Die stellen sich vor und das... Sekunde. Neun Kollegen und drei Staatsanwälte. Oh, sehr gut, okay. Ja, ich empfange gleich den Richter mit der Cone, ja? Ich weiß ja nicht, woher Carsten wieder ist bei so einem wichtigen Termin. Eine kurze Frage. Ja? Äh, FAB hat angerufen, die wollen eine Telefonnummerüberprüfung machen, von uns. Also haben von uns. Ja. Ähm... Nein. Nein, okay. Nein. Ich erkläre Ihnen später warum. Können Sie mit der Cone? Ich erkläre mal warum. Der Herr kommt gleich, dann schicke ich ihn wieder. Ja. Der... Abfrage. Änderst du dich an die Party? Ja. Hast du das mitbekommen, wie da eine Typ da aufgetreten ist, von denen? Bei den FAB-Typen? Ja. Ja, ganz heftig. Und der hat dann noch irgendwas zugerufen, das will jetzt irgendwie Muschis abschecken. Warum sind das solche schwierigen Menschen? Ja. Aber es sind nicht alle so. Also ich muss sagen, es gibt ein paar von denen, die machen ganz... Also der... Na, der Chef hier, der... Wie heißt er denn? Douglas. Douglas macht einen vernünftigen Eindruck, weil ich ihn nicht einschätzen kann. Herr Douglas hält aber nie sein Wort. Ja, das ist das Problem. Ich habe ja schon mitbekommen, also er hat definitiv gesagt, dass er Herr Pearson nicht einstellen und wird, egal ob er gekündigt ist oder nicht, und er erst mal bei uns fragen wird, hat er nicht gemacht. Und er hat es eingestellt. Ja, schwierig. Also ich vertraue denen nicht, aber... Problem ist halt, die haben schon immer mal wieder Informationen für uns, die für uns wichtig sein könnten. Und deswegen habe ich die lieber... Strecke ich denen mal lieber so einen Finger aus, anstatt die mal wegzustoßen. Na, warte mal. Gut, Sie haben Ihre Vorgaben. Ne, hören Sie mal zu. Verständlich. Sie hier, passen Sie auf. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Wie heißt Ihr Kollege, Agent, warten Sie, ähm... Bullet. Ja? Was ist mit dem? Der soll sich mal ein bisschen zügeln, mit seiner Art und Weise. Hat sich auf einer Party geschlichten, wo er nicht mal eingeladen wurde. Eine Cop-Party. Und hat sich dort aufgespielt, er würde jetzt gleich Muschilecken gehen und so weiter. Also ich würde Sie mal ein bisschen bitten, an dem Image zu arbeiten und mit Goldketten rumlaufen und so weiter. Sie kriegen jetzt die Telefonnummer, aber wenn das so weitergeht und Sie so eine mangelnde Professionalität an den Tag legen, mit Ihrer Behörde, dann werde ich kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit haben. Ich bitte Sie, das weiterzugeben. Ja, und Re... Ich gebe das weiter, ja. Also Sie sind ja ein kompetenter Kollege, aber maßregeln Sie diesen. Dringend. Ich kümmere mich drum, ja. Ja, da war der Herr Carsten dabei, der Herr Cohen war dabei, ich war dabei. Da standen super viele Leute und die haben alle sich an den Kopf gefasst und gefragt, was das jetzt soll. Und wir haben versucht, nochmal mit dem zu sprechen. Wir wollten dann auch ihn auf irgendwas hinweisen, aber der war überhaupt nicht kooperativ. Und einfach, wie gesagt, reden Sie mal mit dem höflich. Sie kriegen jetzt die Telefonnummer, aber so ein Auftreten fanden wir überhaupt nicht gut. Und dann einfach eine Kopfparty sprengen, wo man überhaupt nicht mal eingeladen ist, wo man erzählt darum, man möchte Muschis lecken und so. Weiß ich nicht, sehe ich ein bisschen schwierig. Verstehen Sie? Okay? Ja, ich kümmere mich darum. Vielen Dank. Stinger war Ihr Name, ja? Das ist richtig, ja. Okay. Den Herrn Stinger können Sie ruhig Auskunft geben, ja? Alles klar, so verstanden. Wunderbar. Vielen Dank, Chief. Ja. So, ich habe da jetzt mal eine Ansage gemacht. Muschis lecken und so. Apropos Muschi lecken, ich gehe mal ganz kurz aufs Klo. Leute, was ich immer lustig finde, das muss ich echt mal sagen. Ich finde das immer geil, dass ihr immer im Chat sagt, also einige von euch, die immer wieder sagen, ja, aber der Weiß ist nicht viel besser. Das ist die Figur. Klar ist das nicht viel besser. Ja? Aber er ist der Chief und er kann die Leute immer rumkommendieren und alles, was er möchte. Nur er ist halt der Chief. Versteht ihr? Da ist das Argument, weiß es nicht besser. Das ist Quatsch. So, ich kann die Leute maßregeln und die anderen nicht. Ich würde es einfach nur mal sagen. Ich gehe mal ganz kurz in die Dusche pissen. So, ich bin sofort wieder da. Es geht sofort wieder weiter, ja? Macht es euch bequem und ich hoffe, euch gefällt der Stream. Das mit Hernandez wird noch sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt, Leute. Ich scheiße in die Dusche, ja. So, ich bin sofort wieder da. Schade Marmelade, Leute. Schade Marmelade. Der Rensen. Der Rensi, Rensi, Rensenburg. So. Äh. Zack. Und zack. Es geht nochmal weiter. Bis gleich. Okay. Okay. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich schaue auch gerade tatsächlich durch, ob ich da gerade etwas finde. Nee, wir haben da nichts. Der Fall sagt mir auch nichts. Ist das hier ernst? Also wir haben wirklich, Sir, wir haben unfassbar viele Risiken einge... Ja, also Herr Moscher hat tatsächlich involviert, hat dort auch eine führende Position gehabt in diesem Kartell, wie er es nennt. Und wir haben ihm eine Kronzeugenregelung gegeben. Wenn er jetzt tatsächlich im Zeugenschutzprogramm gelandet ist und eine neue Identität hat und komplett untergetaucht ist und weg ist, dann haben wir jemandem, einem Verbrecher, freie Fahrt gegeben, Immunität und es gibt keine Konsequenz, keine Strafe für nichts, alles war umsonst. Und wir reden davon, dass ein Kommander der Polizei umgebracht wurde. Mit acht Schüssen, es gibt ja auch einen Befund. Ja, also wie gesagt, wenn es bei uns ankommt, wir kümmern uns darum. Und natürlich kriegen dann auch alle Täter ihre gerechte Strafe, wenn die Unterlagen bei uns ankommen. Und dann sehe ich auch keinen Grund, warum wir da der Anklage nicht folgen sollten. Also dann wird der natürlich zugestimmt, gerade wenn Sie sagen, dass dort jemand bei dem Fall tragischerweise umgekommen ist, hat das natürlich höchste Priorität, wenn ein staatlicher Beamter verstirbt im Rahmen seines Dienstes. Ja, im Dienst war er nicht. Wie war nochmal, also haben Sie da irgendwie eine Ballaktennummer? Achso, Herr Cohn, haben Sie die? Ich schau gerade schon. Kann sein, dass die Akte nicht in unserem öffentlichen System ist, weil die ja sehr, aufgrund eben auch des Zeugenschutzprogramms sehr, ja, gezielt ist, sage ich mal. Der leitende Ermittler in dem Fall ist Herr Cohn und sein Bruder, sowie Herr Baker. Herr Baker, ja. Genau, Herr Baker hat auch alle Befragungen durchgeführt und sich dem Fall angenommen und der Moscha hat sich dem halt sehr, sehr geöffnet, was für uns sehr gut war. Ja? Ja. Das wäre ganz gut, Herr Cohn, wenn Sie das... Wir bringen das in Erfahrung, wir schicken Ihnen das so schnell wie möglich da noch zu. Haben Sie Telefonnummern für mich? Vor allem der Herr Lucero? Herr Lucero. Dann gebe ich Ihnen sofort durch. Genau, und wir fragen dann nochmal bei der Staatsanwaltschaft den Bearbeitungsstand der Akte und nochmal einige Hintergründe zu dem Zeugenschutzprogramm von Herrn Moscha. Ja, sehr gut. Sagen Sie mal Ihre Nummer, bitte. Ich habe es schon mal durchgegeben, dann habe ich es nicht gehört. Nein, ich habe es auch noch nicht gehört. Nein, das war falsch. Einfach Ihre Telefonnummer. Ja, ja, Entschuldigung, ich bin gerade noch am gucken wegen der Akte. Ja, eine Telefonnummer kriegen Sie natürlich. Das ist hier 150 828. Okay, könntest du Ihren Nachnamen mal buchstabieren? L-U-C-E-R-O. Okay. Aber ich habe noch ein Dokument vorliegen. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das so bewusst ist, aber der Herr Moscha, der wurde vor kurzem erst adoptiert. Adoptiert? Adoptiert? Sagen Sie mir jetzt, oh Gott. Von Herrn Vito Valentino? Oh, das war so clever. Und wann war das? Am 22.10. Wann? Herr Vito Valentino? Ja, also tatsächlich heißt der Herr Moscha Junior gar nicht mehr Moscha Junior, sondern eigentlich Frank Valentino. Wer bestimmt, wer wo in den Zeugenschutz geht und wer die neue Identität kriegt? Machen Sie das, Herr Bowman? Oder macht das der Staatsanwalt? Nein, nein, die Staatsanwaltschaft entscheidet darüber, wer in das Zeugenschutzprogramm geht. Aber Herr Lucchero, nicht, dass Sie jetzt das mit dem Antrag verwechseln, was da drin war. Das ist was anderes, ne? Warten Sie mal. Das ist keine Bestätigung einer Adoptierung oder ähnlichem. Bei mir ist jetzt nicht bewusst, wir haben hier keine Adoption vorliegen. Sie haben das... Sie haben das noch gar nicht, äh, bearbeitet. Also ich hab ja halt, also... Da ist nur ein Antrag drin, ne? Da ist... Also, okay, dann verwechsel ich das, dann tut es mir leid. Also, Herr Moscha ist weiterhin so ein Zeugenschutzprogramm, da gab es keine namentliche Änderung oder alles. Das ist, äh... Da hat sich nichts geändert. Also Herr Moscha, wenn der durch die Stadt läuft, ist immer noch Herr Moscha. Genau. Also da gab es keine Adoption oder ähnliches, äh, das tut auch nicht zur Sache. Kriegt man im Zeugenschutzprogramm nicht einen neuen Pass? Und das haben die Kollegen der Staatsanwaltschaft aufbereitet. Da müssen Sie, wenn Sie jetzt Hintergründe dazu erfangen wollen, mit denen... Die Kollegen der Staatsanwaltschaft haben das mit dem FAB gemeinsam ausgearbeitet. Ähm, die können Ihnen da nähere Hintergründe sagen, wie Sie es individuell jetzt zum Beispiel bei Herrn Moscha, äh, umgesetzt haben. Okay. Ähm, gut, das ist eine Sache. Also wie gesagt, ich wäre Ihnen sehr dankbar und wir werden heute alle Hebel in Bewegung setzen, damit das LSPD oder die Staatsanwaltschaft Ihnen dieses Dokument zukommen lässt und die Akte bezüglich des Falls. Ähm, und, äh, ich werde da... Also, da müssen auch Kollegen vor Gericht auf jeden Fall aussagen, weil ich war tatsächlich an der Tatnacht auch dort involviert. Ähm, und habe auch Zeugen, äh, beziehungsweise potenzielle Täter gesehen, unter anderem Herr King war dabei, ähm, Ryan Rimes und so weiter und so fort, ja. Und, äh, die fallen immer wieder auf. Ähm, Herr Rimes war tatsächlich auch involviert, mich damals zu entführen, aber die Akte wurde aufgrund von mysteriösen Umständen einfach fallen gelassen, was ich überhaupt nicht verstanden habe, obwohl alle Zeugenaussagen da sind. Ähm, also meine Entführung wurde auch einfach unter den Teppich gekehrt. Nee, ähm, genau das ist eine Sache, ja. Also, in jedem Fall, in jedem Fall, wenn, wenn hier eine Person umgebracht wird, äh, es ist egal, welche, welche Hintergründe da, da dem zwischenstehen oder entgegenstehen, äh, dann haben wir hier eine absolute Grenze überschritten und dann werden die Personen auch zur Rechenschaft gezogen. Und, ja, ähm, da ist es egal, ob es sich dabei um einen Kriminellen handelt, um einen Polizisten, um einen Zivilbürger, um sonst wen, äh, dann wird diese Person vor Gericht gebracht und kriegt ihre gerechte Strafe. Aber, Herr Baumann, ich hatte eine Frage. Dürfen wir die Person so lange in U-Haft setzen, bis der Gerichtsprozess stattfindet? Weil wir reden hier von Mord. Ja, wir reden hier von einem gehörten Gefahrenpotenzial. Also, wenn wir den direkt wieder rauslassen, ist schwierig. Und die Personen fallen ja immer wieder auf. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Und, äh, wenn es nach mir ginge, dann würde ich das, äh, am liebsten auch so machen. Aber wir sind gesetzlich daran gebunden, dass sie maximal diese 24 Stunden nochmal, äh, dranhängen können, wenn sie, äh, wenn Ereignisse vorliegen, wie jetzt zum Beispiel bei dem Fall, wo es um Mord geht und, äh, die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dazwischen steht. Ansonsten müssten aber nach diesen 24 Stunden die Personen wieder entlassen werden. Äh, jetzt, wo Herr Lucero aber hier ist und noch ein weiterer Kollege, versuchen wir das dann so umzusetzen, dass wir direkt am Folgetag oder vielleicht sogar wenn wir, wenn wir das schaffen, wenn wir alle an einen Tisch kriegen, am, äh, am gleichen Tag noch die Gerichtsverhandlung machen können. Das wäre sehr produktiv. Ähm, gerade bei solchen wichtigen Fällen, ne? Genau, wir haben von der Staatsanwaltschaft auf jeden Fall die Anordnung, äh, für die fünf Namen bekommen. Wir dürfen diese Leute inhaftieren und, äh, dann nochmal zu diesem Fall befragen. Ähm, das steht auf, äh, Herr Kohn. Ja? Können Sie den Bauchredner? Bin ich nicht. 34 Punkt, Jack. War ich nicht. Okay, okay. Ja, gut, äh, das ist eine Sache. Ähm, die andere Sache ist, ähm, wir haben ja, ich habe Ihnen ja einen Antrag geschickt bezüglich des, äh, Anwaltsherr Palmer und seinem Partner. Sie erinnern sich? Genau, ja. Ähm, ähm, Herr Palmer hat mich heute nochmal angeschrieben, äh, wie es denn jetzt aussieht. Und Herr Palmer und sein Partner sind unfassbar interessiert, dieses LSPD zu unterstützen und ich, äh, weiß, Sie haben den Antrag ja abgelehnt, aufgrund der Tatsache, dass Sie ja ein großes Stellenaufschreiben, äh, rausgegeben haben. Aber, ähm, das ist sehr wichtig, äh, für uns, ähm, dass LSPD, äh, oder falls Sie es vielleicht ein bisschen mitbekommen, hat das Problem, deswegen findet auch gerade eine Aktenschulung statt, dass, äh, sehr viele, äh, Verfahren eingestellt werden oder, äh, ne, außergerichtlich geklärt werden, aufgrund der Tatsache, dass, ähm, die Akten unvollständig sind. Oder, dass es da Probleme gibt oder die Gesetze nicht richtig verstanden wurden. Und deswegen war die Intention, diese zwei Anwälte als Berater fürs LSPD einzustellen und auch dafür zu sorgen, dass die, ähm, wenn jemand das LSPD verklagt, wie zum Beispiel heute ein ehemaliger Polizist, ähm, dass die uns dann beraten könnten. Jetzt ist die Frage, ähm, auch wenn Ihnen das wahrscheinlich nicht gefallen wird, aber das ist im Grunde eine Methode. Wir würden entweder, den, Herr Kohn, was hatten Sie für einen Vorschlag? Kooperationsvertrag. Also korrigieren Sie mich, wenn ich, äh, da falsch liege, aber in meiner kleinen Welt ist ein Anwalt ja ein ganz normaler Unternehmer. Der bekommt seine Lizenz von Ihnen, von der, von der Judikative ausgestellt, dass er eben entsprechend als Anwalt tätig sein darf, ist aber letzten Endlich ja privatwirtschaftlich unterwegs. Also der ist ja, der ist ja daran bemüht, Geld zu verdienen, indem er Aufträge heranschafft, durch Unternehmen, durch Privatleute, durch Pflichtverteidigung, was auch immer. Und, äh, da ist unser Ansatz an das Ganze, dass wir den entsprechenden Kooperationsvertrag, äh, ihm und seinem Partner oder seiner Kanzlei geben, äh, in der drinsteht, äh, dass er eben für das LSPD arbeitet, was er damit für Rechten und Pflichten hat. Und damit auch eine gewisse Exklusivität. Also sprich, dass wir, äh, beispielsweise dann in diesen Vertrag hineinschreiben könnten, dass er mit keiner weiteren staatlichen, äh, Stelle in dem Moment, äh, mehr arbeiten darf oder soll. Aber das liegt ja dann in seiner Verantwortung, weil er ja, wie gesagt, Unternehmer ist. Wenn er das Ding unterschreibt, verarbeitet, dann, äh, ja, committet er sich ja letztendlich da drauf. Mhm. Ist auch, ist auch richtig, äh, auch absolut nachvollziehbar. Äh, wir handhaben das hier, dass es hier eine, eine Lizenz gibt für die, für die staatliche Befähigung oder diesen staatlichen Arbeitsvertrag. Ähm, das heißt, sie handeln da nicht mehr rein privatwirtschaftlich. Und, äh, tatsächlich ist es hier so, ich hätte auch kein Problem damit zu sagen, es gibt jetzt Kollegen, die sind nur fürs LSPD zuständig, es gäbe Kollegen, die nur fürs Sheriff's Department und so weiter zuständig wären. Und, äh, wir haben die Kapazitäten aktuell gar nicht, dass wir jetzt gerade zwei Kollegen, das ist ja dann auch der Fall hier, äh, nur für das LSPD zuständig lassen sein sollen. Und, äh, wir haben dann aber niemanden mehr fürs, äh, Sheriff's Department und, äh, und fürs FRB. Deswegen war der Vorschlag, ähm, das war auch das, was ich damals in der Stellenbeschreibung, äh, mit veröffentlicht hatte, ähm, eine, äh, Hybridstelle zu schaffen, äh, dass dann noch der zusätzliche Aufgabenbereich ist, gerade wenn es jetzt zwei Kollegen sind, wo sich das anbietet, äh, nicht nur LSPD, sondern auch SD und, äh, ähm, FRB. Okay, und was ist die, was ist, wenn die Anwälte das nicht möchten? Das ist ja die Frage. Ich meine, sie setzen das ja jetzt voraus. Sie sagen ja entweder das oder gar nichts. Ja, ja, so ist es tatsächlich. Ja. Also, was wir machen könnten, wäre, dass wir einen Kollegen, ähm, komplett von seiner Tätigkeit hier innerhalb, äh, der Justiz los sagen, der dann nur, der auch direkt bei Ihnen angestellt ist. Ja. Ähm, aber da kann ich, wie gesagt, nur einen freigeben. Okay, aber verliert dieser dann seine Lizenz? Nee, nee, der wäre dann, wir könnten das dann so handhaben, dass der dann, äh, bei Ihnen angestellt ist, aber seine, äh, seine Lizenz quasi auch recht erhält. Okay, ja gut, das ist ja schon mal ein Ansatz. Das wäre doch schon mal ein Ansatz. Ähm, Herr Baumann, korrigieren Sie mich, aber grundlegend, also der Sachverhalt, wenn das, ähm, LSPD verklagt wird als solches, also als staatliche Einrichtung, dann, ähm, wird das LSPD doch meines Wissens nach eigentlich von einem Staatsanwalt vertreten. Nicht, dass ich wüsste. Es geht in dem Fall, es geht in dem Fall ja auch mehr darum, dass, dass die Kollegen hier, so wie ich das jetzt rausgehört habe, auch jemanden haben, der, der auch vor Ort begleitet spricht, Fragen klären kann, wie direkt an sich, äh, sich das Akten, Entschuldigung, was Sie jetzt gerade angesprochen hatten, Herr Weiß, ähm, und, äh, die Rechtsbetreuung in dem Sinne macht. Nein, nein, äh, es geht schon darum, dass, wenn jemand das LSPD verklagt, äh, der Anwalt dann auch, ähm, für das LSPD einschließt. Also im Großen und Ganzen ist es so, wenn einzelne Parteien, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sie verklagt, dann werden sie natürlich als solche Person nicht, ähm, vom Staat vertreten, sondern müssen sich dem entgegen einen Anwalt nehmen. Wenn eine Person aber, ähm, ja, ich sag mal, das komplette LSPD, also die Einrichtung des LSPDs verklagt und dadurch, dass das LSPD eine staatliche Einrichtung ist, wird das LSPD wie der Staat, ähm, von einem Staatsanwalt vertreten. So ist es, so ist es in der Regel auch. Wir haben jetzt, äh, wie gesagt, zusätzlich dieses Konzept geschaffen, dass Justiziare ausgewählt werden. Deswegen würde das dann mit dazwischen greifen, dass wir die, dass wir die Kapazitäten als auch regeln können. Ist Staatsanwalt nicht ein Ankläger und kein Verteidiger, was, äh, jetzt eine staatliche Institution angeht? Weil letztendlich, wenn sie das LSPD anklagen, klagen sie ja den Kopf des LSPDs an. Der Unterschied zwischen Anwalt, Staatsanwalt und Richter ist, dass der Anwalt die Privatpersonen und privaten Unternehmen vertritt, der Staatsanwalt den Staat vertritt und dann Richter entscheidet. Das heißt, wenn das LSPD klar als, ähm, Vorzeugeperson oder als der Vertreter des LSPDs in dem Moment herweist, natürlich als, ich sag mal, aussagekräftige Person im Zeugenstand sitzt oder als, ähm, Angeklagter oder Kläger, ähm, ist ja nur eine präsentative Erscheinung und nicht das LSPD, also der LSPD, das LSPD, also der LSPD, das LSPD. Er erleichtert das LSPD. Ja, das ist richtig, aber er repräsentiert ja das LSPD als staatliche Fraktion, genauso wie Herr Bauman als Chief of Justice, ähm, die Judikative, die Justiz vertritt, wäre es so, dass ein Staatsanwalt, sollte das, ja, die Justiz mal verklagt werden, durch Herr Bauman vertreten wird und das LSPD halt eben halt durch Herrn Weiß, dadurch, dass aber die Klage nicht direkt an Herrn Weiß gerichtet ist, sondern an das LSPD wird da der Staatsanwalt sozusagen zum Anwalt von dem LSPD, also er hat, den Staatsanwalt ist für alle staatlichen 99, also wie dem auch sagt, wir haben, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, äh, den Justiz ja einzusetzen und dem steht jetzt auch nichts entgegen, ähm, und, äh, also, äh, um die Kollegen in der Staatsanwaltschaft davon jetzt auch erstmal außen vor zu lassen, äh, ist die Regelung schon ganz sinnvoll, dass wir hier jemanden vor Ort haben, der, ähm, ähm, dann auch die, ja, Mandantenbetreuung, Rechtsvertretung mit übernehmen können, ähm, aber da, wie gesagt, da ist das, das Maximale, ich kann Ihnen einen der Kollegen entbehren, ähm, wenn jetzt, je nachdem der andere Kollege auch, äh, sich anderweitig für eine solche Stelle interessiert, dann haben wir noch das SD offen und das FRB, aber es steht da nicht ein Interessenskonflikt, Sir, also passen Sie auf, das Problem ist, wir haben, ähm, ich, ich spreche das jetzt mal direkt aus, ja, wir hatten letztens eine Polizeiparty und da standen wir dann mit, ähm, einigen Cops und zwei Herrschaften vom FRB haben sich dazugesellt ohne Einladung, aber das lassen wir mal außen vor und, äh, die haben dann auf der Party uns zur Rede gestellt, während wir privat dort waren, warum das FRB und das LSPD nicht so gut zusammenarbeiten. Wir haben mit Herrn Douglas, äh, letztens ein sehr langes Gespräch gehabt, uns ist im Interesse, dass alle staatlichen Parteien sehr gut Hand in Hand arbeiten und so weiter, wir haben mit Herrn Douglas auch klipp und klar ausgemacht, wir fangen bei Null an, wir sorgen dafür, dass wir die Leute hinter Schloss und Riegel bringen, das FRB unterstützt der Cohen auch sehr, sehr gut, ähm, also, ne, ist in Formen an. Dann kommt halt ein, äh, Kollege zum, zum, zur Party und erzählt vom FRB im Dienst, ich zitiere, ich will heute Muschis lecken, ja, so, äh, wir haben ihm dann die Anweisung gegeben, dass er sich bitte entfernen soll und so weiter und so fort, letztendlich ist es so, dass diese Leute dann eine interne, eine interne, das hatte ich ja schon öfter, wie Sie wissen, äh, Beschwerde einreichen und das geht dann an den internen Ermittler und das geht dann an den Staatsanwalt und der Staatsanwalt steht dann hier und hält mir eine Predigt oder ich kriege eben von Ihnen einen Wisch, dass ich suspendiert bin. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir jetzt jemanden hier haben, der uns dann vertreten kann in solchen Situationen und sein Partner wiederum ist beim FRB und vertritt eben diese Intentionen, dann ist es ja so, dass dann ein Interessenskonflikt zwischen diesen beiden Parteien entsteht und das sind ja letztendlich Partner, verstehen Sie? Und ich glaube nicht, dass Sie das wollen. Ja, absolut richtig. Es soll, es soll, äh, solche Formen, dass es überhaupt zu einem rechtlichen Fall kommt, äh, zwischen den Exekutivlörern, das heißt zwischen FRB, SD oder PD, dazu soll es gar nicht kommen. Wenn Sie so einen Fall haben, dann muss ich auch nochmal mit den Kollegen der Staatsanwaltschaft sprechen, dann, äh, geht das direkt zur Richterschaft. Also das, äh, äh, brauchen wir hier gar nicht und dazu kann es gar nicht kommen, dass, dass es da irgendwie so eine rechtliche Auseinandersetzung geben kann. Ja, haben Sie ja. Aber es passiert ja, das ist ja das Problem. Ja, eben. Ne, aber dann, dann ist es, äh, man kann es auch als Interessenskonflikt betiteln, dass wir da jemanden haben als Schnittstelle zwischen den Exekutivbehörden. Ähm, man kann das, man kann das aber auch einfach als ein Auseinanderzugehen formulieren, dass wir einfach eine Schnittstelle haben für jemanden, der in allen Bereichen zuständig ist, um einfach auch aufzuzeigen und von offizieller Seite auch zu zeigen, dass es die Möglichkeit, dass es die gar nicht geben soll, dass es hier zu irgendwelchen rechtlichen Fällen innerhalb der eigenen Instanzen kommen kann. Ja, das haben wir ja mit dem, mit den internen Ermittlern versucht. Und wissen Sie, was passiert ist? Die hängen mit den Gangs zusammen und arbeiten auf einem Kräuterfeld. Nichts ungutes, Herr. Also, einer dieser, äh, internen Ermittler, den haben wir letztens gesehen, äh, wie der anscheinend sehr, sehr dicke mit den Leuten der Grove Street ist, ja. Ja, und, äh, es sind Informationen wohl rausgesickert, die sehr, sehr intern waren. Unter anderem meine Suspendierung, die eigentlich nur drei Leute wussten. Und die Grove Street, äh, oder die Bewohner dieser Straße wussten ja früher von Bescheid als ich. Und der Kreis war damals sehr, sehr klein. Ähm, deswegen sehe ich das als sehr kritischen Punkt, so, weil wir haben es ja schon mal versucht und es ging ja deutlich in die Hose, ja. Ja, haben Sie, äh, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, haben Sie das schon mal bei Herrn Anderson angesprochen? Ähm, ja, wir haben mit Herrn Anderson schon öfter gesprochen, aber das ist so, das geht links rein und rechts raus, weil, Problem ist, ja, Entschuldigung. Ja, sagen Sie es, Herr Kohn. Problem ist, dass gerade einer dieser internen Ermittler, dass auch gegen, wir gegen den ermittelt haben oder immer noch ermitteln, weil da auch noch was anderes im Raum steht. Er hat das zwar so zur Kenntnis genommen und dann auch gebeten, dass wir ihn darüber informieren, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas, also, ich möchte ihm jetzt nichts vorwerfen, aber, verstehen Sie, da, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so richtig weiterkommt oder ankommt. Ähm, und ich sehe es auch, ehrlich gesagt, ziemlich kritisch, dass die Staatsanwaltschaft die oberste Ermittlungsbehörde hier in diesem Staat ist und damit urteilen kann, gerade dann bei solchen internen Ermittlern, die offensichtlich Probleme machen und damit ja auch einfach ein Stoppschild hochhalten kann, wenn wir da ermitteln und sagen, nö, das wird nicht weitergemacht. Genau, was Herr Kohn sagt, das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Äh, das wollte ich Ihnen nämlich auch noch sagen. Im Gesetz ist ja verankert, dass die Staatsanwaltschaft von uns, ähm, äh, also die können die Akteneinsicht behandeln oder müssen alle Akten von uns kriegen, ja, damit die nämlich wissen, welchen Ermittlungsstand es gibt. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, denn, das sage ich Ihnen jetzt unter uns, äh, wir haben in einem Fall ermittelt, dass Herr Malone, ähm, wohl auch, äh, in irgendwelche Sachen verzettelt oder sich verzettelt hat, ja. Und, äh, wenn wir diese Akte logischerweise weitergeben, können Sie sich ja ausmalen, was damit passiert. Deswegen müssen wir das eigentlich gegen dem Gesetz machen, was wir nicht tun, weil wir reichen ja aktuell immer alles weiter und deswegen hat Herr Malone auch schon Wind davon bekommen. Äh, wir müssen, um dagegen ermitteln zu können, natürlich eine Handhabe haben, ja. Und dass die Staatsanwaltschaft über dem LSPD-Gesetz ist, ist ein großes Problem. Das sollten zwei unabhängige Behörden sein, ja. Ja, also das sehe ich sehr, sehr kritisch. Ja. Wenn, wenn Sie eine solche Ermittlung haben, jetzt zum Beispiel, äh, sei es eine Ermittlung gegen einen betreffenden Staatsanwalt oder ähnlichen, dann, äh, entweder sprechen Sie das mit Herrn Anderson direkt im Vertrauen ab, also, das heißt wirklich dann im Vier-Augen-Gespräch oder laden ihn hier zu Ihnen ein, sodass, äh, dann die betreffende Person oder der Tatverdächtige nichts davon mitbekommt. Ähm, oder Sie leiten die Sachen dann, wenn es jetzt, äh, äh, ein, ich sag mal, ein höheres Amt betrifft, äh, direkt an die Richterschaft oder, beziehungsweise zum Chief of Justice weiter. Ja, ja. Was sagen Sie dazu, Herr Cohen? Naja, weil das, äh, verstehen Sie, das Problem ist halt, klar, ich kann das am Ende geben, ich glaube auch, dass man dem Herrn Anderson da vertrauen kann, aber es ist halt trotzdem immer noch die Gefahr, dass, äh, zum einen irgendwas durchsickert, da irgendjemand das bekommt, was, der ist nicht der, oder da an Informationen kommt, die er nicht erhalten sollte und damit dann unsere Ermittlungen letztendlich, weil das heißt ja auch, man muss die quasi instant weitergeben, sobald man da Kenntnis hat, muss man ja seine Ergebnisse schon weitergeben. Irgendwie, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden oder sowas steht, glaube ich, im Gesetz oder ich weiß es gar nicht. Ähm, das ist halt sehr, sehr schwierig und, ähm, klar, ich kann das an die Richterschaft weitergeben, aber trotzdem steht im Gesetz, dass mein Vorgesetz da sozusagen die Staatsanwaltschaft ist und wenn mir die Staatsanwaltschaft Druck macht und sagt, hier, da wird nicht weiter ermittelt, muss ich dem eigentlich nachkommen. Und da sehe ich halt, wie gesagt, das ganz große Problem, dass da Straftaten potenziell, wie gesagt, ich will da gar keine Vorwürfe erstmal machen, wo das Straftaten potenziell unter den Teppich gekehrt werden könnten, wenn da die falschen Leute in der Staatsanwaltschaft sind. Und wie gesagt, wir haben da leider einen Personenkreis, gerade im Bereich der internen Ermittler, ähm, wo wir davon ausgehen müssen, dass da schwarze Schafe dabei sind. Ich nenne mal ein Beispiel, es gab ein sehr langes Telefonat zwischen mir und der Malone und, ähm, der hat mir dann klipp und klar zu verstehen gegeben, ähm, da sollten sie auf jeden Fall ein Auge drauf haben, ähm, der hat mir klipp und klar zu verstehen gegeben, dass die Grove Street Bewohner wohl sehr mit ihm sympathisieren und die ganzen Gangs auch. Ähm, dass die, dass die bitte was? Dass die... Sympathisieren. Okay. Und, äh, dass die Staatsanwaltschaft, so hat er es gesagt, wortwörtlich eine Safe Zone ist und wenn ein interner Ermittler, äh, vermisst wird, dann rückt die Grove Street aus und sucht diesen internen Ermittler für Herr Malone. Aber ist es nicht letztendlich unser Job, also die Polizei, diesen dann zu suchen und nicht eine Straßengang, wo wir Akten ohne Ende haben? Nein, diese Verbindung ist höchst kritisch. Und wie gesagt, das ist nicht nur, das ist nicht nur dieses, sondern es ist eben auch ein interner Ermittler, der eben potenziell vorgeworfen wird, eine Person angeschossen zu haben aus einer Racheaktion. Also es gibt da verschiedenste Sachen. Das hat Herr Malone zu Ihnen am Telefon gesagt? Das hat Herr Malone zu mir am Telefon gesagt. Ja. Und wenn Sie jetzt das mit den internen Ermittlern, was Herr Cohen auch, ähm, Ihnen jetzt vorgetragen hat, eins und eins, äh, zusammenzählen, ja, äh, dann sollten Sie da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bedacht vorgehen, weil wir, ähm, haben halt ein bisschen Angst, dass, wissen Sie, das Problem ist, wir haben sehr viele Polizisten hier im Dienst, jetzt im LSPD, ja, hier arbeiten um die 20 bis 30 Leute inzwischen. Und es ist sehr demotivierend für den Polizisten, wenn die einen Fall betreuen, eine Akte fertig machen, diese Akte weitergeben und wissen, oder, oder immer das Feedback bekommen, abgelehnt, oder, ne, Verfahrensfehler oder das und das. Ich erwarte von der Staatsanwaltschaft eigentlich, und ich frage mich, warum das in diesem Staat nicht der Fall ist, dass eine Staatsanwaltschaft hingeht und sagt, da ist ein Fehler, äh, an den Kollegen, den und den, überprüfen Sie das nochmal und schicken Sie mir das nochmal neu. Also, dass ein Biss da ist, die Gangster auch hinter Schloss und Riegel zu bringen. Aber ich persönlich habe den Eindruck, dass Staatsanwalte förmlich danach suchen, den Gangstern auf der Straße einen Freifahrtschein zu geben, wie Herr Cohen ja auch gerade Ihnen schon mitgeteilt hat. Deswegen müssen wir dringend gucken, dass da ein sehr klärendes Gespräch kommt, weil da, wo ich herkomme, kenne ich das nur, dass eine Staatsanwaltschaft mit Biss und Ehrgeiz daran geht, die Leute hinter Schloss und Riegel zu kriegen. Wissen Sie? Ja, ja, ich verstehe das. Und nicht das Gegenteil. Ja? Ich, 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 äh, wir haben noch einen Termin mit Herrn Anderson. Nicht heute, aber wir werden das mit ihm besprechen. Ja. Was wir auch mit ihm besprechen, ist das, was Sie gerade zu Herrn Malone gesagt haben. Das würde ich auch nochmal bei Herrn Anderson ansprechen, welche Hintergründe das hat. Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil sollte das, sollte, sollte das so sein, also, äh, sorry, aber, da kann ich jetzt nicht drüber lachen, äh, auch wenn ich es nicht will, aber das, äh, geht auf keinen Fall. Ja, ganz schwierig. Also, Sir, warum sollte ich Ihnen jetzt eine Lügengeschichte erzählen? Das hat er mir eins zu eins auf dem Telefon gesagt und jetzt nehmen Sie das, was, ähm, wenn Sie sich Herrn Malone mal optisch angucken, der passt schon, also, ich möchte nicht jemanden über seinen Kleidungsstil herunterbrechen oder so, aber er passt schon wirklich so da rein, dass die Leute ihn auch wirklich auf der Straße respektieren, weil er sich dem anpasst. Verstehen Sie? Und, ähm, auch seine Gestiken und seine, 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 seine Art und Weise. Was jetzt anpasst? Äh, äh, dem Kleidungsstil, der, der, der Kommunikation, ähm, wir hatten letztens diese Polizeiparty und, äh, Herr Malone ist schon ein sehr, sehr beeindruckender Tänzer, wissen Sie? Aber das ist ja was Privates, egal. Was ich Ihnen eigentlich damit sagen möchte, ist, wir haben, wir haben halt ein sehr schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache und wir möchten einfach nur, dass da wirklich, ähm, einmal klipp und klar das Wort gefasst wird von der Staatsanwaltschaft oder von Ihnen und dass der Malone einmal von Ihnen oder der Staatsanwaltschaft selber durchleuchtet wird, damit wir mit ruhigem Gewissen da auch unsere Anken hinschicken können. Ja? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das Gewissen sollen Sie auch haben. Ja. Ja. Wir besprechen das mit Herrn Anderson ähm, und kümmern uns darum. Okay. Und, äh, Sie sprechen noch mal mit Herrn David oder Herrn, und Herrn Palmer, beziehungsweise Sie können die beiden auch gerne noch mal zu mir kommen, dass ich dann auch noch mal mit denen sprechen kann oder die Gelegenheit dazu habe. Ja. Ähm, was wir maximal machen könnten, es ist wie gesagt, äh, dass einer von denen, äh, hier bei Ihnen komplett wirken kann und angestellt ist, ähm, aber nicht beide. Ähm, Ja, ansonsten vorzugsweise, weil die beiden ja auch aktuell zusammen in einer Kanzlei arbeiten, dass sie dann einfach ihr, das Geschäftsfeld erweitern und nicht nur für das LSPD zuständig werden, sondern auch für das SD. Dann haben sie nun mal einen Termin mehr in der Woche, wo sie dann zum SD müssten, ne? Ja, das wäre in Ordnung. Drei Vereins, ein gut eins, holen LSPD den Herrn SD ab. Ja, das wäre so das Angebot. Ja, okay, dass beide Anwälte praktisch für das LSPD und dem SD arbeiten würden. Genau. Das wäre ein Kompromiss. Ja. Ja, das klingt auch gut. Okay. Können Sie mir das schriftlich schicken? Das können wir machen. Beziehungsweise gibt es ja da die Stellenausschreibung. Ja. Für den Justiz, ja. Die wäre quasi die schriftliche Bestätigung oder das Angebot dazu. Aber das gilt dann auch für das FRB, oder? Das gilt dann auch für das FRB, richtig. Aber was ist, wenn wir einen Anwalt nehmen, der als Polizist eingestellt wird, allerdings in der Administration und einen, aber er hat doch dann weiterhin seine Anwaltslizenz, ist das richtig? Genau. Das haben wir doch vorhin besprochen. Er gilt doch dann als Rechtsbeistand. Oder ist das falsch? Das ist ja auch Rechtsbeistand. Also ich muss auch nochmal vorhin, also ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber ich sehe nicht, dass ein Staatsanwalt eine staatliche Behörde vertreten. Ein Staatsanwalt ist, und das steht ja auch so in der StPO, ist Ankläger. Genau. Deswegen. Der legt fest, wer angezeigt wird und wer nicht. Also der ist nicht derjenige, der in der Rechtsvertretung dann für eine staatliche Institution ist. Ist auch richtig so. Deswegen steht auch so in der StPO drin, deswegen gilt auch das Angebot des Justiziens. Also wie gesagt, wenn Sie das Bedürfnis haben, dass Sie jemanden direkt hier einstellen, der nur für Sie zuständig ist, dann können wir das mit einem Kollegen machen, aber nicht mit beiden. Ja, verstehe. Okay. Deswegen sprechen Sie mit den Kollegen. Wir können uns auch nochmal alle zusammen an den Tisch setzen, oder die Kollegen können auch nochmal gerne zu mir kommen, dass wir uns besprechen können, dass wir da irgendwie einen Kompromiss finden. Okay, wunderbar. Herr Kohn, haben Sie sonst noch ein Anliegen? Ah, ich hatte eine Frage. Das meine ich direkt. Die letzte Frage, Entschuldigung, das wollte nicht unerflich sein. Wie sieht das aus mit der Gewerbeordnung? Die gibt der Staat ja raus, richtig? Genau. Ist es möglich, dass das LSPD über eine Verfügung eine Verfügung beantragen kann, dass wir ein Gewerbe sperren, aufgrund der Tatsache, dass wir die Vermutung haben, dass die Betreiber die Einnahmen des Kontos des Unternehmens dafür nutzen, um kriminelle Aktivitäten durchzuführen? Ich hatte gestern eine ziemlich lange Unterhaltung tatsächlich mit dem Inlass drüber gehabt, weil da kamen halt gerade solche Dinge zur Aussprache. Und zwar arbeite ich gerade beziehungsweise werde jetzt in Zukunft einen neuen Gesetzesvorschlag für die Gewerbeordnung einreichen. Also einen komplett überarbeiteten Vorschlag und werde dann diesen an Herrn Bowman weiterleiten und der wird diesen dann dementsprechend an die nächsthöhere Ebene weiterleiten, um halt eben halt solche Fälle wie zum Beispiel kriminelle Aktivitäten innerhalb von Gewerben oder ich sag mal Gewerbetreibende, die wiederholt straffällig werden, eben halt, dass wir da eine Handhabe gegen haben. Die haben wir ja aktuell mit der aktuellen Gesetzeslage eben halt nicht. Da wird aber etwas kommen, was dann aber auch dementsprechend berücksichtigt, welcher Aufwand dahinter steckt, um eben halt an ein solches Gewerbe zu kommen. Ja, weil das Problem ist, sie schaden den Leuten nicht mit einer Haftstrafe. Sie schaden den Leuten mit ihrem Besitz. Mit ihrer Existenzgutlage. Ja, wenn du dir Geldherr dazu drehst. So, und wenn wir jetzt sagen, beim Vanilla Unicorn oder Ryan Rimes, wenn wir das Ryan Adventures Unternehmen erstmal auf Eis legen während den Ermittlungen, dann würden wir auf jeden Fall deutlich weiterkommen. Genau, Sie erinnern mich an eine Sache, das ist der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte. Die Balance zwischen dem Gesetz ist aktuell etwas seltsam. Also, wir haben zum Beispiel einen Tankpreller. Der kriegt eine Strafe von 10.000 Dollar. Ja. Und eine bestimmte Haftzeit. Und diese Haftzeit beläuft sich, glaube ich, auf 10 Stunden, wenn er diese 10.000 Dollar nicht bezahlen kann. Und diese 10 Stunden, darin können wir nichts rütteln. Weil das Gesetz sagt uns ja, das ist es. Ja, wir können da nicht, wir haben keine Handhabe. Genau, da kam heute ein Beschluss dazu, den habe ich vorhin veröffentlicht. Ja. Auch in den Polizeikanälen. Ja. Und zwar wurde dieser Wert wieder auf den ursprünglichen, den wir früher hatten, auf 2.500 pro Stunde hochgesetzt. Ja. Bei dem Beispiel Tankpreller, das war damals, in dem alten Gesetzestext war das ja ein minderschwerer Fall. Ja. Das ist jetzt aktuell noch nicht. Okay. Das heißt, wenn jemand diese 10.000 nicht zahlen kann, muss er dann seine vier Stunden absitzen. Okay. und, aber die muss er bei Bewusstsein machen, ja? Nein. Nein. Okay. Okay, gut, das wollte ich eigentlich nur wissen. Muss er nicht? Okay. Wenn er nicht, mir wurde auch so gesagt. Also, aber ich finde, zweieinhalb Tausend, das sind vier Stunden, wenn man die nicht, also das ist schon, aber das ist ja kein, also das ist ja keine Strafe. Ja, dann legt er sich hier einmal schön schlafen und wird morgens wieder rausgelassen und macht es gerade nochmal, also, das ist schwierig. Na, wir können ja einem Gefangenen nicht vorschreiben, ob er jetzt schläft oder nicht. Nö, natürlich nicht. Der soll schlafen, aber die Schlafzeit sollte einfach nicht an die Haftzeit angerechnet werden. Weil, dann schläft er ja so vor sich hin, wissen Sie, im Schlaf vergeht die Zeit schneller. Aber das ist ja Grundbedürfnis, das können wir denen, nein, das soll er machen, wie gesagt. Das soll er machen, aber dann vergeht ja, Sie wissen ja, wenn man träumt, da vergehen ja acht Stunden nicht wie acht Stunden, sondern da ist man ja dann, keine Ahnung, also, finde ich schwierig. sowas können wir nicht machen. Also, wenn wir jetzt jemanden haben, wo es, der quasi verurteilt wird, im Rahmen einer Anklageerhebung, einem Gerichtsverfahren und dann seine Haftanheiten bekommt, dann wird er richtig an die JVA überstellt und Streife zwei und drei. Sitz dann dort seine Zeit ab, aber wenn Sie unten jemanden in der Zelle haben, dann, ja, wie gesagt, dann können Sie ihm ja nicht seine Grundbedürfnisse nehmen, das heißt, der sitzt dann seine vier Stunden jetzt bei dem Beispiel ab und dann hat sich das ledig. Das Problem ist, wir packen den in die Zelle, ja, sagen so, du sitzt jetzt hier vier Stunden, weil du keine Ahnung, was gemacht hast, so. Dann sagt der, ja klar, kein Problem, ich lege mich hin und gehe pennen. Zwei für zwei, kurz zwei sind doch egal. Dann pennt er acht Stunden bis zum nächsten Tag und ringelt dann oben an der Leitstelle durch und sagt, so, ich war ja jetzt acht Stunden hier drin, ihr könnt mich rauslassen. Verstehen Sie? Das ist das Problem. Also, das ist ja schlafen, wir wollen nämlich den Schlaf verbieten, aber die Schlafenszeit sollte nicht an die Haftzeit angerechnet werden, weil damit macht er sich es ja relativ easy, ne? Weil dann geht er abends hier ins Bett, liegt acht Stunden da unten rum und kann wieder raus und ich sage mal acht oder zehn Stunden, wie lange der dann da unten drin liegen würde, ist ja auch eine lange Zeit, das heißt, da wäre ja eine relativ große Strafe schon mit abgedeckt, wenn der dann einfach mal zehn Stunden dann da unten pennt. Und dann erst abends wieder aufwacht. Dann wäre ja quasi jedes Verbrechen in einer Nacht gesühnt oder jede größere Haftstrafe. Das meine ich. Kann ich nachvollziehen bei der Thematik. Da ist es aber tatsächlich so, wenn jemand in die JVA kommt, dann ist es was anderes. Wenn das über ein Urteil läuft, wenn Sie hier unten jemanden in der Zelle haben, dann muss das aber so, wie ich es gerade erwähnt hatte, ausgeführt werden. Okay. Okay. Das wäre dann keine richtige Haftstrafe. Aber gut. Nur, in der Regel ist es ja so, also, womit, oder wie überprüfen Sie denn, ob die Person zahlungsfähig ist oder nicht? Ob er es sagt, wir können ja schlecht das Konto pfänden, wir fragen ihn, können Sie das zahlen, ja oder nein? Wenn er sagt nein, dann muss er halt sitzen. Okay. Ja. Na klar, Mann, ich weiß nicht, aber das Problem ist, das Gesetz gibt ja sowas wie Pfändung und so weiter nicht her, sonst würde ich sagen, gut, nehmen wir ihn mit dem Supersportwagen ab, aber wir haben leider keine Pfändung mit drin. Das wäre ein sehr, sehr guter Punkt, wenn es eine Pfändung geben würde für bestimmte Straftaten. Weil, ich sage Ihnen, manchmal haben wir Leute hier sitzen, ja gut, dann zahle ich das halt. Kostet mich, also kostet mich ein paar Tausend, aber es ist egal. Das ist ja keine Strafe, verstehe ich Sie, wenn die da 5.000 Dollar zahlen müssen. Mal Abfragehalter. Ja gut, aber dann haben wir ja jetzt, wenn Sie das jetzt auch seien, dann haben wir ja jetzt in beiden Fällen keine Strafe. Also egal, ob Sie es jetzt absitzen oder ob Sie es bezahlen. Da steht ja jetzt im Widerspruch. Was meinen Sie? Na, weil Sie, Herr Korn, haben ja gerade gesagt, es ist ja keine Strafe, wenn die Person jetzt das Geld nicht bezahlt und die Haftstrafe dann absitzt. Ja, und die Haftstrafe verschleift. Sie haben ja jetzt gerade gesagt, manche bezahlen es einfach so und das ist dann auch keine Strafe. Ja doch, weil er weniger Geld auf dem Konto hat. Beim anderen Fall hat er das Geld noch auf dem Konto und ist schön ausgeruht, wenn er morgens wieder aufwacht und aus der Zelle marschiert. Das ist das Problem. Verstehen Sie? Ja, weil Sie jetzt beides angesprochen haben. Ja, gut, dann habe ich mich missausgerüht. Also, äh, dürfte die Baustelle Stadtmitte sein. Ich nehme das auf jeden Fall beides nochmal mit. Ich streife halt. Würde das auch zum, dieses Thema Fendung, was Sie gerade angesprochen haben, würde ich jetzt einfach auch nochmal mit aufnehmen. Das wäre super, ja. Und das weitergeben. In diesem Beschluss, den Sie bekommen haben, da sind auch noch ein paar andere Dinge mit drin gewesen. Für Sie, vielleicht ganz ehrlich, Frau Morell hatte mir einen Antrag eingereicht in die Differenzierung zu polizeilichen Maßnahmen nochmal extra aufzuführen. Ich hätte das jetzt auch nochmal mit beantragt und das ist jetzt auch in der aktuellen Gesetzgebung mit drin. Okay. Perfekt. Also da nochmal herzliche, ich dachte, sie wäre jetzt hier mit anwesend. Herzliche Grüße an, Frau Morell. Ja, die ist jetzt ab 22 Uhr heute da. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt mit aufgeführt, ne? Dass das nochmal klar definiert ist, weil sie nochmal die Problematik der... Hallo, Entschuldigung, dass ich störe. Da ist irgendjemand eingesperrt, der sich dazu ausgibt, dass er gerade hier drin war. Können Sie das bitte kurz bestätigen, weil ich nicht einfach die Tür aufmachen möchte? Äh, mit hellem Anzug, ja. Ja, ja. Okay, check. Gut, danke, check. Der Formulierung über die Kommatrennung, das ist jetzt aber dementsprechend aufgenommen. Ja, schön, perfekt. Okay. Das ist doch super. Das war doch ein produktives Treffen. Auf jeden Fall. Also, wir reden nochmal mit der Staatsanwaltschaft und ich kümmere mich um die Ideen, die Sie mir jetzt noch nahegelegt haben und Sie sprechen nochmal mit den beiden Kollegen und schauen nochmal, dass Sie diese Fallaktennummer bekommen, über die wir vorhin gesprochen hatten. Ja, wunderbar. Warten Sie, dann rufe ich den Herrn Baum... Den Herrn Baum, meinst du ja schon? Sie stehen ja hier. Ja, ich stehe hier schon bei Ihnen. Ich rufe den Herrn Anderson mal eben an, weil ich da eine Frage wegen Herrn Moscher noch habe. Ich frage ihn aber, ob er eben noch kurz herkommen kann. Er müsste irgendwo hier in der Ecke sein, ne? Ja, ich habe... Er weiß es auch. Herr Anderson, wie geht's Ihnen? So weit so gut. Wir haben gerade Ihre Leute geschult. Habe ich schon gehört. Wunderbar. Wo sind Sie gerade? Noch vor dem PD-Eingang. Wollen Sie mal kurz ins Captain Office kommen? Der Herr Baumann ist hier und ich hatte eine Frage an Sie, die möchte ich ungern am Telefon klären. Ich komme auch. Super, vielen Dank. Captain Office ist es oben oder unten? Ja, unten. Unten, unten. Ja, ich bin gleich da. Bis gleich. Ah, schon hier vorne. Wunderbar. Ich glaube, dieser Termin war, glaube ich, sehr, sehr gut mal. Ja. Das war eine Aktenschulung, richtig? Ja. Herr Anderson. Hallo, vielen guten Abend. Vielen guten Abend, Herr Anderson. Eine Frage hätte ich. Sie haben ja den Fall betreut mit Herrn Moscha, richtig? Mit der... Da gibt es viele. Ja, ja. Nein, mit den Zeugenschutzprogrammen, meine ich. Ja. Hat er eine neue Identität schon bekommen? Ja. Okay. Ja, weil das Ding ist, wir fragen uns gerade, wie das jetzt aussieht mit dem Fall, wo wir diese ganzen Personen noch befragen werden. Sie wissen ja, worum es geht. Und ob ein Gerichtsprozess überhaupt stattfinden kann, wenn der Kronzeuge gar nicht da ist. Gute Frage. Was sagt denn die Richterschaft? Wir haben ja die entsprechenden Aussagen. Ja, es waren fünf Polizisten dabei, die sich... Dass man eine Person, die im Zeugenschutz ist, dann nicht unbedingt wieder dahin zerrt, kann ich ja durchaus verstehen. Ja, also den kriegen wir auch nicht mehr, weil das weiß niemand mehr. Ja, deswegen. Es kennt niemand seine derzeitige Identität. Und ich sag mal so... Ist der denn komplett untergetaucht? Gibt es nicht die Möglichkeit, dass wir den dann im Rahmen der Gerichtsverhandlung, wir müssen den ja nicht öffentlich vorführen, sondern wir können den ja... Der würde nie kommen. Der würde nie kommen. Und der würde auch nie das in Betracht ziehen, da irgendwie nochmal mitzuspielen. Denn ich glaube, der hat so einen Schiss um sein Leben gehabt. Naja, aber das muss ja eine Auflage seines Zeugenschutzprogramms sein. Nicht, dass ich wüsste. Also, ich weiß doch nicht. Er muss sich ja trotzdem noch richterlichen Verfügung stellen. Kennen Sie dessen Identität? Nein, tatsächlich nicht. Aber das sollte man vielleicht... Selva B auch nicht. ...dass man das künftig irgendwie verankert, dass es wenigstens der Chief of Justice heißt. Naja, ich sag mal so, der Herr Bowman kann sicherlich zur Stadtverwaltung beziehungsweise zu der Behörde gehen, die das veranlasst hat und erfährt dann den Namen. Dass die sich dann im Verdeckten vielleicht nochmal treffen, um gezielt nochmal Aussagen aufzunehmen, sollte dann so gehen. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Kronzeuge ermordet wird, deswegen kann der Prozess jetzt auch nicht sterben. Richtig. Aber wir haben die Aussagen. Wir haben die Aussagen. Ja. Das ist alles vom FIB und PD wohl ganz genau dokumentiert. Ja gut, das hilft uns ja schon mal weiter. 3, Code 5 an der Baustelle. Amigo! Herr Cohn, schicken Sie den Mann mal da weg. Ach Gottes Willen, er ist doch hier kein Zoo. Ne, also Amigo. Sonst müssen wir uns anders verletzen. Wenn wir jetzt den Herrn nicht persönlich erwischen, dass wir, wir haben ja die umfangreichen Aussagen vorliegen, dass wir das dann anders lösen, um die mit einzubinden. Ja. Also unsere Detective Unit hat die ganzen Aussagen aufgenommen und wir haben tatsächlich auch alle Verbindungsmänner, alle Leute, die dort involviert waren. Wir haben das ganze Programm. Also aber selbst, wenn sie Kontakt mit dem wieder aufnehmen, ja, ich würde nicht raten, den vor Gericht zu schleifen. Also als Zeuge oder wie auch immer. Weil dann war das im Endeffekt dann alles für umsonst. Ja, ja. Ne, wenn wir die Aussagen haben, dann ist das doch schon mal sehr hilfreich. Darum ging es mir jetzt gerade nur. Gut, Herr Anderson, das war eigentlich die Frage, die ich hatte. Also wir wollen auf jeden Fall, haben sie denn noch keine Akte bekommen? Nein. Ich werde dem ganz normal nachgehen, wie gesagt, das liegt bei meinem Bruder. Herr Cohen, das hat die oberste Priorität. Ja, stimme ich zu. Ja, das muss umgehend. Das ist noch nicht zur Staatsanwaltschaft gegangen? Nein. Ich habe gestern noch mit dem Douglas drüber gesprochen, der wollte sie mir, glaube ich, auch zukommen lassen. Oder wer hatten die? Hat die Douglas überhaupt? Oder nur sie, Herr Cohen? Wenn, dann hat die mein Bruder, wie gesagt. Okay. Mein Bruder und Herr Becker haben das damals aufgenommen, da war ich nicht dabei. Wird die öffentlich übermittelt? Weil die öffentlich übermittelt, da habe ich jetzt natürlich noch nicht durchgeschaut. Also ich würde sagen, aufgrund der Brisanz und... Ich glaube nicht, dass sie öffentlich wird. Okay, nee, dann habe ich noch keine Nachricht bekommen. Wie gesagt, ich kläre das so schnell wie möglich ab, sobald ich Kontakt herstellen kann. Dann wünsche ich den Herrn noch einen schönen Abend. Wir leben so. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja, ciao. In diesem Sinne. Tschüss. Gut, Herr Momen, ich glaube, wir sind dann auch hier fertig. Ja, wir werden dann das alles fertig machen und ich danke für Ihre Zeit. War auf jeden Fall ein sehr produktives Gespräch. Ja. Ja. Genau, Sie kontaktieren uns noch mal, entweder telefonisch oder per Mail, sodass wir uns dann noch mal betreffend der neuen Kollegen unterhalten können, ne? Wunderbar. Perfekt. Ja. So, dann freue ich mich auf die Zukunft und dass wir endlich Leute in der Schuss und Riege kriegen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, gleich ist, ne? Wanns ist gut. Wanns ist gut, schön an mir auch. Das läuft doch gut. Ach so. Ich kann sagen, dass du den Funk nicht hörst. Doch, ich höre den Funk. Das ist das Problem. Ein Officer, der von einem Kran gefallen ist? Ja, ich... Ach. Wollen Sie mal, das wird das interessiert mich jetzt. Was denn? Warum da irgendjemand vom Kran gefallen ist. Holen Sie den Herrn Nandes mal hier rein. Na, wie läuft's weiter? Herr Nandes, wunderbar. Wer sind Sie? Das ist der russische Designer, von dem ich dir erzählt habe. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Herr Nandes, solltest du noch einmal hier so rumbrüllen, während ich mit einem Staatsanwalt rede? Dann ramme ich dir mal einen Knüppel ins Maul. Staatsanwalt? War der hier? Ich erreichte nie, Mann. So. Okay, alles klar. Ich bin bereit, den Scheiß zukommen zu lassen, Mann. Okay, dann lass mir den mal zukommen. Ja, wie gesagt, der Anwalt ist auch schon verständigt. Wie heißt der Anwalt? Das geht dich ein Scheißdreck an, das bekommst du dann aber mit und dann verklagen wir erstmal das PD. Wie nennt ihr das immer? Ich lass es dir per PDA zukommen. Ja, bitte. Vielen Dank. Ja, Moment. Ah, da ist es ja. So. Kannst du gleich weiterleiten an den Kollegen Cohen? Ja. Keine Sorgen. Das ist der unfreundliche Cohen? Ja, das ist korrekt. Das ist der, genau. Cohen, der unfreundliche. Korrekt. Das war sehr schön. Das steht auch so auf meinem Ausweis. Gut dein Gesicht zu dem Namen zu haben. Mhm. Okay, wunderbar. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ja, super. Wie gesagt, wegen den Vorfällen, die bereits passiert sind, melden wir uns mit dem Anwalt. Ja, natürlich gerne. Das ist euer gutes Recht. Ja, und sagt an den Kollegen, bitte, die sollen da in Zukunft ihre Abschlepper weglassen. Natürlich. Wunderbar. Klar. Machen wir. Okay, super. Ähm, Chief? Bitte. Äh, wenn Sie mal eine Zeit haben, kommen Sie mal zur Fabrik vorbei. Leitstelle hat sie kommen. Ich habe gehört, Sie haben günstige Anzüge. Ähm, ich sehe ein Leitstelle, der im Medizin ist 90.000. Drei eingegliedert, die gerade bewusstlos ist, sollen wir denn erstmal mitnehmen kommen? 90.000. Meine Anzüge sind mehr wert als 90.000. Wollen Sie da jetzt eine Antwort von mir drauf, wie Sie aussehen? Die zurücksammelten Kollegen auch, die dann direkt zum Medizin Center fahren, mit denen kommen. Gut, dann machen Sie es Bescheid. Wir sehen uns. Herr Landes, schönen Abend noch, ne? Und geh mal zum Friseur. Ich hasse dich. Was haben Sie denn jetzt für einen Wisch geschickt? Äh, tatsächlich sieht das sehr gut aus. Eine Lena Weger. Mhm. Hochachtungsvoll Lena Weger. Gewerbe- und Grundbuchamt. Kennst du eine Lena Weger? Sehr geehrte Damen und Herren, mit dieser Urkunde bestätigen wir, dass Herrn Hector Hernandez, geboren am 24.04.1991, den Besitz der Textilfabrik in Cypress Flats Och hat Will Avenue sie ihr Foto im Anhang ab dem 1. Oktober bis auf Widerruf hoch... Hä? ...den Besitz der Textilfabrik in Cypress Flats Och hat Will Avenue bis sie ihr Foto im Anhang ab dem 1. Oktober bis auf Widerruf. Ach so. Ja, egal. Ich hab mich... Ich hab's falsch kalkuliert. Ja. Zugesprochen wird, oder? Ja, alles gut. Ja, ja. Er darf... Er hat den Besitz. Moment. Lena Weger. Moment. Weger. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dieser Urkunde bestätigen wir, Hector Hernandez, den Besitz der Textilfabrik in Cypress Flats ab dem 1. Oktober bis auf Widerruf. Hochaktungsvoll, Lena Weger, Gewerbe- und Grundbuchamt Los Santos. Ah. Hernandez und Weger, naja. Interessant. Ja, das würde ich nochmal überprüfen lassen, ob das so stimmt. Könntest du das umgehend machen? Ja, ich guck gerade... Soll ich dir die Besitzurkunde mal weiterleiten? Ja, leite mir das mal weiter, bitte. Könntest du mich ganz kurz, äh, in diesem Scheiß-System mal anschreiben? Sekunde. Okay, ich hab... Äh... Bitteschön. Guck dir das mal an. Ja! Achso, du telefonierst. Ja. Okay, ich melde mich gleich. Wir kennen das doch gar nicht. So. Wer hat... Was? Wer? Straf 6 von Lauschele Common. Ach, keine Ahnung. Gerade irgendeiner hat mich gerade... Hier, ein Makler, den hab ich gerade angerufen. Den wollte ich mal fragen, ob der irgendeine Lena Wegner-Wega kennt. Und was hat der gesagt? Dass er sich gleich meldet. Wie hieß der denn? Äh, Adams. Adam Clark? Äh, genau. Besitzurkunde. Mit dieser Urgeschwemmung, der Herr Hennner, der Besitzer des Cypress Flat, Siegerfotum Anhang, Bewerbe- und Grundbuchamt. 3 für 2, wieder Code 1. War nie gehört. Mein Papier ist geduldig, ne? Da kann man eine Menge schreiben. Ah, komm, Sie kommen. Wir gehen hier raus. Ich konnte ja nicht da wegfahren. Gut, Sie sind ausgestiegen, beziehungsweise Sie waren nicht mehr vor Ort. Ich heil mir mal ganz kurz, äh... Ja, ja. Machen Sie mal einen Wagen, klar. Mhm. Danke. Das ist jetzt die Frage, ob das Ding gefälscht ist oder nicht. Ich muss pinkeln, Leute. Ich bin sofort wieder da. Ich bin alt. Wir fahren jetzt Streife, Leute. Geil. Wöhm. Vielen Dank. Hallo? Vielen Dank. An alle Kollegen bitte einmal das LSPD anfahren und in die Lobby kommen. 99 Ende. Haben Sie das gehört, Leitstelle? Ja, habe ich mitbekommen. Funken Sie das nochmal durch, damit die das alle hören. 09 kann jetzt aktuell nicht erscheinen, da ich noch Aktenarbeit oben beim SD zu tun habe. Oh, das ist ja Kennedy. Ähm, Leitstelle. 25 Funkcheck. Ich wiederhole, bitte fahren Sie das LSPD an und kommen Sie in die Lobby. 99 Ende. Kauen? Wie ist es? Komm mit. Ähm. Tatsächlich arbeitet eine Lena Weger beim Gewerbeamt. Ja, dann ist das super. Der Richter bestätigt. Ähm. Hast du, ähm, die Liste... Alter, was? What the fuck? Was war das denn gerade? Hast du die Liste von, ähm, allen Leuten, die wir suchen, die in einem Moscha-Fall involviert sind? Straf 1. Dienstlinger weiß ich, ja, ähm... Ryan Rimes. Ryan Rimes. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Habt ihr das nicht in eurem internen Dokument? Ja, ich suche das gerade rein. Weil dann geben wir jetzt mal eine allgemeine Fahndungsliste hier raus. Ähm... Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So... Ryan Rimes, Ryan Adventure, genau. Murat Cobra ist auch aus seinem leeren Umfeld. Schreibt mal alle Namen auf, bitte. Herr King war noch dabei, vom King Shop. Mhm. Wie heißt der mit Vor- und Nachnamen? Ehm, Sekunde. Nee. Ach, komm schon. 3-4-3-Code-5-MD. Okay. Äh, die drei Namen reichen mir erstmal. Ähm... Dean Singer. Ryan Rimes. Wie heißt der... Herr King will Vornamen. Weißt du das noch? Also, Vincent. Vincent King. Okay, schreibt ihr das mal auf. Ja. Welchen Namen war das noch? Die Freundin von Singer, wie heißt die? Es hat einen fünften Namen. Umura Cobra, genau. Und äh, der fünfte Name war die Freundin. Jadey Singer oder so? Jadey könnte sein, ja. Okay. Wisst ihr, wie gesagt, ich hab die Akte grad nicht vor mir liegen. Ja, aber das sind ungefähr die fünf Namen, die hab ich im Kopf. Okay. Komm mal mit. Sind alle Einheiten, außer die Einheit beim MD und beim SD, jetzt beim LSPD? Reifen wir jetzt positiv. Schicken Sie bitte alle Zivilisten raus aus dem LSPD und schließen Sie dann dieses ab. Die Dame. Können Sie bitte einmal das PD verlassen? Können Sie bitte einmal das PD verlassen? Können Sie bitte einmal das PD verlassen? Dann bilden Sie bitte einmal vor dem Tresen eine Reihe. Ich will nicht an die Pflanze, die stinkt, da hat mal einer reingepischt. Geht das Frau Blair? Bitte? Ob das so geht? Kann man mich draußen noch hören? Können Sie mich alle hören? Herr Neumann? Ja. Ja, Sir. Wahrscheinlich können die Leute Sie draußen dann auch hören. Halbkreis wäre besser. Ja, kommen Sie mal hier rüber ist besser. Scheiße. Dann machen Sie mal einen halben Kreis. Einfach einen halben Kreis. So. Also. Ähm. Das schaffen Sie. Halbkreis. 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 Mit Meteoreinschlacht. Das war mal ein Kreis. So. Ja. Fast. Wunderbar. Also. Andere Dinge sind hier in der Stadt auch im Kreis. Sie wissen. Ähm. Was meinst du? Die Blutlinie oben ins Handystraße? Die Polizei. Oh nein. Setz die Klappe Stark. Also. Sie wissen ja, dass der Street ermordet wurde. Spätestens jetzt wissen Sie es. Wir haben fünf Namen. Sie kriegen jetzt von mir die Pflicht auferlegt, diese Personen festzusetzen und zum LSPD zu bringen. Ähm. Der Grund ist, dass wir eine Befragung durchführen und dringender Tatverdacht in einem Mordfall. Ja. Also. Schreiben Sie sich bitte folgenden Namen auf. Schreiben Sie sich diese auf. Und wenn Sie die Person haben, festsetzen und zum LSPD bringen. Ryan Rimes. Äh. Herr Weiß, bevor Sie, sollen wir direkt auf Verfahren klicken setzen? Nein. Halten Sie die Schnauze. Halten Sie erstmal die Schnauze. Schreiben Sie sich die Namen auf. Verstanden. Warum reden Sie eigentlich immer da rein? So. Ryan Rimes. Dann haben wir Dean Singer. Vincent King. Mein Stift ist kaputt. Ja, Herr Neumann. Da merken Sie sich diese Namen. Das schaffen Sie ja. Ja. Klar. Wie war der erste Nummer? Ryan Rimes, Vincent King und irgendwas Singer. Dean Singer. Die Freundin von Dean Singer heißt glaube ich Jadie mit Vornamen. Jadie Singer. Und welcher Name war der? Achso. Ne, welcher Name war der letzte? Vincent King. Ne, warten Sie, warten Sie. Da war noch einer. Vincent King. Murat Cobra. Murat Cobra. Ah, Mann. Müssen schon ein bisschen zuhören. Sie wissen ja, wo Herr King meistens anzutreffen ist. King's Place. Die Rhyme Adventures Geschichte ist oben in Grape Street irgendwo an diesem kleinen Flugplatz. Das Unicorn hat heute geöffnet übrigens. Dort ist dann auch meistens Cobra anzutreffen. Der verweilt immer gerne am Unicorn. Ähm. Genau. Die beiden anderen Personen, die Stingers könnten dann eventuell auch am Unicorn sein. Das muss man dann die Augen offen halten. Ja. Und ich habe den Cobra sogar gerade am Unicorn angetroffen. Wunderbar. Dann setzen Sie diese... Oh mein Gott. Schicken Sie den Herrn bitte raus. Er weiß, da sind aber viele Personen. Also mindestens sechs habe ich da außen gesehen. Setzen Sie diese bitte auf die Fahndungsliste. Schon. Jetzt. Und wenn Sie diese Personen festgesetzt haben, bringen Sie diese in die Zelle. Aufgrund... Welchen Grund nehmen wir zum Schein, Herr Cohn? Schein? Ja. Wenn wir denen nämlich sagen... Ich will nicht, dass Sie sich erstmal absprechen. Naja. Mhhh... Bildung einer kriminellen Vereinigung? Ja, das ist gut. Ja? Ja? Also Sie sagen, dass Sie eine... Sie möchten... Sie möchten eine Befragung durchführen aufgrund der Vermutung, dass es eine kriminelle Vereinigung ist. Ja? Und dann werden Sie die Leute zum LSPD bringen, runter in die Zelle. Dann rufen Sie mich oder den Herrn Cohn an. Sie funken das nicht durch. Sie rufen uns an. Ähm... Am besten Herr Cohn und wir kommen dann und übernehmen die Befragung. Ja? Also wenn Sie ein Fahrzeug ausfindig machen oder sowas, wunderbar. Dann sorgen Sie dafür, dass das geklärt ist. Eine andere Sache ist, das Taxi-Unternehmen wird immer wieder überfallen. Und ähm... Da sollten Sie auch ein Auge drauf werfen. Ja, da wurde tatsächlich letztens äh... Geld erpresst, wie Sie wissen. Auch da nochmal unbedingt ein Auge drauf haben. Herr Coleman ist da wohl ganz oben mit unterwegs. Äh... Finden Sie heraus, wo der wohnt. Und die letzte Sache ist, äh... Gegenüber vom LSPD, wenn Sie jetzt hier links, ähm... Ähm... Vom LSPD wegfahren über die Brücke. Dagegen ist... Gegenüber ist eine Näherei. Diese Näherei ist tatsächlich im Besitz eines... Nein! Hector Hernandez. Und dieser Hector Hernandez hat mir auch eine Urkunde vorgelegt. Vom Gewerbeamt. Also er hat tatsächlich dieses Grundstück angemietet. Dennoch sollten Sie bitte immer wieder ein Auge drauf haben, was da abgeht. Ja? Weil die erzählen, die verkaufen dort Anzüge und nähen die. Aber... Äh... Das passt nicht so zu dem Hernandes, den ich kenne. Also haben Sie auch immer ein Auge darauf. Ja? Also drei Aufgaben, die Sie zu erledigen haben. Das schaffen Sie. Ich glaub an Sie. Und bitte lassen Sie die Leute nicht wieder türen. Bringen Sie mir diese einfach. Das war's. Rekrut Sky. Kommen Sie nochmal kurz? Äh... War jetzt? Ja? Ja, eine Sekunde. Hups! Eik! Kommen Sie hier rüber. Ja? Ein bisschen spät. Aber meinen Sie, es ist klug, die jetzt schon hierher zu holen? Weil dann sind die ja vorgewarnt. Ja, das sollen die doch ruhig. Weil die Akten sind ja noch nicht bei der Staatsanwaltschaft. Ja, aber das sollen die doch ruhig. Wir führen ja nur eine Befragung durch. Okay. Und wir wollen die dann zu dem Thema Street befragen? Oder... Ja, unterschwellig. Immer unterschwellig. Ja. Ähm... Es geht in erster Linie darum zu fragen, äh... Wir ermitteln erstmal offiziell in dem Fall, was Herr Moscher uns gesagt hat. Ja? Dass sie da Koks verticken und sowas alles. Das ist der offizielle Grund. Äh... Leitstelle für die Streife 1 kommen. Verstehen. Und dann immer unterschwellig fragen. Die Leitstelle höher zu kommen. Hat der Street auch mal bei Ihnen Koks gekauft und dann auf deren Reaktion achten? Verstehe. Okay. Gut. Hab ich verstanden. Gut. Dann, äh... Die wollen zum Unicorn fahren. Dann fahren wir mal lieber mit. Ja. Ja. Nehmen Sie Streife 2 sonst noch mit. Äh... Feinste verstanden. Herr King ist glaube ich gerade da. Streife 2 für Streife 1 kommen. Wunderbar. Ja. Dann haben wir den ersten hier schon mal. Aber ich glaube der heißt nicht Vincent, Herr Weiß. Sondern? Irgendwas mit S Silas oder so. Ich hab ne Vergas-Kontrolle heute mit dem. Okay. Oh und haben sie kurz ne Sekunde. Wo hast du denn so richtig essen Herr King? Hey Schweiß! Herr King wie geht's Ihnen? Ja gut und dir? Ja wunderbar. Ich will Geld abholen vom Pity. Kommen Sie mal mit. Wieso denn? Fe6 für Streife 1 kommen. Kommen Sie mal mit. Wohin denn? Weil du gefickt bist man. Richtig. Vielen Dank. Besser kann man es nicht formulieren. Ich will aber nicht mitkommen. Kommen Sie jetzt mit Hacking. Wohin denn? Wohin denn? Ich glaube ins Büro man. Wohin komm. Gehen Sie mal da rein. Gehen Sie mal da rein. Gehen Sie doch mal da rein. Also wenn da braucht man einen Beschluss dann bekommen wir die. Also der Hart war auch da. Ich glaube die ganze Truppe wird da sein. Meine Frage ist ob wir so schnell einen Durchsuchungsschluss bekommen. Wir haben. Rufen Sie den Herrn Anderson an Herr Kohn. Ehm. Wie kann man den helfen. Gentlemen. Rief. Hallo. Schönen guten Tag. Ich wollte mal kurz mit Herrn Kohn reden. Kommen Sie. Wir haben kurz was zu erklären. So Herr King. Guten Abend. Meinen Sie da gerade einen Penis dran. Ist das Ihr Ernst? Tut mir leid. Das ist aber ein kleiner Penis. Ja. Ist halt meine. Künstlerische Freiheit. Ja. Aber der Busch ist groß. Naja. Ähm. Wir haben ein paar Fragen an Sie, Sir. Ja. Ich zahle meine Gewerbesteuer. Und ja. Ich parke manchmal. 3-3-Code-1-Werbesteuerung für die. Herr Kohn, wollen Sie dem Herrn das mal fragen? 5-Code-11-Werbesteuerung. Ähm. Einen Kompaktwagen. Ja. Ich habe schon mal ins Essen gesprochen. Ja. Lassen Sie mich doch mal aussprechen. Äh. Sie haben in Ihrem Laden ja sicherlich immer vier Kundenfluktuationen drin. Sie kennen sicherlich eine ganze Menge Leute. Äh. Naja. Also ich kenne ziemlich viele Leute. Von Henner, zum Polizist, zum FNP Agent. Ja. Ja. Da herrscht ja auch eine gewisse räumliche Nähe in Richtung eines gewissen Nachtclubs da bei Ihnen ums Eckes. Äh. Äh. Mumm. Welchen denn? Es gibt nur einen Nachtclub bei Ihnen in der Nähe. Sie meinen, dass Sie nicht kennen? Ja, natürlich. Welchen denn sonst? War ich noch nie drin? Da habe ich aber auch vorbeigefahren. Ist nicht so mein Metier. War noch nie drin. Das heißt, die kennen natürlich auch die Leute, die da drin sind, nur vom Hörensagen. Äh. Ich wusste gar nicht, was der im Betrieb ist. Aber ja, okay. Äh. Herr Kohn, ich komme sofort wieder. Eine wichtige Sache. Herr Kohn. Ja? Kommen Sie mal mit? Ja? Anwesend. Ja? Nur eine Sekunde, ja? Ein Moment. Kommen Sie mal mit? Äh. Wir suchen fünf Personen. Haben Sie die Akte fertig im Fall Street? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Nicht die fertig haben. Weil Sie doch die Aussage aufgenommen haben von Herrn Moscher. Ach so, das meinen Sie. Ich dachte, Sie meinen den Mordfall Street. Ja, es geht um die Aussage von Herrn Moscher. Haben Sie die Aussage aufgenommen? Ähm. Ja, die haben wir aufgenommen. Okay. Haben Sie die fünf Namen, die genannt wurden? Wir haben sogar noch mehr Namen. Ja. Die sind alle gerade beim Unicorn. Ja. Und denen wird Mord vorgeworfen. Korrekt, ja. Sie werden jetzt Ihre zwei Arme nehmen. Was wollte Herr Pearson von Ihnen? Eine Ahnung. Er wollte irgendwas mit Baker. Ich habe dann unterbrechen müssen. Sie haben mich da weggezogen. Also. Sie werden sich jetzt hinsetzen. Ja. Unbedingt jetzt. Jetzt. Herr Anderson anrufen. Sie werden einen Durchsuchungsbeschluss für das Vanilla Unicorn anordnen. Weil die sind alle dort drin. Wir können die alle gleichzeitig festnehmen und alle unabhängig davon befragen. Jetzt. Ohne, dass Sie sich absprechen können. Jetzt. Das können wir dann machen. Dann machen Sie das jetzt. Rufen Sie Herrn Anderson an und machen Sie diese Scheiße sofort fertig. Herr King haben wir schon hier. Könnte ich gerne tun. Ja, also. Ryan Rimes. Dean Singer. Die Freundin von Dean Singer. Murat Cobra. Und Herrn King. Der King vom Shop. Der sitzt hier schon. Hervorragend. Ja. Und was werfen wir denen vor? Beteiligung an einem Mord? Ähm. Eine gute Frage, Sir. Weil das Ding ist, wir haben zwar den Vorwurf, aber ich weiß nicht, was die Staatsanwaltschaft draus macht. Aber es ist egal. Wir fragen können wir trotzdem. Ich hatte gerade ein sehr langes Gespräch mit Herr Bowman und er hat gesagt, es wird so... Wie kann man Ihnen helfen? Wie kann man Ihnen helfen? Ganz kurz. Der Juri Volkov steht hier gerade vor mir. Sehe ich. Ähm. Der hätte gerne seine Fahrzeuge wieder. Dürfen die jetzt ohne Strafe rausgegeben werden, da das Gebäude ja ihm gehört? Respektive er das gemietet hat. Wie das Gebäude gehört eben. Ähm. Ich habe gerade ein Dokument bekommen von Herr Nandes, aber Herr Nandes steht nur in diesem Dokument, Sir. Und nicht ein Herr Volkov. Moment, wieso gehört das Gebäude denen? Ja. Das ist doch unser Gebäude. Der hat zwei Fahrzeuge hier wegen Fallfahrten. Das Gewerbeamt hat, eine Luna Vega hat dem Gewerbeamt, über das Gewerbeamt Ihnen, dem Herr Nandes zugesprochen, dass er das Grundstück benutzen darf. Ich muss auf Toilette. Äh. In diesem Dokument steht nur Herr Nandes. Kein Herr Volkov. In dem Fall muss das erstmal geklärt werden. Okay? Sagen Sie ihm das. Er soll einfach später wieder kommen. Oh, okay. Alles klar. Wunderbar. Dankeschön. Was ist denn der? Atego, das ist kein privates Grundstück, Hasibärchen. Das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich das Grundstück von Herrn, äh, 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 Herr Nandes, der steht da als Einziger in diesem Papier drin und ich will das jetzt erstmal absprechen mit dem, der die Fahrzeuge überhaupt beschlagnahmt hat. Warum? Herr Chief? Bitte? Ja. Mal kurz, ähm, der Herr Aiden Piers wartet hier auf Sie. Äh, meinen Sie, der Herr, der da steht? Ja, genau. Äh, ja, Herr Carsten ist nicht da, dann muss er wieder kommen, wenn Herr Carsten da ist und ich sehe keinen Herr Carsten. Alles klar, dann teile ich Ihnen so mit. Dankeschön. Ich lasse es sich ja regeln. Na klar. Das ist nicht das Problem. Leitsteller für Streife 2 bitte komm. Und der Freund und Helfer, hey? Na natürlich, dafür sind wir doch da. Ja. So, soll ich Ihnen jetzt noch mehr beantworten? Wir haben noch einen Lina-Singer gesucht, oder war das eine andere Singer? Wie gesagt, Ihre Instrumentation passiert nicht weniger als Ihre Verbindungen zum Glück. So positiv. So verstanden, nehmen wir mit. Ryan Rimes befindet sich in PD. Herr Rimes? Ja? Herr Rimes steht da vorne. Das ist aber ein Universal-Telefon, was Sie da gerade benutzt haben. Haben Sie mich verstanden? Ja. Ist das der Herr Rimes da drüben? Ja, das ist der Herr Ryan Rimes. Ja. Okay, bringen Sie den mal bitte in eine der Besprechungsräume. Und nicht in die Zelle, sondern in einen Besprechungsraum. Also oben. Nein. Hier unten, alles klar. Ah, okay. Schon geklärt, okay. User in your channel start recording. Ich rufe Sie gleich zurück. Herr Cohn, können Sie den... Ich weiß nicht. Könnten Sie den Herrn bitte... Hinterausgleich raus, benötigen Unterstützung. Um den Häuserblock von Marlina Unicorn. Wendler zu wieder zurück. User in your channel is recording. Ist ja nicht hier. Ist ja nicht hier. User in your channel. User in your channel start recording. Geben Sie mir die Nummer. Ich notiere mir die dann gleich. Nehmen Sie es einfach so... Los. Herr Cohn, bringen Sie den Herrn King mal... Haben Sie alles, was Sie brauchen? Naja... Letztendlich streitet er alles ab. Er kennt niemanden. Er weiß von nichts. Bla bla bla. Das Übliche. Okay, wir haben Herrn Ryan Rimes unten in einer Verhörzelle. Wollen Sie den auch da runter bringen? Weil wir sammeln die jetzt gerade alle ein, diese fünf Leute. Und wenn wir die alle gleichzeitig haben, können Sie die unabhängig voneinander befragen. Verstehe. Dann bringen Sie den unter dem Vorwand jetzt unten rein. Und ich fange mal kurz zum Unicorn das schützen. Wollen Sie da kurz mitkommen? Ähm... Na gut, ich muss den jetzt erstmal da runter bringen dann. Ja, dann machen Sie das. Der Herr Stag sitzt neben mir im Fahrzeug. 54. Die Frau Lina Singer hatte Kopfschmerzen in dem Raum, genau vor Ihnen. Achten Sie bitte drauf. 54 für 24, komm. 54 hört. Kommen Sie mal bitte vor das Unicorn, komm. Wir vorm Unicorn, komm. Alles muss man hier selber machen. User in deinem Kanal startet die Rekordung. Ja, wie oft startest du denn die Rekordung, Mann? User in deinem Kanal startet die Rekordung. User in deinem Kanal startet die Rekordung. Wtf? Wtf? Wie sieht es jetzt aus hier? Ich glaube, Sie sind wegen was anderem hier, aber darf ich Ihnen ganz kurz was anvertrauen? Was denn? Ähm, ich habe versucht mit Herr Wolkow persönlich zu sprechen, aber er interessiert es gerade nicht. Wir hatten gerade die Lina Singer, die ist geflüchtet, das ist richtig. Er hat aber einfach wahllos hinterher geschossen, nachdem sie in eine Menschenmenge gerannt ist. Und hat eine Unschuldige, die einfach nur da rum stand, niedergetasert. Und ihm ist es scheinbar egal. Ich wollte es ihm eigentlich persönlich sagen, aber Ihnen juckt es nicht. Stark? Herr Stark, wo sind Sie? Ich finde mich hinterm Unicorn am Hintereingang. Ich komme zu Ihnen. Nehmen Sie alle Personen fest, die wir brauchen, also mit zum LSPD, ja? Sie wissen ja den Grund. Schnack, Schnuck. 54 für 27, kommen. Und? 54 für PD 27, kommen. Fehler! Fahren Sie mal ein Stück vor die Streife hinten bitte. Ich gebe mal eine Streife hinter Ausgang, ich habe jetzt die Frau Lina Singer es sagt ja ist doch gut sie müssen doch nicht irgendwann mit spaß sagen ja das ist mir scheiß egal ich diskutiere den ganzen tag bleiben sie dort drüben noch andere leute sagen sie mal die schnauze hören sie mir das genau zu gehen sie gleich zur kennedy und fragen sie ihm mit was er wohlkauf gemacht hat sie haben jetzt haben wir die offizielle erlauben ist den leuten in den arsch zu treten sie einfach und ich weiß auch nicht warum die leitstelle den herrn wolkopf gerade ganz hat an punkt und der hier die eine weise übernimmt als rekrut er weiß bitte ich wusste bis dato nicht dass ich dem fb nichts sagen darf was abgeht ich habe gerade im fb gesagt was abgeht habe ich mir darüber informiert habe ich gerade leider erst nachträglich gemacht weil ich es vorher nicht kommen konnte aber letztendlich waren die wieder nichts zu tun hatten der herr stinger hat gefragt was hier los ich habe nur gesagt wir suchen namen bezüglich des modus an street sorry haben sie den namen gesagt gut also bringen sie die leute bitte zum lspd nicht in die zelle sondern in den wobei hat sie eine beleidigung geäußert heißt passt aber stimmt ja von daher passt schon wir gehen wiederholen also fragen sie ihn ich werde das jetzt in die wege leiten sorgen sie dafür bitte dass er der herr kennedy in einen bericht darüber gibt was passiert ist ja wuuhu streif 1 kug fjälle unikon kug fjälle unikon Alter, besonder Typ. Kappa, was machst du denn für ein Meter hier, Junge? So, haben wir alle? Den Herrn Rimes in die Zelle der Interview 3 reingebracht. Die Frau Singer soll wohl flüchtig sein. Nein. Ah, die haben sie auch schon. Genau, den Herrn, ähm... Wie heißt der jetzt? Von dem Shopking haben wir auch. Sehr schön. Dann fehlen noch... Cobra, oder? Ja. Eine von den Singer und Cobra. Genau. Also den Singer und Murat Cobra finden noch, ja? Okay, dann gucken sie mal, ob sie hier noch was finden. Und ich fahr mal zurück zum LSPD, ja? Alles klar. Schöne. Wasp? Oh. Fahren Sie mal ein Stück vorher Neumann bitte. Also ich kann Ihnen das kurz erklären. Also ich kann das sagen, aber der Herr Wolkow hat es verkackt. Das heißt, ich müsste sie jetzt eigentlich gehen jetzt. So, eine Frage. Sie sind beides hochrangige Officer dort. Warum übernimmt ein Herr Wolkow die Einsatzleitung? Wer war da noch vor Ort? Sie sind ein hoher Officer. Ja, aber ich bin doch erst viel später dazugekommen. Wir wurden gerufen zur Unterstützung. Die waren schon längst da mit zwei, drei Streifenwagen. Da wurde er schon gejagt. Herr Wolkow ist Rekrut. Herr Wolkow hat in eine Menschenmenge reingeschossen gerade eben und Leute getasert. Ja, aber ich kann nicht irgendwas übernehmen. Ich war nicht mal in dem Gebäude drinnen, Herr Weiß. Ich weiß auch gar nicht, wer hat das denn jetzt veranlasst, dass dort eine Razzia stattfindet? Äh, die Streife, die uns... wir hatten uns gerufen, Streife 2. Nein. Ja, das ist, äh, richtig. Ja. Ey, manchmal... Ja, wer weiß, wir kamen dahin und da war es schon im vollen Gange. Also... Ja, aber wer hat das befohlen? Ja, keine Ahnung, keine Sau. Wir haben das einfach gemacht. Ich glaube irgendjemand ist da reingeraten, aber das ist keine Ahnung. Ich bin gerade am Telefonieren, dass wir... Ich bin gerade am Telefonieren, dass wir durch Jugendbeschlüsse kriegen, damit alles auf einem richtigen Wege ist, wenn das jetzt tatsächlich die Phase ist, dass die dagegen klagen, dann haben wir einen Verfahrensfehler und die Sache hat sich erledigt. Verstanden. Die Frau Singer kann ich jetzt schon gehen lassen. Die können wir gehen lassen. Ja, sicher. Die soll auch gar nicht festgenommen werden. Es ging darum, dass die zu einem Interview offiziell hingebracht werden sollen. Wenn die nicht kontrollieren sollte... Oh ja, die hat Handschellen an und wurde mit einem Taser bedroht, also... Ja. Super. Gut, ich habe gesagt, festsetzen, das stimmt, dass er mal... Ja, aber wobei, das sollte... Aber ohne Taser passieren, warum? Gut, dann entschuldige ich mich mal eben und nehmen Sie ab. Wo sollen Sie dann hin? Einfach in einen Interviewraum. Okay, ich kläre das. Ja, ich habe festsetzen gesagt, aber ich habe nicht gesagt, führt eine Razzia durch. Werte die Einsatzplanung beim Vanilla Unicorn bitte im Funk melden. Das war klar. Äh, schwarz. Ich sagte, er ist im Einsatz. Das ist ja wohl nicht... Ja, ist klar. Gut. Herr Kohn! Ja? Na, Ben? Was machen Sie gerade? Worum geht es gerade hier? Ne, wir reden gerade über Geburtstagskuchen. Wollen Sie mich verarschen? Natürlich. Kommen Sie mit. Moment. Ich will mit Frage an alle. Welcher Kollege wollte... Herr Anderson ist nicht erreichbar. Ja, das hat sie schon erledigt, weil Sie ja weggerannt sind. Ich... Müssen Sie meinen Mund kotzen. Ja, aber Sie können nicht weggehen. Hören Sie zu. Wir haben ein paar... Können Sie? Also... Wir haben unten jetzt drei Leute von denen. Sie und ihr Bruder sind die leitenden Ermittler in diesem Fall. Ja, check. Sie befragen diese Leute jetzt, unabhängig davon, nach und nach, was da jetzt Phase war. Bei dieser Schießerei und den Abdrängen. Sie wissen worum es geht. Und dann will ich, dass jemand endlich mal eine Gottverdammte Akte darüber macht. Ähm, ja. Wir haben da schon was vorbereitet. Keine Sorge. Gut. Und das geht heute noch aus. Heute. Ähm, ja. Ja, weil der Richter stand hier gerade. Wir haben ihn nämlich zu sauer gemacht, warum denn da kein Prozess stattfindet. Und die haben noch gar nichts gehabt. Das war vor zwei Wochen. Für Streife 5. Ähm, also tatsächlich zu dem Vorfall selbst müsste es eine Akte geben. Da kann ich nichts für, da war ich nicht dabei. Wenn es keine Akte gibt, not my fault. Also. Wenn ich nochmal höre, dass Sie in so einer Situation über Geburtstagskuchen reden und einfach weglaufen. Das war's gerade. Boah, ja, aber wir haben keine Zeit für Spaß. Wir reden hier von einem Mord. Ähm, als Sie mir gerade gesagt haben, was Sie mir gesagt haben, musste ich ganz dringend ganz groß brechen. Ja, aber das ist doch egal. Das kann man doch später. Kotzen Sie in die Mülleimer, in den Schredder. Ist mir egal. Aber ich habe sie gerade gebraucht. Ich habe sie gesucht. Ich bin jetzt gerade alleine in meinem Streifenwagen zum Unicorn gefahren, weil die Leute da wieder durchdrehen. Großartig. Ja. 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 Sonderverbote. Jetzt nicht. Ich mach zu. Ja. Noch ein Moment. Ja. Können Sie übernehmen? Nein, das war jetzt nicht das Problem vom Chief. War es nicht. Nein. Das ist nicht die Schuld vom Chief. Der Chief hat mit keiner Silbe gesagt, stürmt das Unicorn. Ja. Schreife 2 Ende. Äh, Schreife 5 Ende. 95 für die 34 kommt. 99 hört. Ist dann jetzt unten im Interviewraum und wäre bereit für eine Befragung. Vielen Dank. 99 Ende. Ja. Achso, Sie sind schon hier? Ja. Haben Sie schon Rechte vorgelesen? Suchen Sie einen freien Raum. Ja. Ja. Wo kommen Sie mit? Okay. Und wo ist die 61? Ja, das befragt gerade im Interviewraum 2. Alles klar. Oder 3 ist das glaube ich. Okay. 61 für die 99 kommen. 61 für die 99 kommen. Ich gehört kommen. Können Sie einmal bitte aus dem Interviewraum raustreten? Achso, ist das der Herr Korten da drin oder? Sag, was machst du gerade hier? Ja, aber ich brauche einen Interviewraum und jetzt wäre ich ins Büro gegangen. Ist das da frei jetzt da hinten rechts? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Die Frau Singer. Oh, der hat die gerade dann alle vorbeigeführt, damit die jetzt alle sehen konnten. Ja, dann nehmen wir doch einen freien Raum. Hey. Ja, bin ich. Ist das denn jetzt frei Herr Korten da hinten? So, kommen Sie beide mal mit. Die 1 ist belegt, die 3 ist belegt. Ja, aber das sind doch Interviewräume, in denen man... Dann nehmen wir doch einen anderen scheiß freien Raum. Nehmen wir doch einfach eine freie Zelle am Ende zu. Das ist doch nicht so schwer. Also. Mein Gott. Manchmal lebe ich echt. Ist doch... Manchmal würde ich gegen die Wand springen. Also. Warum hat der Stark gerade die Dame an alle Zellen vorbeigeführt? Weiß das nicht, was heute das Problem ist. Eine Güte. Okay, also. Okay, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh. Ich weiß nicht genau, was... Geals Assistant Chief Boros. Alles voll. Okay. Wie kann das denn sein? Wir haben doch nur 2 Leute hier. Nein, weil die Scheiben von der einen Seite durchsichtig sind, von der anderen nicht. Verstehen Sie? Ah, okay, okay, okay. Alles gut. Hat er das richtig gemacht. Ja, ist doch gut. Ähm. Folgendes. Sie beide leiten ja diesen Fall. Ja? Ja. So. Sie werden sich jetzt absprechen, was Sie den Leuten, äh, fragen werden. Ja? Nehmen Sie Ihre Aussagen in Bezug auf diese Mordnacht mit dem Abdrängen und so weiter auf. Ja? Gezielfragen. Dann sammeln Sie das und machen heute, ich wiederhole, heute noch die Akte fertig. Kein Problem. Und diese Akte geht heute noch an Herr Anderson. Komplett. Ohne Verfahrenswähler, ohne alles. Ja? Ja? Ja. Ja. Ideal. Dann fangen Sie damit an. Eine Person nach der anderen. Natürlich. Wollen Sie das immer zu... Warten Sie, Sie machen eine Person... Wir machen das zu zweit. Immer zu zweit? Wir machen das zu zweit, ja. Okay, ich lass den einen Officer hier stehen, ja? Einfach, dass wir ein Zeugen-Dinges haben auch. Ja, ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Dann machen Sie das bitte. Ja. Okay. Ich hab jetzt gerade mit dem Rhymes gesprochen, aber ich hab das jetzt sehr allgemein gehalten. Also ich hab jetzt so getan, weil King und Rhymes Aussage... Also pass auf. Dicht zur Information. Alles gut. Warum hat der Mann in dem ersten Interview-Raum... Können Sie den... Der hat keine Fesseln. Der da drin? Ja, ja, der hat keine Fesseln. Okay. Ähm... Äh... Herr Weiß. Seien Sie ruhig. Warum reden Sie mir immer da rein? Mein Gott. Meine Frage ist, was ich... Ja, ich... Sie soll die Schnauze halten. Natürlich. Also... Ähm... Wer hat... Wer hat zu Ihnen gesagt, dass Sie das Vanilla Unicorns stürmen sollen? Ja, niemand, Herr Weiß. Warum haben Sie das dann gemacht? Weil Streife-Unterstützung angefordert haben. Und dann als... Also als wir die Streife zwar angekommen sind, waren die schon flüchtig. Nein. Es hieß... Es hieß, Sie sollen die Leute festnehmen. Nicht? Stürmen Sie... Äh... Sie sind doch Polizist. Denken Sie doch einmal logisch nach. Sie sehen, dass die Leute dort in Überzahl sind. Dann gehen Sie dort rein. Warum gehen Sie dort rein? Warten Sie doch, bis wir einen Durchsuchungsbefehl haben, den ich doch gerade versuche zu organisieren. Das wäre jetzt ein Verfahrensfehler, wenn das irgendjemand mitkriegt. Verstehen Sie? Haben Sie doch mal ein Gehirn. Stürmen Sie doch nicht den Laden. Und tauchen Sie doch nicht auf mit 300 Leuten dort. Und fragen Sie doch erstmal eine Einsatzleitung an, die das übernimmt. Sie sind doch Polizisten! Er weiß, Sie schreien den Falschen an. Genau das habe ich vorgeschlagen. Sie haben in eine Menschenmenge reingeschossen! Ja... Nochmal. Wir sind erst angekommen da am Streifen... Sie haben aber in eine Menschenmenge reingeschossen. Ist das richtig? Nein, das ist falsch. Ich habe getasert. Und die Frau Singer war flüchtig. Ist hinter eine Dame gesprungen. Und ich habe die Dame getroffen. Ich habe mich auch bei der Dame persönlich entschuldigt. Habe ihr meine PD-Nummer gegeben. Und es ist alles in Ordnung. Wir als Streife 2 sind erst angekommen auf Aufforderung der Leitstelle. Als die rausgefahren sind zu Unicorn hatte ich der Leitstelle gesagt. Ist es nicht erstmal klüger zu warten wegen dem Rücklungsbeschluss. Also ich weiß nicht was es tun soll Herr Weiß. Also wir waren die dritte Streife. Richtig. Dann kommen wir an. Dann ist da der Herr Cobra. Herr Cobra bleibt nicht stehen. Der läuft weg. Wird getasert. Läuft weiter. Läuft den Unicorn rein. Wir hinterher. So dem packen wir ein. Sie haben das Unicorn betreten. Ja mussten wir ja zwangsläufig. Nein mussten sie nicht. Wir hätten da nicht rein dürfen. Mann ey. Ey ganz ehrlich. Ich habe manchmal das Gefühl. Ich will mich einfach nur so lange selber ficken bis ich ohnmächtig bin. Manchmal machen sie Sachen. Die verstehe ich einfach nicht. Wie gesagt Herr Weiß. Wir sind die dritte Streife angekommen bis. Und haben dann nur Ausholfen. Wer war die erste Streife? Kann ich nicht sagen. Das will ich ihnen ja die ganze Zeit erklären. Ja sagen sie es. Wir sind als Streife 1 als erstes angekommen. Wir sind dort hingefahren mit dem Herrn Stark und dem Herrn Neumann. Und wollten die Personen einmal befragen mit der Aussage. Wir suchen eine Person und würden gerne mal einen Ausweis sehen. Das war unsere Anweisung die der Ranghöchse gegeben hat. Sie waren zu zweit dort. Erstmal. Genau. Wie viele Leute standen ihnen gegenüber? Uns gegenüber stand eine einzige Person. Weil wir direkt den Herrn Reims gesehen hatten. Und er auf uns zukam und gefragt hat was hier los ist. Vor dem Unicorn. Genau. Okay. Ja zur Info Herr Weiß. Die waren alle erst vor dem Unicorn. Also auch selbst die die geflüchtet sind. Sind halt erst nachdem die aufgefordert wurden mitzukommen. Haben sich wieder setzt. Und dann in Unicorn rein. Also wie. Ich glaube keiner ist einfach so reingegangen. Ich sage ihnen das. Nächstes Mal. Und das sage ich ihnen jetzt einfach allemal. Wenn sie sagen ich fahre jetzt zum Unicorn und gucke dort ob eine Person dort ist. Ja. Dann. Dann. Bestimmen sie eine. Eine. Eine Einsatz. Eine Einsatz. Eine Einsatzleitung. Einen hochrangigen Officer. In dem Fall zum Beispiel einen Herrn Stark. Oder einen Herrn Neumann. Sie bestimmen die. Sie funken die Leitstelle an. Und die soll diese bestimmen. Sie treffen sich vorher irgendwo. Und dann gehen sie dort gemeinsam rein. Das Unicorn ist ein Brennpunkt in dieser Stadt. Das heißt da sind sehr viele Kriminelle. Wir können froh sein dass sie gerade hier auf zwei Beinen stehen. Verstehen sie? Das war Unfähigkeit hoch 10. Ich bitte sie daher. Einfach mal ihren Kopf zu nehmen. So lange gegen eine Fliese zu schlagen. Bis endlich wieder alles funktioniert. Ja. Also machen sie das nie wieder. Weil ich möchte nicht ihrer Frau oder ihre Mutter oder ihre Tochter oder ihre Tante. Mir egal wem erzählen dass sie auf Ruf und Dummheit gestorben sind. Haben sie das alle verstanden? Ja natürlich. Gut. Check. Dann bitte ich sie zwei Polizisten. Zwei. Bleiben jetzt hier unten. Und sorgen dafür dass sie alles friedlich bleibt. Und unterstützen den Herrn Kohn und den anderen Herrn Kohn. Ja. Wenn sie jetzt gleich hier weg sind und irgendeiner ist gegangen. Ich schwöre ihnen bei Gott. Ich kündige sie heute noch. Sie bleiben jetzt hier stehen und warten bis Herr Kohn ihn sagt. Der darf gehen. Jetzt bei der Nebenstraße von der HVA. Sie. Herr Sky machen das. Und sie. Ja. Wer ist der andere? Hier. Mit der Glatze. Ähm. Wolkow. Wolkow. Natürlich machen wir. Herr Wolkow stellt sich dort hin. Und der Sky stellt sich dort drüben hin. Ja. Und wenn dann einer wegrennt wissen sie Bescheid. Wenn die Person wegrennt kommt die nicht weit. Weil alle Türen sind ja Gott sei Dank verschlossen. Richtig? Natürlich. Wir haben auch die vom Interviewräumen verschlossen. Ja. Aber die Leute sind nicht offiziell unter uns. Sie sind hier inhaftiert aber nicht offiziell. Ja. Seien sie nett zu denen. Kooperationen und so. Ja. Okay. Also. Soll ich ihnen sonst noch erklären welche Farbe ein Butterbrot hat? Weil ich muss ihnen ja alles vorkauen. Soll ich den Standort aktualisieren. Soll ich den Standort aktualisieren. Nein. Die anderen zwei die ich nicht genannt habe. Gehen jetzt und gucken ob alle Türen. Diese Tür. Die Tür nach hinten. Verschlossen ist. Und ob die Tür hier vorne verschlossen ist. Ja. Und sie beide gehen jetzt zu Herrn Cohn. Sie beide hier. Die hier bleiben sollen. Da drüben. Und sagen dass sie hier unterstützen. Dass sie einfach nur hier stehen und warten. Machen wir. Dankeschön. Das schaffen sie. Kein Problem. Okay. Mann 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 Mann. Ja kommen sie Herr Stark. Kommen sie hier raus. Was ist da? Wer ist da? Da ist die Dame. Ja? Treffer 1 Kurt. Ja stopp stopp stopp. Wer ist dort? Frau Singer. Okay. Herr Stark gehen sie jetzt. Die zwei Leute die jetzt gleich hier hoch kommen. Die zwei Kollegen. Die positionieren sie einfach dort vor der Tür. Okay. Einfach dort positionieren. Im Assistant Chief Büro. Da, wo die Dame steht. Warum soll die denn hier vor der Tür stehen? Ja, mach ich. Aber dann geh ich weg, dann brauchen sie mich ja nicht mehr. So, und sie gehen jetzt zu Herrn Cohn und sagen dem Herrn Cohn Bescheid, dass die Dame dort drin ist. Okay, damit Herr Cohn weiß, die beiden Cohn-Brüder wissen, wo die Dame dann ist. Und die sollen bitte mit der Dame anfangen, weil dann haben wir das hier direkt wieder gesäubert. Die 47 ist doch da. Dann hole ich den Cohn jetzt sofort. Ja, dann holen sie den Herr Cohn, ja. Sandweg Richtung Süden, abgebogen. Alles muss man hier selber machen. Geil! Geil, 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 geil! Wir kriegen mit Schussvergabe auf Reifen auf den Motorradfahrer. Hast du wissen, was sie zu tun haben, ja? Ja. Was haben sie zu tun? Wunderbar. Seien sie deeskalieren. Geben sie der Dame einen Donut oder so. Seien sie es dauert nicht lange. Alles klar. Alles klar. Was ist mit dem? Alter, ist das stressig. Warum stehen denn hier so viele und fahren die Streife? Warum? Hm. Gerade unten in Befragungen. Okay. Kann noch ein bisschen dauern. Wissen die denn schon Bescheid, dass sie auf sie warten? Ja, ich hatte mit ihm telefoniert. Es ist ja nur, dass er noch eine Rechnung bei mir bezahlen muss. Und sonst ist alles in Ordnung. Okay. Ja gut, wenn die Bescheid wissen, wie gesagt, kann noch ein bisschen dauern. Ja. Ich habe jetzt auch eine Ankündigung rausgehauen für sämtliche Rekruten. Warum stehen hier so viele Officer und bilden keine Streifen? Wie unsere drei Streifen wurde gerade zurückgerufen, da der Herr Kennedy weitergeben sollte. Staatsanwalt. Herr Kennedy sollte was weitergeben? Eine Krankenakte an die Staatsanwaltschaft. Warum denn eine... Ich habe keine. Ein Dienstausweis. Oh verdammt. Schade. Herr Kennedy? Ja. Komm, wir sind mal kurz mit. Was für eine Krankenakte? Worum geht es denn da jetzt? Äh, um irgendeine Anzeige. Und die Staatsanwaltschaft will, ähm... Die sollen ihnen das schriftlich zustellen und die sollen sich ja verpissen. Und sie sollen ihre Streifen bilden und fahren. Mein Gott, gucken Sie mal an, was hier in der Stadt los ist. Okay. Ich muss jedem hier sagen... Oh Gott. Ich muss jedem sagen, was er zu tun hat hier. Machen Sie das. Nächstes Mal sagen Sie ihm, der soll ihnen das schriftlich zuschicken. Das hatte ich eigentlich auch. Einfach nicht. Was, bitte schön. Bilden Sie Streifen. Ja genau, Herr Kuro. Oh, ich habe keine Akkusen. Auf dem Sandweg Paralyzer Route 68. So, was machen Sie jetzt hier? Sie sollen noch eine Befragung führen. Wir müssen kurz reden. Also passen Sie auf. Ich will Ihnen jetzt wieder nicht widersprechen. 99 hört. Äh, die Dame ist jetzt unten im Assistant Chief Büro. Eine Streife ist abgesetzt zur Bewachung. Und die Korn Brothers wissen Bescheid. Ich habe der Dame gesagt, dass jetzt jemand direkt kommt. Und sich mit ihr unterhält. Da es gerade nicht der Fall ist, das obliegt dann jetzt den Korn Brothers. Ja, so verstanden. Gut, ich will Ihnen nicht widersprechen, Sir. Aber es ist A, der falsche Zeitpunkt. Und B, sind wir noch nicht so weit, diese Vernehmungen jetzt zielgerichtet und korrekt durchzuführen. Wir haben weder die Akte dazu. Es gibt immer noch nach meinem Kenntnisstand keine Akte zu dem Abend des Falls von Street. Und es waren mehrere Polizisten im Einsatz. Es wurden Personalien aufgenommen. Wieso haben Sie mir das denn nicht vor 10 Minuten gesagt? Ich war nicht da, Sir. Doch, ich habe Ihnen das doch gerade gesagt. Ich habe Ihnen sogar das mit dem Durchsuchungsbefehl gesagt. Sir, passen Sie auf. Sie müssen, wenn Sie Einsätze planen, ja, müssen Sie vorher mit uns reden. Und das nicht durchführen und es dann irgendwie auf vorverendete Tatsachen stellen. Sir, passen Sie auf. Passen Sie auf. Ich erkläre Ihnen was. Wir haben, wann war ich das letzte Mal im Dienst? Heute ist Sonntag, Freitag. Habe ich Ihnen gesagt, dass Herr Anderson mir die Erlaubnis gegeben hat, diese Leute zu inhaftieren. Wir haben jetzt drei Leute von fünf, ja. Warum können Sie die Befragung jetzt nicht durchführen? Sie haben doch von Herrn Moscher eine klipp und klare Aussage bekommen. Korrekt. So. Was ist das Problem gerade? Ich habe eine Aussage. Ich habe eine Aussage. Von Herrn Moscher. Die haben Sie ja mitgeschrieben. Korrekt. Tatsächlich hat die der Herr Baker mitgeschrieben. Nicht ich. Ich habe das Schriftstück nicht. Und der Herr Douglas vom FIB hat die weitere Befragung gestern und vorgestern vorgenommen. Habe ich ebenfalls kein Schriftstück. Wir haben dazu keine Akte. Moment. Es gibt keine Akte zu dem Vorfall Street. Moment. Wer hat wen befragt jetzt? Herr Baker leitet den Fall jetzt. Der Herr Baker hatte das Schriftstück angefertigt. Ich habe das nicht. Ich kann Ihnen nur Erinnerungen weitergeben. Sie arbeiten doch zu dritt in einer Detective Unit. Warum geben sich dieses Dokument nicht gegenseitig? Ich verstehe das nicht. Das ist eine gute Frage, warum der Herr Baker mir das nicht geschickt hat. Aber ich habe es nicht. Verstehen Sie? Ich kann Ihnen nur Erinnerungen weitergeben. Wie sollen wir jemals einen Mordfall lösen, wenn Sie doch niemals auf die Kette kriegen? Das ist jetzt drei Wochen her. Moment. Moment. Unterscheiden wir das bitte mal. Drei Wochen her ist die Sache Mid Street. Da haben die Kollegen vom PDI keine Akte geschrieben. Zumindest ist mir keine bekannt. Ich war nicht da an dem Abend. Es gibt dort verbrieft, ich weiß es, Aussagen, dass die Personalien aufgenommen worden sind. Die wurden aber nicht schriftlich niedergelegt. Ich kann da keinen Gegenvergleich ziehen. Verstehen Sie? Ich habe die Akte von Herrn Moscher noch nicht angelegt, weil ich die Aussage von Baker respektive das Schriftstück von Baker nicht habe. Ich kann nicht gegenvergleichen, ob die Aussagen zueinander passen. Ich war nicht dabei, als der Herr Douglas mit dem Herrn Moscher gestern gesprochen hat. Warum hat er das nochmal gemacht? Das verstehe ich nicht. Der Herr Douglas? Warum wird nochmal ein Verhör durchgeführt? Es war ein fortsetzendes Verhör, Sir. Aber da muss doch Herr, war Herr Baker dabei? Nein, Herr Baker war leider den letzten drei, vier, fünf Tage lang nicht im Dienst. Deswegen konnte er nicht hinzugezogen werden. Oh mein Gott. So, ich kann Ihnen keinen schlüssigen Leitfaden präsentieren auf Blatt und Brief, den ich der Staatsanwaltschaft vorlegen kann, um einen Haftbefehl zu erlassen. Wir können hier nur von Hörensagen sprechen im Moment und das ist mir zu dünn. Wenn ich die schon da habe, wir kriegen die wieder. Das ist gar nicht das Problem. Wir wissen, wo die sich aufhalten. Sie verstehen, passen Sie auf, Herr Cohen. Sie verstehen nicht, was das Problem ist, okay? Es geht darum, dass jeder hier macht, was er will. Es gibt einen Ermittler, in dem Fall, naja, sie standen zu dritt oder zu zweit oben und haben sich die Aussage von Herrn Moscher geben lassen. Einer schreibt mit. Verstehe ich nicht, warum. So, ja? Verstehe ich nicht. Das ist mir prinzipiell schon mal unschlüssig. Weil eigentlich, als Detective, schreibe ich immer mit, um auch selber auf dem Mösterstand zu sein. Stopp, ruhig, ruhig, ruhig. Der andere Punkt ist, jetzt halten Sie sich fest, dann geht ein FIB-Agent hin und führt ein Gespräch fort, ohne dass der leitende Ermittler dabei ist. Wir können den Fall in die Tonne kloppen, es sind zu viele, zu viele... Nein, können wir nicht so. Oh, Herr Bake, äh, 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 oh, da... Cohn, immer noch. Herr Cohn, das ist... Ich verstehe dieser Move nicht, warum der gestern nochmal gefragt wurde. Oder vorgestern. Er hat sich beim FIB gemeldet, er war im FIB-Safehaus und er hat dann noch irgendwas zu Protokoll gegeben. Ich sollte ein Schriftstück davon bekommen, was ich noch nicht habe. Ich war zu dem Zeit... Ich war nicht da, verstehen Sie? Was soll ich denn machen? Von wem sollen Sie das Schriftstück bekommen haben? Von Herrn Douglas soll ich das bekommen. Herr Douglas, warum gibt er Ihnen das nicht? Kann ich Ihnen nicht sagen, Sir. Aber warum sind Sie denn da nicht hinter... Haben Sie es vor... Okay, dann ist alles gut. Ich habe das probiert. Ich habe alles, was in meiner Macht steht, probiert. Wissen Sie, ich sage Ihnen, passen Sie auf. Es wird folgendermaßen passieren. Der Fall wird, äh... Der Fall wird... Der Fall wird nie gelöst, weil... Das LSPD zu unfähig ist. Ich sehe gerade Leute, die in ein Vanilla Unicorn reingehen und da rumballern. Ich sehe Leute, die, äh, einem Rekruten, ähm, das Kommando für den Einsatz geben. Ich sehe Leute, Detektives, die sich nicht gegenseitig Notizen machen und, äh, keine Informationen weitertragen. Ich sehe einen Direktor vom FAB, der ein Gespräch fortführt und keine Informationen weitergibt. Ich sehe einen Herrn Moscher, der jetzt untergetaucht ist. Ich sehe eine Staatsanwaltschaft, die nicht bemüht ist, da hinterher zu sein. Ich sehe einen Richter, der nicht mal weiß, was die Staatsanwaltschaft macht. Es gibt keine Akte. Was soll ich noch... Was soll man da hier noch tun? Gute Frage, Sir. Das Ding ist, ich konnte an dem Gespräch nicht die ganze Zeit dabei sein, weil einerseits sie mich zur Seite gezogen haben und ich da nicht bei mir wohnen konnte. Andererseits aber auch der Herr Moscher mit dem Herrn Baker ein sehr vertrauensvolles Verhältnis hatte und wir untereinander ausgemacht haben, dass der Herr Baker... Hat der Herr Baker sich, äh, in den Urlaub gemeldet? Nein, hat er nicht. Seit diesem einen Tag, seit dieser Aussage, habe ich den Herrn Baker nicht mehr gesehen. Ist denn was passiert? Ich habe keine Ahnung, Sir. Woher soll ich das wissen? So, und wir hatten das so ausgemacht, dass er die Notizen macht, dass er die Akte vorbereitet, die Inhalte. Warum soll ich meinen Mitarbeiter da nicht vertrauen? Warum muss ich das selbst noch mitschreiben, wenn ich das Leben anvertraue? Sie sehen doch, dass Sie niemandem vertrauen können. Ja, das sehe ich jetzt hinterher. Und Sie verlassen sich immer auf andere. Jeder verlässt sich hier auf den anderen. Ich frage Sie was. Machen Sie das nicht auch, Sir? Nein. Hören Sie, in manchen Fällen stehe ich hier und höre mir alles selber an. Ich führe jedes Bewerbungsgespräch selber durch. Weil mein Job ist eigentlich, mich von Ihnen reporten zu lassen, dass Sie den Job gut machen. Haben Sie aber nicht, weil Sie selber nicht mitgeschrieben haben. Sie haben sich auf jemanden verlassen, der seit fünf Tagen nicht da ist. Was ist, wenn der umgebracht wird? Was machen wir dann? Sie können doch nicht alles auf... Der wurde doch sowieso schon abgestochen. Warum gehen Sie denn nicht hin und sichern seine Aussage? Warum schreiben Sie das denn selber nicht auf? Wenn Herr Baker ist eine gefährdete Person, der vor ein paar Tagen abgestochen wurde. Vielleicht ist der tot und liegt irgendwo. Das war auch so nicht vereinbart, Sir. Normalerweise sollte er unser Aktensystem schreiben und das hat er nicht getan. Ja, vielleicht ist der tot und hat keine Finger mehr und kann nicht schreiben. Ich kann es nicht ändern, Sir. Was machen Sie jetzt, wenn Herr Baker nie mehr auftaucht? Ich kann Ihnen mein Gedächtnisprotokoll wiedergeben, aber mehr kann ich nicht machen. Und das ist nicht vollständig. Ja, das heißt, dass wir keine Namen haben, wir haben keine Aussage, weil Herr Moscher... Doch, wir haben Namen. Herr Moscher, passen Sie auf, aber die Aussage haben wir nicht. Herr Moscher... Doch, zum Teil schon. Okay, warum stehen Sie dann noch hier? Ich habe die Aussage und die Teilaussage und die Namen aufgeschrieben, wenn mir das wichtig war. Aber ich habe nicht das gesamte Bild. Ja, das bedeutet, das gesamte Bild fehlt uns, richtig? Wenn Herr Baker weg ist. Korrekt. Und die Aussage von Douglas, die der gestern noch aufgenommen hat, mir nicht schriftlich vorliegt. So, und jetzt Herr Moscher ist im Zeugenschutzprogramm. Wir erreichen diesen Herrn nicht mehr. Ich habe heute mit dem Herrn Cohn, der war dabei, mit dem Richter gesprochen und dem Staatsanwalt, wir erreichen diesen nicht mehr. Ja, das heißt, im schlimmsten Fall, wenn Herr Baker wirklich tot sein sollte, unter der Burg geliebt, wenn er ausgereist ist, keinen Bock mehr hat, irgendwo ist, kriminell geworden ist, whatever. Dann haben wir immer noch die verbriefte Aussage von Herrn Moscher, der das unter Eid nochmal bestätigt hat. Ja, aber wo ist diese Aussage? Wer hat diese aufgenommen? Das Schriftstück wurde Herrn Douglas zugestellt. Ich habe dieses Schriftstück noch nicht. Das Schriftstück wurde Herr Douglas zugestellt. Von wem? Von Herrn Moscher. Herr Moscher hat eine Aussage geschrieben? Er hat eine Aussage geschrieben unter Eid und hat diese schriftlich dem Herrn Douglas zugeschickt. Ich habe sie noch nicht. Verstehen Sie? Das ist aber nur eine Zeitsache. Die bekommen wir noch. Dass der Herr Douglas nicht mehr auftaucht, ist sehr unwahrscheinlich. Aber es ist wieder etwas auf den... Sie leiten doch die Ermittlungen. Warum kriegt Herr Douglas denn diese Aussage? Ich war nicht da, Sir. Aber ja, der Herr andere, Cohn, war da. Nein, war er auch. Nein, wir waren beide nicht da. Ich bin in dem Fall so gut wie nicht involviert. Das war zu einer Zeit, wo wir beide nicht anwesend waren. Also, ich erkläre Ihnen jetzt was. Hören Sie, ich war auch mal Detective. Ja? So, ich erkläre Ihnen jetzt was. Sie kriegen jetzt von mir eine Grundlektion. Wenn Sie eine Befragung führen, ja? Sie führen eine Befragung mit drei Leuten oder fünf Leuten. Jeder schreibt mit. Jeder. Okay? Jeder. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, jederzeit dabei zu sein. Verstehen Sie? Wir hatten etliche Gespräche außerhalb. Wir mussten uns zur Seite zurückziehen, weil sie auch Fragen hatten. Ich wollte nicht die ganze Zeit dabei sein. Ich muss doch tatsächlich sagen, er weiß, ich weiß nicht, also wenn ich Zeugenaufsagen aufnehme, bin ich immer froh, wenn eine zweite Person da ist, die mitschreibt, weil derjenige, der das Gespräch führt, sich auf das Gespräch konzentrieren muss. Gut, warum haben Sie sich das danach nicht direkt schicken lassen? Hatte ich angesprochen und er hat es nicht gemacht. Sie müssen kurz ans Telefon. Das ist das Problem. Das ist halt einfach... Sorgen Sie dafür, dass die Leute erstmal das LSPD verlassen, die wir in die Zeilen gesteckt haben. Deswegen, das würde ich nämlich auch vorschlagen, dass wir die erstmal gehen lassen, sagen, es war eine Verwechslung oder keine Ahnung was, damit die direkt sind. Der Halter des Fahrzeugs ist Stine Bosch. Keine Auffälligkeiten, Kampf. Gut, ich veranlasse das mal. Ne, machen Sie das selber. Also ich verstehe Ihren Unmut. Was? Ja, mache ich. Aber ich habe das Bestmögliche getan. Sie reden über Kuchen. Und hauen ab. Bitte? Sie haben über Kuchen gesprochen und sind abgehauen, als ich sie gebraucht habe. Wissen Sie, was gerade beim Unicom passiert ist, Herr Cohen? Nein, Sir. Sie sind ohne Durchsuchungsbefehl da reingerannt. Keiner hat eine Anweisung gegeben. Und dann höre ich, dass der eine da in die Menschenmenge reinballert und tasert. Warum bin ich hier noch schief? Die sind dumm, die Leute hier. Hier arbeiten nur dumme Menschen. Sehen Sie diese Holzleiste? Die ist schlauer. Sehen Sie die Holzleiste daneben? Die ist nochmal schlauer. Das LSPD hier, das sind nur dumme Menschen, die nicht selber nachdenken. Man geht hin und sagt, fahren Sie doch, wenn ich doch alleine bin, dann fahre ich doch nicht zum Vanilla Unicorn, wo eine Party stattfindet. Die tun mit dem Fingerschnipsen, auf einmal kommen dann 30 Leute raus. Ich bin doch nicht dumm. Warum sind Sie so dumm und fahren dorthin? Und dann höre ich auf einmal, dass einer rumballert und die betreten das ohne Durchsuchungsbefehl. Hey, auch da war ich nicht dabei. Keine Ahnung. Darum geht es doch gar nicht, Herr Cohen. Es geht doch einfach nur darum, dass man doch prinzipiell ein Gehirn einschalten sollte, indem man sagt, ich bin in der Unterzahl und wenn ich jetzt Scheiße mache, werde ich gleich getötet. Dann hätten wir wieder eine Schießerei gehabt. 30 Polizisten, die am Boden liegen. 30 Polizisten auf der anderen Seite. Und wunderbar. Also ich sage Ihnen mal folgendes. Das ist mein Eindruck. Wir machen zu viel Hau drauf Action. Wir machen zu wenig mit Plan. Die Leute vom Unicorn, die kriegen wir schon noch. Die Streetsache erklären wir auf. Das ist nicht das Problem. Aber wir dürfen das nicht so Hackebeilartig machen. Wir hatten gestern einen Einsatz zum Beispiel, der ist sehr, sehr gut gelaufen. Dabei haben wir fünf Leute festgenommen aus diesem Forum Drive, die diese Taxi-Leute da bedrohen und erpressen. Einer davon sitzt übrigens noch seit noch eine Stunde oder anderthalb Stunden in der JVA. Wer ist das? Ian Coleman. Okay. Das ist der, den sie vermisst haben an dem Abend. Erinnern Sie sich? Was ist mit dem? Achso, wo haben sie den festgenommen? Ja, in seiner Hood. Wo ist die Hood? Das ist der Forum Drive, neben der Kirche, in der East Side. Gegenüber von den Chamberlains. Wir sind da sauber reingefahren. Wir haben das alles geplant vorher wunderbar. Das FIB hat uns unterstützt. Die SD hat uns unterstützt. Wir waren irgendwie 30 Kollegen. Wir haben da richtig aufgeräumt. Wir haben die alle verhaftet. Wir haben alle Aussagen aufgenommen. Aber der Einsatz war geleitet von jemandem, richtig? Von wem? Den habe ich geleitet, sehr. So. Wer hat das Unicorn den Einsatz geleitet? Wer hat den Befehl gegeben, da hinzufahren? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich war nicht da. Ich habe keine Ahnung davon. Mein Gott. Und wir kriegen die auch sauber dran. Wir haben da eine tolle Akte. Die ist noch nicht freigegeben, weil wir noch eine Aussage brauchen. Von wem? Von dem Herrn Enders. Nein, von Herrn Melon. Nein, Connor. Connor war das. Der Staatsanwalt. Ob wir das jetzt so durchsetzen können oder nicht. In welchem Fall jetzt? Was jetzt passiert ist gestern? Wegen der Taxi-Geschichte. Ja, aber was ist mit dem Fall Street? Und so muss das laufen, Sir. Das muss taktisch durchgeplant sein. Bei Street, wir kriegen die Leute noch dran. Vertrauen Sie mir. Wir haben die Aussagen. Ich habe sie nur noch nicht da. Ich kann es nur nicht schriftlich machen. Weil ich kann mein Gedächtnisprotokoll aufschreiben. Aber ich habe kein Vergleichsprotokoll. Ich brauche die Akte von dem Vorfall. Wo sind die Namen von den Leuten, die man da festgestellt hat? Herr Hedden ist übrigens jetzt zwei Wochen nicht da, damit Sie das wissen. Hervorragend. Die Operations löse ich auch auf. Der SUD hat keinen Sinn mehr. Wissen Sie warum? Warum machen wir extra eine Einheit dafür? Es ist Quatsch. Ja. Ja. Es wird doch sowieso pro Einsatzleiter bestimmt. Darf ich Ihnen dazu sagen, ich will das auch nicht böse meinen, aber der Herr Dems ist theoretisch sehr gut. Er macht sehr gute Einsatzpläne, aber er bringt das nicht an den Mann. Er kann es nicht transportieren. Ja. Ich habe gestern Streifen gebildet, habe jeder Streife gesagt, was sie zu tun hat. Hat mir die Streifennummern geben lassen und habe dann systematisch durchgefragt, welche Streife gerade welche Aufgabe hat und wie da die Situation aussieht. Das war hervorragend. Aber das ist ja logisch, das sollte man doch als Polizist sowieso im Kopf haben, dass Organisation das A und O ist. Ich habe gerade den Leuten erklärt, wo die sich hinstellen müssen, weil die es nicht selber verstehen. Absolut. Und wissen Sie was? Gestern ist es gut gelaufen. Jeder hat gewusst, was er zu tun hat. Keiner hat irgendwie Stress gehabt. Es war kein hektiken Funk. Es war alles perfekt. Ja. Und ich komme zu Adams zurück und Adams war sehr traurig und beleidigt, weil ich die Einsatzleitung abgenommen habe. Dann sage ich, okay, pass auf Adams, ich habe hier unten fünf Leute, die wir befragen müssen. Wir haben oben elf Zeugen. Du musst mich unterstützen mit einer Einheit. Was ist passiert? Es gab einen Dispatch mit einem Shop-Räuber und alle waren weg. Wir waren zu zweit. Ich und der Herr Douglas. Wir haben uns einfach alle reingelassen. Mit 16 Mann. Sind die zum Shop-Raub gefahren? Zum Shop-Raub, ja. Verstehen Sie, hier läuft einiges ein bisschen hektisch. Wir müssen uns mehr Zeit geben. Okay, Herr Cohen, passen Sie auf. Wir machen das ganz einfach. Sie werden jetzt tatsächlich in die Einsatzleitung kommen. Sie übernehmen die Operations und Ihr Bruder wird sich um die Detective Unit mit Herrn Baker kümmern. Aber das Ding ist, ich kann das nicht mehr gebrauchen, dass irgendwelche Leute halbgare Scheiße hier machen. Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann. Und aktuell ist das hier am Flickenteppich hochziehen. Ist das in Ordnung, Herr Cohen? Also Ihr Bruder kann Sie ja weiter unterstützen. Ja, aber wenn wir einen Einsatz haben, dann muss einer diese Einsatzleitung übernehmen. Okay, was machen Sie mit Herrn Adams? Ich bin der Information, dass der Dinka-Sportwagen, also die Beschriftung Dinka, sowie auch der schwarze Chef da, sich wieder beim Unicorn befinden. Ende. Hallo? Herr Adams, kümmern wir uns darum, wenn er wieder zurück ist aus dem Urlaub. Der dauert, der ist zwei Wochen weg. Leitstelle 1,2. Aber wir brauchen jetzt jemanden, der den Arsch hochkriegt und nicht eine Schlaftablette. Nö, ich verstehe. Wir schmeißen jetzt auf jeden Fall die in den Zellen unten erstmal raus. Ist schon passiert. Ist schon passiert, sehr gut. Wir wollen das jetzt nicht torpedieren. Und jetzt werden wir zu dritt einmal das Vanilla Unicorn anfahren und gucken, was da los ist. Weil ich habe keine Lust, dass da gleich wieder Remi Demi ist. Da fährt keine Steife rein. Wir stellen uns kurz gegenüber, gucken uns das an, was da Phase ist mit einem anderen Cover-Fahrzeug. Und dann werden wir, wenn alles ruhig ist, wenn wir dann uns da beschließen, die Leute von diesem Chef da und dem Dinker festzunehmen, warum auch immer, dass der Funk gerade eine Rolle gespielt hat, dann machen wir das koordiniert. Jawohl, sehr. So. Ich hole nur kurz eine Weste. Und haben Sie bitte die Rekruten, die müssen unbedingt einen Einlauf kriegen. Ich werde Herr Street die Befugnis geben, dass er sich darum kümmern kann. Herr Street? Herr Stark. Ja, Herr Stark. Herr Stark. Ja, holen Sie sich eine Weste, ich warte draußen. Haben Sie Namen für mich, wenn ich anmelden darf? Ich bin Pablo Perez. Pablo. Die 99 an alle Kollegen, eine allgemeine Frage, was war mit dem Fahrzeug, Dinka, Aufschrift und mit dem schwarzen Schäfter, eine Information bitte. Ich habe es vorhin durchgefunkt, aufgrund dessen, dass die beiden Fahrzeuge sich vom Unicorn entfernt haben. Warum, wieso, weshalb, ganz genau, weiß ich leider nicht. 47 Ende. So, wo standen also, liegt gegen diese Fahrzeuge nichts vor, außer, dass sie sich dort entfernt haben. Ist das korrekt? Nicht ganz. Das Dinka-Fahrzeug war vorhin in der Verfolgungsjagd, da weiß ich nichts zu. Und bei dem Schäfter ging es wohl, wie gesagt, bei dem Unicorn und dem Flüchtling. Da müssen Sie den Herrn Wolkow fragen. Vielen Dank, Janne. An die Kollegen bei der Verfolgungsjagd mit dem Dinka-Fahrzeug. Wer war dabei? PD, 21 für die 99 kommen. Herzi, kommen. Waren Sie bei der Verfolgungsjagd dabei? Also, negativ, kommen. So, verstanden. Streifel 3, Status. 1, jetzt, ähm, äh, Westpucci, kann ich denn kommen. Waren Sie bei der Verfolgungsjagd involviert? Kommen. So, negativ, kommen. Streife 5, habe ich schon angefangen. Streife 6, habe ich schon angefangen. Streife 1, waren Sie dort involviert? So, nicht, wollt ihr das verarschen? Streife. Was, negativ oder positiv? Negativ, hatten Sie gesagt. So, verstanden. 99 Ende. Äh, was war das? Hä? Hä? Was, wo? Das Fahrzeug ist auf der Verfolgungsjagd. Wer war denn jetzt involviert? Keiner offensichtlich. Waren Sie bei der Verfolgungsjagd involviert? Wir hatten nur einen Code 2, aber ich weiß nicht, ob das gemeint ist. Nein. Okay. Das gibt's doch nicht. Träumen wir gerade, oder? Leitstelle für die 99 kommen. LRT, komm. Haben Sie, wann haben Sie die Leitstelle übernommen, kommen? Code, Leitstelle, komm. Leitstelle ist hier vor ungefähr einer Stunde, komm. Wer war bei dem Code 11 involviert? Das war eine Streife, die beide bereits außer Dienst sind, komm. Wer war das? Die Dienstnummern weiß ich nicht mehr. Tut mir leid, komm. 99 Ende. Das hat keinen Sinn mehr. Das macht keinen Sinn mehr. Wir waren mal so eine gute Behörde. Was ist passiert? Weiß ich auch nicht. Absolut, keine Ahnung. Wir haben nur Scheiß eingestellt, ich sag's Ihnen. Die arbeiten nicht gut, die Leute. Nein. Nee. Weiter nicht. Da muss man, glaube ich, ein bisschen eine härtere Gangart fahren. Wir brauchen... Das Ding ist, ich glaube, wir brauchen nicht eine härtere Gangart. Wir brauchen... Wir müssen das denen mehr vorleben. Wir müssen das denen vormachen. Aktuell lassen wir uns treiben, meiner Meinung nach. Ja, dann fangen wir doch mal an. Kommen Sie. Wir bestimmen nicht das Tempo. Weitersteigen. Weiterfahren. Nee, kannst weiterfahren. Hm. Gut. Kennen weg ist, geht's bergab. Jupp. Ich, äh... Wenn du das so meinst... Zu hektisch alles. Es ist alles viel zu hektisch. Ja. Zu hektisch und zu aufgegeilt, nach jeder Stressaktion sofort dabei zu sein, ganz vorne. Was genau machen wir jetzt? Mal zum Unicorn gucken. Hallo, Walter Weiß. Ja, meine Schönen. Äh, Madison hier. PD52. Ja, bitte. Hallo? Ja, bitte. Herr Weiß. Ja, ähm, Sie haben doch gerade, äh, Namen erfragt von der Streife, die, oder die Streifen, die Verfolgungsjagd aufgenommen haben mit dem Schäfter. Ja, mit dem Dinkerfahrzeug, ne? Ähm, der Kollege Lee konnte, oder hat gesagt, dass der Herr Aziz, der Herr Sky und der Herr Wolf zumindestens durchgefunkt haben, äh, dass die wegfahren von, äh, dem Unicorn. Also die drei Namen. Ja, ja, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass die Fahrzeuge schon vorher gesucht wurden. Leitstelle für die Streife 1, komm. Ja, okay. Ja, deswegen, äh, versuchen wir eine Erfahrung zu bringen, warum. Der Streife 1, tot, acht, dass nichts mehr das geht, komm. So, hab ich das. Ja. Mitstrecken. Okay. Okay, ich wollte, ich wollte ihn darüber nur informieren. Ja, vielen Dank für die Info. Alles klar, tschüss. Ich glaube, im Leitstelleblatt ist verzeichnet, dass wir zu zweit auf der Streife sind. Leitstelle für der 61, komm. Wir kommen. Äh, wo sind wir denn? Ähm, ah, tragen wir bei Streife 4 bitte noch die 67 ein, ähm, bei Streife 4, komm. Check. Sie macht, kommen. Streife 3, Code 4, lost MC. Wir müssen mal einen guten Einsatz fahren. Ein was? Wir müssten mal einen guten Einsatz fahren. Ja. Herr Coleman, wir sitzen, wie lange noch in der Zelle? Ähm, bis 23.25 Uhr. Okay, der hätte 24 Stunden bekommen, oder was? Ja, richtig. Okay, aber kein Prozess. Nein, nein, nur wegen Fluchtgefahr und akuter Gefährdungslage 24 Stunden bekommen. Okay. Sitz um in der Fahrt. Ja, der kooperiert? Ähm, ja, jein. Ja. Anfangs nicht, später schon. Ja. Okay. L, S, Leer, 6. Ich würde gerne mal durchgeben, dass die Personen, die wir jetzt vorhin benannt haben, nicht mehr gesucht werden, bis auf Heiters. Nicht, dass die jetzt nochmal irgendwie die Leute wieder anschnitten. L, S, Leer, Zeichen, 6, 5, 0, 0, komm. Ja, positiv, komm. L, S, Leer, ist dabei. Ähm, 61, noch zur Information für alle Einheiten. Die vorhin genannten gesuchten Personen sind erstmal nicht mehr auf der Fahndungsliste. Ähm, ja, 61, eben dann. Ist die Frau Morell. PDI 32 für die 99 kommen. 32 hört. Rufen Sie mich mal bitte eben an. Kommen. 99, Ende. Die 82, die jetzt schon auf dem Dienst abberühren, die es noch. Hallo Frau Morell. Ja, ja. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Wie geht's Ihnen? Wunderbar. Passen Sie auf, es ist ganz einfach. Wir müssen unbedingt die Polizisten besser schulen in diesem LSPD. Weil gerade hatten wir einen Einsatz. Sie sind einfach eigenhändig zum Vanilla Unicorn gefahren und zwar Rekruten. Ich kriege gerade von allen Seiten diese Informationen zugesteckt. Und Herr Wolkow hat dort anscheinend die Einsatzleitung übernommen und hat in eine Menschenmenge reingetasert. Ja, habe ich gehört. Und hat ein Grundstück betreten ohne Durchsuchungsbefehl. Ja, so wie ich das jetzt gerade mitbekommen habe, geht es da auch teilweise um, ja, Kommunikationsführigkeiten, oder so was, die aufgefasst haben. Hört sich. Ich höre mir gerade tatsächlich die Seite an von Herrn Wolkow und Herrn Sky, die stehen gerade vor mir, ja, wollten mit mir sprechen. Sind Sie oben? Nein, ich bin in einem Fahrzeug. Warum, was haben die gesagt? Ich bin gerade dabei, dass sie halt die Info bekommen haben, dass sie die Person halt, dass die Zeugenaussagen machen sollen. Richtig. Und dass die festgenommen werden. Richtig. Und als sie vor Ort waren, haben sie halt einen angetroffen von denen. Die wussten halt, dass sie da sind und es sind vorher wohl schon Streifen angefahren. Und dann wurde es wohl bei der Leitstelle schon angemerkt, dass da das ja ein Privatgrundstück ist, dass man da nicht viel machen kann. Dann wurde aber schon durchgefunkt, dass Unterstützung gebraucht wird. Dann sind Herr Wolkow und Herr Sky auch mit angefahren. Dann haben sie diesen Murat Kopra davor angetroffen. Der hat dann dementsprechend halt sich verweigert. Und aufgrund dessen, dass die Leute sich dann verweigert haben, haben sie die halt festgenommen. Haben Sie mitbekommen, wie? Ich habe gehört, dass Herr Wolkow unter anderem getasert hat und dass der Herr Kopra wohl irgendwie geflüchtet ist. Sie sollten denjenigen, der alleine zum Vanilla Unicorn ist, den Arsch aufreißen. Weil es war bekannt, dass am Vanilla Unicorn heute eine Party stattfindet. Ja? Und dann fährst du nicht mit einem Streifenwagen alleine dorthin. Ja. Sehe ich genauso. Bin ich ganz auf ihrer Seite. Und außerdem wurde mir zugetragen, dass es gestern wohl einen Einsatz gab. Und dieser wurde dann beendet. Und dann gab es einen Shop-Raub. Und dann sind alle 16 Kollegen dann hingefahren. Wir haben Sensationsgehe im LSPD. Schon wieder, oder was? Ja. Krieg die Krise. Holen Sie sich die alle ins LSPD und machen Sie eine Ansage? Ja, mache ich. Gut, dann hole ich alle ins LSPD. Ja, machen Sie das. Herr Kohn, die beiden Kohn-Brüder sitzen bei mir im Fahrzeug, ja? Wir sind dann noch unterwegs. Alles klar, gut. Ja, das brauchen wir nicht dazu kommen. Dann hole ich die anderen alle dazu. Ja, wunderbar. Alles klar. Bis dann. Dann. Ach Gott. Ist der wirklich ins Unicorn gerannt und hat um sich geballert? Er hat getasert. Weil er hat da jemand geflohen und er ist dann hinterhergerannt. Ja, der hat irgendwie auch 35 Jahre Militär hinter sich. Da ist, da glaube ich, ein bisschen anders drauf. Ach, Jay, wir waren übrigens vorhin hier bei der Textilfabrik. Ja, was war denn jetzt damit? Also, angeblich haben die eine Besitzurkunde von einer Frau Weger ausgestellt. Ich habe beim Richter angerufen und der meinte, es gibt tatsächlich eine Frau Weger bei dem Gewerbeamt. Aber ich finde diese Urkunde in Anführungsstrichen sehr seltsam. Da steht nämlich nichts drauf, außer, ja, er besitzt hier mit dieses Objekt ab Oktober bis auf weiteres. Kein Preis, kein nichts, keine Ahnung, kein Vertrag, kein gar nichts. Also, sehr seltsam. Weißt du, riechst da gerade Urkundenfälschung oder? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal diese Frau Weger sprechen, aber ich weiß nicht, wie ich an die rankommen soll. Müsste man jetzt erstmal rausfinden. Wie gesagt, ich höre den Namen heute zum ersten Mal. Wollte mal mit einem Makler sprechen, ob der da irgendwie Kontakt hat. Halt sie mal. Aber das FIB vielleicht. FIB kümmert sich doch auch um Geschäftsverbrechen, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall, ja. Versuchen Sie doch mal, dort einen zu erreichen. Einfach nachzufragen, ob die andere Dame kennt, die so heißt. Ich würde gerne wissen, was sie da drin machen. Ja, mich auch. Weil wir haben absolut keine Einsicht, nichts. Das fühlt sich verrückt. Versuchen Sie gerade zu telefonieren? Ja, ich gucke gerade, aber die Kontakte, die ich habe, sind alle nicht da. Hast du noch welche, Jay? Wen hast du angerufen? Douglas und diesen, äh, Stryker oder wie heißt er? Ähm, nee, dann habe ich auch keinen, ne? Ich rufe eh nur den Douglas an. Alle anderen sind ja, das ist Respekt. Aber ich werde mal danach fragen. Die kommen ja sowieso jeden Tag ins PD. Ja. Das kommt mir sehr seltsam voran. Hat der einer von euch bei der Aktenschulung heute dabei? Nein. Negativ. Ich bin da so eine Akte. Ekelhaft. Aber wir hatten dann immerhin, als was Positives, wir hatten ein recht konstruktives Gespräch mit den Richtern. Ja. War eigentlich ziemlich cool. Ähm, die planen ins Gesetz, einen Empfindungsparagrafen einzubauen. Okay. Das wird zukünftig, wenn die sagen, sie können nicht zahlen. Äh, planweise nicht. Naja, er nimmt es mal auf. Immerhin, das ist so schon mal ein Anfang. Ähm. Buch. Ja. Äh, und wir dürfen diesen Anwalt wahrscheinlich uns schnappen. Mindestens einen davon, der wird dann auch beim PD wohl angestellt. Ähm, damit er auch exklusiv vor uns arbeiten kann. Und ja, die wollen jetzt auch mehr darauf hinarbeiten, dass, äh, diese Verfahren, äh, schneller stattfinden, beziehungsweise, äh, generell mal, glaube ich, Gerichtsverfahren stattfinden. Am besten am gleichen Tag, genau. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Richter darauf plädiert, dass man nicht bei Bewusstsein sein muss, um seine Strafe abzusetzen. Ähm, der wird dann abends eingesperrt, er holt sich schön im Schlaf und morgens kommt er dann wieder aus der Zelle, oder? Ja, scheiß. Ich glaube, ich hatte enorm heftige Kopfschmerzen und bin irgendwo nach. Ja, aber, keine Ahnung. Ist scheißegal. Ja, also, es war auf jeden Fall ganz konstruktiv. Wir haben auch einen neuen Richter kennengelernt, den Herrn Lucera. Lucera. Nötige, keine Abholung, nein. Ähm, ich will auch mal die Nummer geben. Ne, Lucero heißt der. Logan Lucero. Logan Lucero. Ja, die Nummer ist 150828. Neuer Richter. Neuer Richter. Neuer Richter. 1-0-1. 1-0. 1-8-0. Äh, 8-2-8. Dann werden die Gefangenen erstmal zu uns, prägen wegen der Bespultung gleich in 10 Minuten. Und werden ihn danach in die Aufwahl aufgewacht bekommen. Alles in Ordnung? Ja. So positiv stand natürlich, dass das dem SD weiter, dass die keine Streife hinbeordern müssen. Ich hab eh nichts mitbekommen. Ich guck mal, wie der Freund aussehen. Ach, das ist doch vollkommen in Ordnung. Das kann man rauspolieren. Ja. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja, ja. Leitstelle für die 47 kommen? Ich bin Politur drauf und ein bisschen Spucke und dann geht das schon. Das habe ich nicht kommen sehen. Wir wechseln mal lieber das Fahrzeug. Geht es euch allen gut? Absolut. Ich glaube, ich bin mit dem Kopf ein bisschen gegenfällig dran. Oh Gott. Okay, dann die 47 mit der allgemeinen Information, dass keine Streife mehr am Airport benötigt wird. Ich habe den Herren hier und ich nehme ihn jetzt mit, weil ich eh zum PD muss. Ende. Oh ja, das wird dann. Okay, das ist ja gut. Das ist ja geklärt. Gut, Arktik Holmen habe ich fertig. Das können wir übergeben an die Staatsanwaltschaft. Wunderbar. Ich stelle die Wagen mal lieber hier ab. Ja. Hat die Leitstelle somit. Streife 2 kommen sie zurück zum PD. Proto verstanden. Wollen Sie die Besprechung von Frau Morell mitbekommen? Ja, gerne. Ja, dann kommst du auch in mein Tuch. Willst du sehen, wie die den einen Einlauf gibt? Ja, ich auch. Was kommt denn da? Warum ist Stark schon wieder aus dem Dienst raus? Der gerade ist ein Motorrad-Cycle-Wettbewerb. Wird das ein Chip? Ne, die neuen ACLS-Farben. Ne. Doch, wir haben gesagt, blau ist nicht so. Herr Weiß? Ja, bitte? Kommt auch gleich jemand rein oder können wir gleich die Haupttür abschließen? Wegen der Besprechung. Ich komm gleich rein. Schließen Sie dann die Tür ab? Ja. Okay, wunderbar. Super, danke. Machen Sie jetzt schon wieder Feierabend so früh? Ja. Gib Double XP in meinem Lieblingsspiel. Gezocken. Oh Gott. Versprechung. Jetzt machen wir auf Müllabfuhr. Bis später. Er sagt Gezocken. Der hat irgendwas von Double XP in seinem Videospiel gesagt. Leute, wir spielen gleich auch nach dem Stream hier, nach GTA, die Story von Call of Duty an. Da soll es ja richtig zur Sache gehen. Die soll ja richtig cool sein. Habt ihr Bock? Also so ein Stückchen. Hallo? Ja, Morell hier. Ja. Wissen Sie, wer auf die Idee kam, auf das Grundstück zu fahren, um da die Leute festzunehmen? Also die Leute festzunehmen, das kam ja von mir. Ja, aber haben Sie, entscheidender Unterschied, haben Sie festnehmen oder festsetzen, so gesagt? Weil wenn es nur Zeugen sind, dürfen wir sie ja maximal festsetzen. Ja, aber denen sollte tatsächlich auch ein Tatverdacht vorgelegt werden. Und zwar, wir wollten denen einen Scheintatverdacht vorlegen, damit die sich nicht absprechen können. Und zwar, dass die Mitglieder einer kriminellen Vereinigung sind. Ähm, wir haben das aber, genau, aber der Grund war, dass wir die eigentlich zeitgleich alle befragen wollten wegen dem Mordfall gegen den Street. Aber es gab keiner den Befehl gegeben, zum Vanilla Unicorn zu fahren. Gut. Und wo Sie das mitbekommen haben, war das schon komplett zu spät, ja? Ja. Richtig. Da war eine riesen, da gab es riesen Tumulte. Ähm, ich bin dann da hingefahren, hab das dann auch versucht zu koordinieren und mir wurden Sachen da berichtet von, der Herr Kennedy kam, drückt auf mich zu, dass der Wollkopf in eine Menschmenge reingeschossen hat und reingetasert hat. Mhm. Es ist schwierig aktuell, also es ist echt, das LSPD hat gerade echt massive Probleme. Ja, gebe ich Ihnen komplett recht, der weiß. Also, wir müssen eigentlich, ich bin echt am überlegen, ob wir 50% der Überlegschaft kündigen. Weil es hat so keinen Sinn mehr. Das ist viel zu viele Leute, die den Grundansatz dieses Jobs nie verstehen. Sag ich Ihnen, wie es ist. Ich fahre doch nicht als Streif alleine zu einem Vanilla Unicorn ohne Partys, wo sich Gangs rumtreiben und so. Ich bin doch nicht dumm. Und die machen das. Es ist doch dumm. Wie kann man so auf sein Leben scheißen? Ja. Gut, und gestern waren das irgendwie elf Personen, die dann angefahren sind für einen Shop-Rauf. 16. Ja, Herr Kohn? Herr Kohn? Ja. Wie viele Leute waren das gestern mit dem Einsatz? Waren Sie dabei? Die dann, wo Sie alleine gelassen wurden mit Herrn Douglas? Wir waren sicherlich, also wir waren ja auch ganz viele SD- und FBI-B-Kollegen dabei. Also wir waren richtig viele, mindestens 16 Leute oder so. 16 Leute ungefähr. Vom LSPD, wie viele waren dabei? Es waren glaube ich drei Streifen alleine oder so drei, vier Streifen vielleicht, keine Ahnung. Drei bis vier Streifen und die sind dann alle zu einem Shop-Rauf gefahren, ja? Es sind auf jeden Fall viele weggefahren. Irgendwie Herr Adams hat sich dann auch noch irgendwelche Streifen geschnappt, ist in einem anderen Funkkreis gegangen, ohne was zu sagen. Adams hat dann den Funkkreis gewechselt und hat noch einen eigenen Funkkreis gebildet. Also am Schluss waren es irgendwie nur noch zwei Streifen und die vor Ort waren, die ich ansprechen konnte. Das war sehr schwierig. Wo sind Sie, in dem Besprechungsraum? Ja, ich gehe jetzt gleich hoch, ja. Ja, ich bin da schon, ich warte mal auf Sie. Sie halten die Ansprache, reißen Sie den Leuten den Arsch auf. Alles klar, bis gleich. Ja, sehr schwierig. Weil wissen Sie, ach so. Ja, sagen Sie. Weil wissen Sie, es bringt, also, ich will jetzt nicht irgendwie so Motivation-Talk oder so einen Scheiß machen, aber es bringt halt auch nichts. Also wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken wegen so einer Scheiße. Aber das ist das dritte Mal, dass ich heute außer Dienst gehen möchte. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, kann das von nachvollziehen. Ja, hier ist ein Witz. Die Leute, die haben keine eigenen Grundverständnis eines Polizeidienstes. Verstehen die nicht. Die wissen nicht, wie es geht. Also ich bin, muss ehrlich sagen, im ersten Moment schlackern einem die Ohren, aber ich würde tatsächlich ein paar Leute einfach rausschmeißen. Das ist, geht so nicht weiter. Das setzt auch ein Zeichen. Naja, allein diesen Wolkow, ganz ehrlich, nach der Aktion, weiß ich nicht, würde ich gehen lassen. Ja, das soll die Frau Morell entscheiden. Die ist für die Personalabteilung zuständig. Genau, das muss sie entscheiden, aber... Wissen Sie, was ich mache, Herr Korn? Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde das jetzt, wir werden das ein bisschen umstrukturieren. Ich werde jetzt immer von Ihnen einmal pro Woche oder zweimal pro Woche, ich suche mir Tage aus, einen Report kriegen. Einfach nur einen Report. Ich will gar nicht wissen, aber Sie tragen die Verantwortung für Ihre Abteilung. Ja. Sie teilen sich die Leute ein, wie Sie möchten, aber Sie kommen zu mir und geben mir einen Report. Und ich segne ab oder sage nicht absegnen. Wenn die Abteilung soll. Ja, genau, richtig. Verstehe. Ich will davon gar nichts mehr hören, diese ganze... Ich werde das gleich auch ankündigen. Ja, verstehe. Wow. Warte, mal ganz im Ernst. Am Anfang hat das LSPD so gut funktioniert, aber aktuell ist es so anstrengend. Es ist so anstrengend. Na gut, jetzt kommen wir noch zwei. Dann da stehen noch zwei. Dann ich. Ja gut, jetzt wird die langkommen. Verstehe nicht. Was ist passiert? Warum ist das so schlecht geworden? Warum ist das so schlecht geworden? Hans Rath ist im Feierabend OOC. Hat er sich bei der Leitstelle abgemeldet? Oder solltet ihr mir das jetzt im Chat sagen, weil das wäre echt dumm. Ah, es kommen die alle gut. Ja. Ja, das finde ich sehr gut. Sind wir alle? Okay, die zwei sind auch draußen. Aber sonst sind wir alle. Können sie mal lauter reden? Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Sir, ja, Sir. Okay, wir warten eben noch auf die anderen. Sonst, wer weiß wie euer Tag bis jetzt. Wunderbar. Das freut mich zu hören. Und ihre? Och ja, geht so, ne? Ja. Au, die letzten zwei Stunden aufregend, aber ansonsten ganz schön. Warum? Okay. Fehlen noch welche? Weiß ich nicht. Gehen Sie doch mal, ich gehe mal ganz kurz durch. PD77? Anwesend. Okay. PD59? Anwesend. Anwesend. Ja, ich sehe sie. Sie wollen lauter reden. 42? Sehe ich. 24? Anwesend. 53? PD53? Wenn sie hier sind, sie müssen lauter reden, ich kann sie nicht hören. Sind Sie die 53? Können Sie mich noch hören, Frau Morell? Wie bitte? 53? Ja. Sehen Sie die? 53? 1. 1. 2. 3. Von der Wand aus. Hallo. Ja, gut. Ein bisschen lauter sprechen, sonst hört man sie vorne nicht. Okay. Ähm. Okay. Äh, die Frau Morell, die wird Ihnen jetzt gleich was erzählen. Hören Sie da bitte zu. Und dann möchte ich Ihnen danach auch noch was sagen. Die 54, wo ist die? Anwesend. Okay. Und die 47? Äh, Entschuldigung. 74? Anwesend, Sir. Okay. Herr Anderson, welche PD-Nummer haben Sie die 14, ja? Die 14. Okay, wunderbar. Ja, dann Frau Morell, bitteschön. Ja, guten Abend. Guten Abend. Also, es geht jetzt um ein paar Sachen, die hier momentan gewaltig schief laufen, ja? Ich habe heute eben gerade von dem Einsatz erfahren, der stattgefunden hat am Hynikon. Ich frage mich wirklich, ob Sie alle das Gesetz nicht kennen und nicht auch einmal nachdenken. So, Sie haben die Anweisung bekommen, Personen festzusetzen aufgrund von Zeugenaussagen. Fährt man da zu einem Privatgrundstück, um da die Leute zu suchen, wo eine Party stattfindet? Für ein Privatgrundstück braucht man ein Durchsuchungsbefehl. In dem Sinne hat sich jeder dort strafbar gemacht gerade. Und jeder hat gegen das Gesetz gehandelt. Denken Sie nach, bevor Sie handeln. Und wenn Sie nicht wissen, ob das richtig ist, fragen Sie über Höherrangigen nach. Aber handeln Sie nicht einfach, bevor Sie Ihren Verstand nicht eingesetzt haben. Und natürlich läuft dann alles aus dem Ruder, wenn dann eine große Party stattfindet und bekannte Leute da festgenommen werden sollen oder festgesetzt werden sollen aufgrund einer Zeugenaussage. Sowas muss abgesprochen werden, vor allem dann mit der Führungsebene. Dann höre ich, gestern gab es einen Shopraub. Und drei oder vier Streifen von uns sind da angefahren. Drei oder vier Streifen. Es gab vor kurzem erst eine Besprechung, wo gesagt worden ist, wenn ein Shopraub ist oder ähnliches, dann fahren da ein oder vielleicht zwei Fahrzeuge hin und nicht alle auf einmal. Die Leitstelle muss das mit koordinieren. Die Leitstelle muss sagen, sonst die und die Streife fährt hin. Und wenn alle anderen, als hätten sie, keine Ahnung, ein Leckerbissen, was sie alle haben wollen und alle anfahren, das funktioniert nicht. Da muss die Leitstelle auch eingreifen und sagen, nein, Streife 1 und Streife 2 fährt hin, Punkt. Und nicht alle. Sie müssen bedenken, dass die Stadt riesengroß ist. Und währenddessen, es kann auch Ablenkungsmanöver sein. Wenn ein Shopraub stattfindet im Norden, könnte im Süden wieder die Hölle losgehen. Und bis alle vom Norden im Süden angekommen sind, ist keine Ahnung, kein komplettes Land unter sein. Denken Sie nach, teilen Sie sich auf. Es muss nicht jeder am Ort des Geschehens sein. Es funktioniert nicht. Im Funk. Momentan herrscht ständig Chaos im Funk. Funken Sie wirklich nur das Wichtigste. Vielen Dank. Wenn Sie an eine bestimmte PD-Nummer eine Frage haben, wegen irgendeinem Fall, rufen Sie sie an. Aber führen Sie keine ewig langen Gespräche im Funk, das interessiert niemanden anderes. Es können keine wichtigen Sachen dadurch gefunkt werden. Ihr Bruder führt jetzt die Operations, ja. Alle anderen, wenn wir 20 Kollegen sind und, keine Ahnung, zwei, drei Kollegen haben gerade ein Verhör. Oder irgendeine Verkehrskontakt. Ich bin Michael. Sie können kaum zuhören, weil dann Kaffeeklatsch getrieben wird im Funk. Nein, mein Bruder führt die Detective. Ich dachte, ich führe die Operations. Nein, andersrum. Was gehört wirklich im Funk? Andersrum. Oder macht es Sinn, vielleicht auch einen Kollegen anzurufen? Andersrum. Wenn eine Streife sagt, sie fährt schon einen Shopraub hin, dann müssen nicht die anderen... Nein! Wer weiß, wo ein Keraub hat? Hören Sie, ich werde verfolgt, Hilfe! Wie, sie werden verfolgt? Wir brauchen hier raus, sie kommen. Wir brauchen hier, sie kommen. Im LSPD. Hier sind nackte Leute mit der Taschenlampe. Die schießen! Wie ist sie? Hören Sie auf! Auf! Ihr seid ja ganz große Helden. Ja, mach! Aufhören! Aufhören! Oh, Mann! Er weiß, geht es ihm gut. Leute, aufhören! Ey, warum kriegt jetzt dieser Server das nicht in den Griff? Herr Weiß? Entschuldigung, könnten Sie kurz auflegen, das wäre sehr nett. Äh, ja, das ist gar kein Problem. Ja, rufen Sie mich bitte nochmal eine Minute an. Ja, ich rufe Sie nochmal in der Minute an. In Ordnung. Dankeschön. Mir geht es gut, Leute. Ich habe nur eine Platzwunde. Der Herr Korn ist bewusstlos. Sollen wir den MD rufen? Ja, MD einmal anrufen. Aber stehen bleiben jetzt hier. Hören Sie auf, damit das bringt nichts. Alter, habe ich mich erschrocken, Alter. Komm, lass es bleiben. Ja, die haben God-Mode an. Nein, das muss nicht ausgespielt werden. Hat jemand MD verständigt? Ja, sehr gut. Ja. Wer schießt denn da noch? Wer schießt denn da noch? Hören Sie bitte auf zu schießen. Danke. Das sind die Personen nicht, die Problemen. Alle einmal bitte hier vorne hinkommen. Zum Treppenaufgang. Die vollitontiert sind von mir auf den Weg, so schnell wie es geht. Jemand muss hier unten die Tür aufmachen, oder? Ja, wir haben einen mitge... Aber wie die um die Ecke standen. Wie die um die Ecke mit der Unterhose standen. Ganz groß fällt, Leute. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich dachte, das ist ein Bug. Ich dachte, das ist nur ein Bug. Ich wollte gerade sagen, hier sitzt einer mit einer Unterhose. Und dann kam einer um die Ecke mit der Taschenlappe. Und... Oh, Mann. Alter, ich habe halt gar nichts geschehen. Ich habe die Ecke. Näh. Ah... 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 Der liegt schon am Telefon. Er weiß, wer... Wer befolgt sie? Sein paar Leute in Unterhose. Ah... 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 Ahhhh, ist das schön. Ach. Oh Mann. Die haben einfach gewartet. Herr Johnson? Hm? Ich geh nach unten und lass das MD gleich rein. Ja. Hallo? Ja. Die haben einfach um die Ecke gesessen und gewartet. Guck euch den Clip an. Ahhhh, schön. Was ist das schon wieder für ein kranker Stream? Sollte auch mal vom Mediziner angeschaut werden. Klären wie die reingekommen sind. Ach Leute, ey spielt das doch nicht aus. Warberei, Copperfield oder sowas. Vorsicht. Ja, einfach kurz auf dieser Seite. Wir ruhigen uns jetzt alle wieder. Und ihr geht bitte alle einmal ins Büro zurück. Das geht zügig an meine Herrschaften. Hopp, 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 hopp. Wer weiß? Ja, ich muss auch gleich, der Doc muss auch gleich bei mir einmal schnell gucken. Ja. Ich spiele das nicht aus. Alle Kollegen, die Verletzungen davon getragen haben, bitte einmal zurück in den Flur. Oh man. So ein Wewechen davon getragen, bitte. Hier die Frau neben mir. Ja. Ja, scheiß drauf. Wozu? Ich lege auch noch hier. Äh, an meinem Arm. An ihrem Arm? Ja, rechts. Ach, Herr Weiß. Sie ist nicht schade. Ach, Herr Weiß auch gewusst. Nein, nein. Nein. Titel ist heute on point, Leute. Weil es gibt auch noch könnten. Gott sei Dank, Herr Weiß ist gerade ja auch nicht. Jaja. Nein. So, sonst geht es Ihnen gut? Ja. Danke. Bitte. Herr Weiß. Ja. Wo tut es weh? Nirgendwo. Ich habe nur, äh. Was? Oh Gott. Das wäre jetzt aber unangenehm. Jetzt wo er es nicht hört, kann ich auch sagen. Ja, Moment, Moment. Er liegt auf dem Boden? Ja, ich bin ausgerutscht. Hier lag eine Banane. Der Kohl hat die da hingelegt. Natürlich, ist klar. Afrika. Alles klar, okay. Äh, er hat 2.40. Pilotchen, danke für 8 Monate. Dankeschön. Jupp. Dann wünsche ich Ihnen natürlich gute Besserung. Ich gebe Ihnen aber hier noch einen Eisbeutel. Irgendwie... Klar, der Eisbeutel ist müßlicher als der Typ, der gleich tot ist. Äh... Er weiß? Ja, ich, äh... Ja. Ja? Nee, ich müsste es auch noch machen. Ich habe noch schwarz vor den Augen. Ach, Sie haben noch schwarz vor den Augen. Richtig. Gucken, vielleicht kriegen wir das irgendwie noch hin. Sollte Michael nicht noch irgendwo liegen? Nee, nee, haben wir schon. Okay. Ahhhh. Wie? Weiß hat schwarz vor den Augen? Ahhhh, stellt sich schon da vor mir. Jaja, genau. So. Ah, Mann, 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 da bin ich einfach gestolpert. Wattenjammer aber auch. Ja, traurig, traurig. Wer ist denn hier Bananen? Gott sei Dank sind sie so schnell gekommen, hat mein Kollege, der hat einfach eine Banane dahingeschmissen. Er will wahrscheinlich eine Kündigung. Aber sagen Sie ihm das nicht. Ja, natürlich. Ja, kein Problem. Ja, wir haben tatsächlich heute wieder einen entlassen, ne? Ja? Was? Amtsanmaßung hat er gemacht beim FIB. Wieso? Was hat denn der gemacht? Ist hingegangen, ist ein FIB-Gebäude, hat gesagt, er wäre einer vom FIB und hat da ein bisschen FIB gespielt. Ja. Und der ist aber bei der MDs eingestellt. Wie heißt der denn? Ja, das kriegen sie doch gesagt vom FIB, die sind dran. Sehr gut. Gut, ich gehe nochmal wieder zurück zur Besprechung. Vielen Dank. Jo, bitte. Schönen Abend noch. Heimsturm. Guten Abend. Ja? Ja? Ich glaube, sie meint nicht sie. Was der Richter jetzt wohl denkt, ich habe denen gesagt, ich werde verfolgt von Männern in Unterhosen, aber... Was? Ja, die... Na, egal. Freien Sie dich. Alles klar. Ich hatte das Gefühl, ich habe Männer gesehen, die hier um die Ecke standen bei der Tür mit Unterhosen und auf mich gewartet haben, aber die hatten einfach nur... Das war einfach nur ein Traum. Also, wovon Sie so träumen? Interessant. Ja, von Männern in Unterhosen, wie bei Ihnen in der Wohnung. Wie? Egal. War nur eine Banane, Leute. Alles gut. Mir geht super. Wer auch immer das von Ihnen war, ich finde das sei raus. Hm. Schatti, danke für sechs Monate. Waren wir nicht eben gerade noch mehr? Wir warten eben noch auf die restlichen Kollegen und dann machen wir weiter. Ja. Wer von Ihnen isst hier Bananen? Ah, Sie, Frau Morell, sehen Sie? Sie waren das. Ne, ich hatte schon lange keine Banane mehr. Haben Sie eine Banane? Achso. Da ist klar, dass der Held wieder bei einem Bubbeswitz lacht, aber das hat mich nie anders erwartet jetzt hier. Das ist... Er liegt einfach in meiner Natur. Oh man. Oh man. Wissen Sie, kennen Sie Van der Eickel? Das ist eine Stadt in Deutschland, so ein Dorf. Da fliegt ja mal ein Heuballen durch, wenn Frau Morell einen Witz erzählt. Aber gut. Ach, der war so gut. Weiß. Sehen Sie? Die lachen trotzdem, weil die müssen. Da drüber. Ja, weil Sie müssen. Sie können nicht anders bei Ihnen. So, sind wir wieder vollzählig? Vermissen Sie irgendeinen Kollegen in den Rhein? Ja, die 67 vermisse ich. Die nicht? Dann funken Sie die doch an. 69 ist noch draußen. Im Foyer, glaube ich. Aber da geht's gut. Okay, jetzt riechen wir die China raus kurz. Gut, ich denke aber, wir können fortfahren. Gut. Also, ich appelliere daran an Ihren Verstand, dass Sie nachfragen, wenn Sie sich in irgendeiner Sache unsicher fühlen. Haben Sie keine Hemmung, einfach sonst auch einen höherrangigen anzurufen? Anstatt einfach zu handeln. Ihr Leben steht dabei auf dem Spiel, wenn draußen was falsch läuft. So wie das von Ihren Kollegen und sämtlichen Menschen. Sie haben die komplette Verantwortung für die Leute da draußen. Sie wollen die im Endeffekt vor Verbrechern schützen. Es muss sich dringend was ändern. Sie müssen dringend disziplinierter werden. Und ich werde jetzt vermehrt darauf achten. Ich werde auf den Funk achten und werde mir die Dinge aufschreiben. Und das werden mit Sicherheit auch die Kollegen tun. Wir werden da jetzt ein Auge drauf haben. Und wir werden gucken, welche Streifen fahren wo an. Und welche Streifen meinen von den Logern auch unbedingt was abräumt haben zu wollen. Ja? Herr Weiß, werden Sie immer noch von nackten Personen verfolgt? Nein, das war ein Traum. Das ist nicht passiert. Ich bin auf eine Bananenschale ausgerutscht deswegen. Fahren Sie nicht. Ja. Ja, ja. Gut, ich frage nicht. Herr Weiß, es geht sich um folgendes. Und zwar wurde ich gestern vom SSD kontaktiert. Ja. Mit der Aussage, dass an den ACLS Kennzeichen herausgegeben werden oder in der Vergangenheit wurden von LSPD und SSD, falls der ACLS da irgendwelche Problematiken mit unbezahlten Rechnungen hat. Ja. Beziehungsweise die Halter herausgegeben wurden. Ja. Das ist so nicht rechtens. Ja, das weiß ich. Wer macht denn sowas? Ja, das weiß ich nicht. Okay, gut. Wir haben gerade eine Grundbesprechung, dann kann ich das direkt ansprechen. Da wollte ich nur sagen, weil ich wurde darüber informiert, ich bin ja noch nicht ganz so lange im Staat. Ja. Mir wurde auch gesagt, der ACLS ist staatlich. Okay. Der ACLS ist nicht staatlich. Ja, gut. Ich merke schon, da sind sehr viele Sachen noch offen. Deswegen wollte ich Sie da auch nochmal in Kenntnis setzen, dass Sie das dann vielleicht mal ansprechen, dass der ACLS natürlich nicht befugt ist, ohne einen Anwalt und richterlichen Beschluss irgendwelche Halterabfragen machen zu dürfen. Ja, wissen Sie, dass das Gute ist? Ich habe gerade eine große Besprechung. Dann werde ich das eben angeben. Ja? Super. Vielen Dank. Ansonsten, wenn Sie irgendwas haben, kommen Sie gerne auf mich zu, Herr Weiß. Ja, super. Das ist sehr lieb. Dankeschön, ja? Okay. Schönen Abend noch. Tschüss. 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 Ich habe noch was. Wenn Sie in Zukunft, Sie haben das jetzt ganz klar gehört, wenn in Zukunft größere Fehler passieren, dann werden wir nicht davor zurückschrecken, auch Leute zu suspendieren. Und auch mit dem Taser. Gehen Sie damit vernünftig um. Das ist eine Waffe. Da sind Nadeln drin. Das verletzt einen. Wenn Personen einen Herzfehler haben, können die daran sogar sterben. Also denken Sie darüber nach, ob wirklich der Einsatz, auch vom Taser, wirklich sinnig ist. Wir sind hier nicht auf einem Kampfschiff. Herr Weiß, Sie können. Okay. Ähm, ich habe gerade einen Anruf bekommen von einem Richter. Mail mit zwei in diesem Staate. Gott sei Dank. Das heißt, in Kürze werden endlich Gerichtsprozesse stattfinden. Und dieser Richter hat mir mitgeteilt, dass das LSPD sowie das SD, das ACLS-Unternehmen Namen von Kennzeichen oder Haltern herausgegeben hat. Bitte machen Sie das nicht. Denn der ACLS muss, so auch wie wir, na gut, wir dürfen das, muss, so wie jeder andere Bürger, uns von der Staatsanwaltschaft oder von einem Anwalt einen Wisch vorlegen, dass sie die Befugnisse dazu haben. Außerdem ist der ACLS kein staatliches Unternehmen. Ja? Das heißt... Ja? Gerade eben haben Sie die Info bekommen? Ging die Info gerade raus? Äh, gerade eben. Gut. Dann frage ich mich, ob man mir zuhört. Eben gerade kam jemand auf mich zu, fragte, ob der ACLS Infos kriegt zu einem Halter von einem Fahrzeug. Und ich habe gesagt, nein. Aber die Kennzeichen wurden rausgegeben. Oder der Halter. Elli? Äh, also ich kam auf sie gerade zu, weil der ACLS zu mir meinte, es liegt ein Beschluss vor, dass das vorgelegt werden darf. Und habe sie gefragt, ob das so stimmt, dass wir die rausgeben dürfen. Aber als die nein gesagt haben, habe ich die rausgeschmissen und dann waren sie auch vor der Tür und haben gesagt, sie kommen morgen deswegen wieder. Also da wurde nichts rausgegeben. Ja, eventuell war das einfach nur eine Nachfrage. Aber das ST hat auf jeden Fall Kennzeichen rausgegeben. Oder wir. Einer von uns. Kann ja auch sein, dass das allgemein in der Vergangenheit passiert ist. Okay. So. Äh, ich wollte Ihnen eins nur sagen. Ähm, wir haben vor drei Monaten habe ich ja angefangen beim LSPD und wir hatten wirklich eine tolle Zeit, wissen Sie? Wirklich. Also es war wirklich, es ging bergauf und wir hatten eine tolle Hochphase. Aber aktuell habe ich das Gefühl, dass hier ist ein Trümmerfeld. Akten werden nicht richtig gemacht. Sie rennen alle raus wie Hühner. Äh, die, äh, unbedingt bei der Action dabei sein wollen. Äh, jeder zweite Kollege gibt Informationen raus an irgendwelche Gangster. Niemand hält sich an die Regeln. Kann ich Ihnen einfach eine simple Frage stellen, die Sie sich heute mal alle selber stellen und mir dann die nächste Mal beantworten, wenn ich Sie sporadisch darauf anspreche. Warum zur Hölle sind Sie Polizist geworden? Also, ich bin Polizist geworden, weil ich in diesem Staat etwas Gutes tun wollte. Ich wollte den Leuten helfen. Ich wollte dafür sorgen, dass es Recht und Ordnung gibt. Ich wollte dem Gesetz treu sein, was ich ja die ganze Zeit bin. Ich, das Gesetz ist meine größte Waffe, wissen Sie? Also, wenn ich bedenke, was es für Strafen gibt, dass Leute teilweise zehn Stunden lang in der Zelle verrotten müssen. Äh, wenn ich darüber nachdenke, äh, was für Möglichkeiten ich habe auf dem legalen Weg, bin ich sehr stolz darüber. Außerdem, was ich noch toller und noch schöner finde, ist, dass ich mein Leben gar nicht so riskieren muss, wie jemand, der auf der Straße ist, weil ich ja Partner habe, die mein Leben beschützen. Wenn ich aber dann so intelligent bin und ich kriege eine Anweisung, dass ich jemanden festsetzen oder festnehmen soll, dann fahre ich natürlich mit meinem Streifenwagen mit meinem Partner. Mein Partner zu schützen ist das A und O zum Vanilla Unicorn, wo gerade eine Party stattfindet und da 20, 30 Leute stehen. Ja? So, da fahre ich dann hin. So, alleine mit meinem Partner. Und ich nehme da Leute fest. Oder ich befrage Leute. Oder ich starte dann eine Verfolgungsjagd. Oder ich taser da jemanden, wo eine Überzahl an Leuten ist, an Kriminellen. Dann bin ich ein richtig guter Polizist. Wissen Sie, was Sie da sind? Richtig. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein Haufen Scheiße. Ein Haufen Scheiße, der eine Uniform trägt. Das sind Sie. Und ich bin stolz drauf, weil ein Haufen Scheiße scheint ja im LSPD aktuell noch sehr qualifiziert zu sein für diese Leistung, die ich ab und zu hier sehe. Dann gestern wird ein Einsatz gemeldet. Ein Schopraub. Es ist so, Sie stehen alle. Wissen Sie, stellen Sie sich das vor. Es sind alle Schweinchen, die eingesperrt sind auf einem Hof. Ja? Sind alle eingesperrt. Und dann kommt der Mann nach vorne. In dem Fall der Gangster. Sagt Ding, 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 Ding. Schopraub. Ding, 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 Ding. Und öffnet dann die Tür. Ja? Und sie rennen alle raus. Oh, lecker Schweinchen. Frei sein. Das sind Sie. So sehe ich Sie. Sie müssen unbedingt dabei sein. Statt Sie drüber nachdenken. Lasst uns doch strategisch daran gehen. Lasst uns doch im Funk mal absprechen, ob eine Streife da anfangen kann, eine Streife da anfangen. Wir machen Code 3 aus und wir gucken, dass wir das zivilisiert regeln. Nein, wir packen den Taser aus und wir spielen Mortal Kombat. Das hier ist das LSPD. So sehe ich Sie. Ja, Sie fahren den ganzen Tag. Ich brauche den Wasserwerfer gar nicht mehr. Ich schicke Sie einfach alle vor. Ja? Sie nehmen eine MG in die Hand und gehen einfach da rein. Ich sage Ihnen, passen Sie auf. Ich bin am überlegen, ganz ehrlich, ich bin am überlegen, ob ich den Posten des Chiefs aufgeben soll. Wissen Sie warum? Weil es ist einfach nur noch anstrengend. Jeden Tag kommt man in den Dienst. Man muss den Leuten klipp und klar vorkauen, was und wo die zu tun haben. Warum können Sie denn nicht einfach mal selbstständig nachdenken? Da haben wir gerade jemanden in einem Verhörraum. Dann stelle ich mich doch dahin und warte, bis ein Hochrangiger kommt und ein Verhör beginnt. Ich bleibe so lange da stehen. Dann Herr Coleman. Herr Coleman soll festgenommen werden. Ich schreie, ich schreie im Funk dreimal den Grund. Ich komme zurück zum LSPD und Herr Coleman ist weg. Dann höre ich, ja der hat doch so kooperiert. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der was getan hat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der was getan hat, weil er kooperiert hat. Wissen Sie, wer auch mit mir, wer gleich mit Ihnen kooperiert? Meine Faust. Also, wir haben heute, passen Sie auf, wir haben heute den 27. Oktober 2019. Ja, toller Tag, finden Sie mich auch. Und den 27. Oktober 2019 nutzen wir, um richtige Polizeiarbeit zu machen. Was halten Sie davon? Wir fangen einfach an Polizeiarbeit zu machen. Wir nehmen, ich erkläre Ihnen das, Sie gehen hin. Hallo! Ich erkläre Ihnen das jetzt, weil ich muss das ja so erklären. Hallo Sie, Sie sind ein Gangster. Sie haben eine Pistole und keinen Waffenschein. Ich nehme Sie jetzt fest. Der Grund ist, Sie nennen den Grund. Der Grund ist in dem Fall illegaler Waffenbesitz, richtig? Dann nehmen Sie den sofort mit aufs LSPD. Sie diskutieren gar nicht. Und Sie tasern auch nicht. Sondern nehmen den an den Arm mit Ihren Kollegen. Setzen den in das Fahrzeug. Und fahrt zum LSPD. Hinten auf den Hof. Schließen das Tor ab. Sie bringen die Person rein. Schließen die Türen ab. Und setzen diese Person in die Zelle. Sie haben 90 Minuten Zeit. 90? Das ist ein Fußballspiel. Stellen Sie sich das mal vor. 90 Minuten, aber ohne Halbzeit. Wobei, wer hat die eigentlich mit eingerechnet? Ich weiß es gar nicht. Egal. Auf jeden Fall haben Sie 90 Minuten Zeit. Und nach den 90 Minuten müssen Sie die Person gehen lassen. Es sei denn. Und jetzt halten Sie sich fest. Das ist Ihr Clou. Wenn die Person hingegangen ist. Und es besteht Fluchtgefahr. Die Person wiederholt ihre Straftat. Wird ausfällig. Kooperiert nicht. Whatever. Sie können hingehen und sagen. Hey. 24 Stunden drücke ich dir rein. Sie rufen einfach einen Richter an. Oder gehen zu einem Staatsanwalt. Oder Sie gehen zu einem Vorgesetzten. Weil hier gibt es ja super viele. Und sagen dann. Hallo. Herr Staatsanwalt. Oder Herr Officer. Der Mann ist da unten sehr ausfällig. Gegenüber meiner Person. Kann ich den länger hier lassen? Dann sagt der Officer. Oder der Hochrangige. Moment. Ich telefoniere eben. Ich kümmere mich drum. Das ist zum Beispiel eine Situation. Die Sie ganz friedlich lösen können. Sie brauchen keine Waffe. Kein Taser. Kein Knüppel. Ja. Und jetzt kommt der Hammer. Halten Sie sich fest. Sie haben ein Gesetzbuch. Das Gesetzbuch. Ja. Wenn einer eine Tankquittung prellt. Dann gehen Sie hin und sagen. Ey. Freundchen. Das kostet Summe X. Wenn er Wiederholungstäter ist. Können Sie das auch ganz einfach abhandeln. Nehmen Sie das Gesetzbuch. Ja. Apropos Gesetzbuch. Kurze Information noch am Rande. Ähm. 2.500 Dollar ist übrigens jetzt die Grundregel wieder. Frau Morell nicht mehr 1.000 Dollar. Sondern 2.500 Dollar. Das heißt. Wenn jemand die Tankquittung prellt. Dann ist es ja so. Oder den Tank prellt. Dann ist es so. Dass er ja 10.000 Strafe zahlen muss. Das heißt. Na. 2.500. Wie lange sitzt der dann? Na. Also 2.000. 2.500 Stunden Sir. Nein. 4. So. Also. Oder habe ich jetzt falsch rechnet? Wahnsinn. Eine Haftzeit sind 1.000 Dollar Sir. Nein. Nein. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 3.000. 4.000. 4.000. sind, dann gehen sie nicht ins Vanilla Unicorn und leiten einen Einsatz. Nein, das machen sie nicht. Das macht der der Ranghöchste im Dienst. Und wenn das ein Officer ist, zum Beispiel mittags, dann machen sie das gar nicht und warten, weil sie sind natürlich in der Unterzahl, das endet in der Schießerei. Herr Cohn, der da drüben mit dem wunderschönen weißen Hemdchen steht und der Krawatte, wird künftig, wenn er denn da ist, die Einsatzleitung übernehmen. Ja, der kümmert sich um die Operations. Das heißt, wenn hier zum Beispiel so ein Einsatz wie das Vanilla Unicorn ist, dann lassen sie sich erst im LSPD einteilen, in eine Streife, damit der Herr Cohn oder ich oder die Frau Morell, die Frau Lopez, der Herr Carsten ganz genau weiß, in Streife 1 sitzt zum Beispiel Herr Hate und Frau Sunny. Die sitzen beide in Streife 1. Das heißt, ich kann einfach sagen, dass erfahrene Polizisten sind. Streife 1, die positionieren sich hinter dem LSPD. Hinter dem Unicorn. Das heißt, ich weiß, da sind erfahrene Polizisten. So. Und so funktioniert das System. Sie müssen einfach immer nur auf die Absprache hören von einem Vorgesetzten. Es sei denn, wenn keiner da ist, dann machen sie sowas mit dem Unicorn gar nicht. Und gerade, wenn sie dann zum Beispiel ins Vanilla Unicorn müssen, machen sie das gar nicht, sondern gehen erst ins LSPD und sagen, jo, wir haben jetzt einen Einsatz. In diesem Einsatz ist es so, dass wir wahrscheinlich auch sehr viele Leute treffen, die auch kriminell sind, die Akten bei uns haben. Lass uns lieber einen Einsatzleiter bestimmen. Und der koordiniert diesen Einsatz dann mit so und so viel Streifen. Das ist Polizeiarbeit. So einfach geht's. Ja? Hat jemand jetzt eine Frage? Eine Anmerkung, Sir. Ich möchte noch kurz erwähnen, wir haben das gestern großartig gemacht und genau so muss es laufen. Exakt so. Wir teilen ein, wer, wo, was, wie, wann macht. Und Einzelaktionen, die blind irgendwie unkoordiniert stattfinden, werden ab heute nicht mehr so stattfinden. Das ist ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Und sollte das so stattfinden, und ich finde heraus, dass eine Frau oder dass sie ein Grundstück betreten haben, ohne einen richterlichen Beschluss oder einen Beschluss der Staatsanwaltschaft, dann kündige ich sie. Ja, ich kündige sie einfach. Wissen Sie warum? Weil sie doof sind. Sie haben das Gesetz nicht verstanden. Sie dürfen nicht einfach da reinrennen. Nein! Weil dann kann der hingehen und sagen, ah, hallo, das ist mein Grundstück. Und dann haben wir was? Einen Verfahrensfehler. Und die Sache hat sich erledigt. Sie können dann niemanden anklagen, gar nichts. Dann sagt der Staatsanwalt ja, äh, hallo? Ja? Also sie müssen einfach ein bisschen selbstständig und logisch denken. Mehr möchte ich gar nicht von sie. Bringen Sie einfach... Ein Satz sorgt dafür, dass Sie das ganz einfach verstehen. Bringen Sie Ihr Leben nicht in Gefahr. Und auch nicht von Ihrem Partner. Wenn ein Shop-Rob ist, und da fährt eine oder zwei Streifen hin, die dann an die Leitstelle, koordiniert dann, Streife 1, Streife 2, Sie fahren zum Shop-Rob. Ja? Die anderen, die müssen da gar nicht hinfahren. Es sei denn, es wird Unterstützung angefordert. Nicht alle müssen dort hinfahren. Wenn Sie jemanden festgenommen haben, das ist ganz einfach. Jetzt passen Sie auf. Das ist ganz einfach. Sie nehmen jemanden fest, der sitzt 90 Minuten urhaft. Sie haben 90 Minuten Zeit. 90. Erinnern Sie sich, das ist ein Fußballspiel. Sie können also 90 Minuten eine Akte schreiben. Sie suchen ja in dem Moment sowieso alle Paragrafen raus. Warum sitzt er eigentlich da? Was hat er gemacht? Warum? Wie sieht es im Gesetzbuch aus? Nutzen Sie doch die Zeit. Schreiben Sie doch direkt die Akte. Machen Sie die fertig. Dann nehmen Sie eine Zeugenaussage, die Personalien. Sie nehmen natürlich auch dem das Handy ab und das Hungered und die Waffe. Das ist ja ganz logisch. Ja? Und die Rechte verlesen. Und die Rechte verlesen. Ganz logisch. Ganz genau. Vom Verfahrensfehler und dann nochmal wieder. Also. Danke dazu, Sir. Ja, bitte. Ähm, Moment. Eine, eine Ansage dazu von gestern. Wir hatten gestern fünf Tatverdächtige in den Zellen. Wir hatten oben elf Zeugen sitzen und ich hatte dringlichst darum gebeten, dass ein, zwei Kollegen da bleiben, die uns unterstützen können, den Herrn Douglas und mich. Und wisst ihr, wie viele Kollegen da gewesen sind? Stopp. Keiner? Seien Sie ruhig? Seien Sie ruhig? Keiner, weil die alle beim Shoprope waren. Ist das richtig? Ich fass das nicht. Ganz genau. Hören Sie, ähm, ich kenne so einen Kumpel, der spielt immer gerne Videospiele. Äh, wie heißt dieses Spiel? Hier, mit dem Ballern. Ich kenne mich da nicht so aus. Mögen Sie Action? Dann sind Sie im... Spiel? Äh, Videospiel, richtig. Ein Videospiel. Ich weiß, ich komme nicht auf den Namen. Dann spielen Sie das doch. Aber dann sind Sie hier falsch. Mensch, weil dieser Dienst hier heißt nicht immer... Hören Sie, ich höre im Funk auch mal Code 11, Code 11. Ich denke mir so, boah, wie cool wäre es jetzt, mal in der Verfolgungsjagd mal dabei zu sein. Aber wissen Sie, was ich mache? Ich sitze in dem Büro. Ich sitze in dem Büro und rede mit einem Richter, der so mit mir redet. Ja, weiß. Also, die Pflanzen sind grün. Ja, das ist mein Job. Und dann ist Ihr Job, auch sich anzuhören, wenn ein Bürger im LSPD steht und Wehwehchen hat. Das ist Ihr Job. Sie sind der Freund und Helfer. Ich habe auch das Gefühl, man drückt sich davor, ja, Akten zu schreiben. Das gehört aber verdammt noch mal dazu. Es gehört dazu, sich auch mal hinzusetzen und dementsprechend eine Akte anzulegen und eine Akte zu schreiben. Das gehört dazu. Es gehört nicht nur dazu. Stopp, warten Sie, Frau Morell, sehen Sie, ein Shop-Raub. Passen Sie auf, gucken Sie. Zuckt schon jemand von Ihnen? Na? Kommen Sie, seien Sie der Erste. Also, die Frau Morell hat nämlich recht. Aber, machen Sie das doch einfach in den 90 Minuten. Ja? Wir machen das jetzt so, jetzt die Ansage. Die Ansage jetzt. Sollten Sie jemanden inhaftieren und Sie machen keine Akte, ich lese das ja immer, ne? Wurde fallen gelassen, wurde fallen gelassen. Dann werden Sie so lange Innendienst machen, bis Sie jede einzelne Pflanze und Fliese im LSPD auswendig kennen. Ist das ein Deal? Wollen wir das so machen? Sie machen einfach Ihren Job. Ich kümmere mich persönlich darum. Richtig. Herr Haidt kriegt von mir, tatsächlich, Herr Haidt kümmert sich darum, dass die Akten gehen alle zu Herr Haidt und Herr Haidt leitet die weiter. Ja? Also, ich fasse zusammen, Einsatzleitung, wenn er denn da ist, Herr Cohn. Oder dieser Herr Cohn. Ja? Sehen Sie, merken Sie sich einfach die beiden. Wenn ich da bin, kann ich das natürlich auch übernehmen, aber ich bin meistens irgendwie verhindert. Sie sehen ja in Gesprächen, wie zum Beispiel diesen, um die Administration, um Akten, kümmert sich Herr Haidt. Um die Ausbildung, um zum Beispiel auch Personalmanagement und so weiter, kümmert sich Frau Morell. Okay? Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Wehwehchen haben, weil zum Beispiel ein Kollege gesagt hat, dass Ihre Strähne grau ist anstatt schwarz, dann gehen Sie zu Frau Morell. Nicht zu Herr Carsten, nicht zu Frau Lopez und nicht zu mir, sondern Sie gehen zur Frau Morell. Die kümmert sich darum. Das ist Ihr Job. Hierarchie. Ja? Okay? So. Also. Schreiben Sie keine Akten. Haben Sie Indienst. Kümmern Sie sich bitte um eine koordinierte Einsatzplanung. Wie gesagt, wenn es Shop-Raub ist, eine, zwei Streifen koordinieren Sie, die einfach wieder hinfährt und gut ist. So, haben Sie irgendeiner noch eine einzelne Frage? Ich habe noch ein bestes Beispiel. Wenn ich nochmal höre im Funk, wegen einer Schussfreigabe oder irgendwann auf die Idee kommt, eine Schussfreigabe zu geben, aufgrund dessen, dass ein Fahrzeug lediglich einem zu schnell fährt und daraus eine riesen Verfolgungsjagd wird mit, keine Ahnung, sechs Streifenwagen, auch da sollte man sich mal Gedanken machen, ob das Sinn macht. Genau. Weil stellen Sie mal vor, das ist ein Ablenkungsmanöver. So. Eine Sache wollte ich noch zum Schluss sagen. Was war denn das? Egal. Achso, genau. Ich habe das ja sehr simpel alles erklärt. Ja, das war ja wirklich aufs Minimum reduziert. Sie haben ja, glaube ich, jetzt alle verstanden, wie der Polizeidienst funktioniert, wie ihr Ablauf funktioniert. Ich merke mir die Namen, die hier stehen. Ich schreibe mir die gleich alle auf, weil die stehen ja Gott sei Dank im Leitsternblatt. Und ich werde dann gucken, ob Sie endlich dem Folge leisten. Ja? Weil mehr kann man das ja gar nicht erklären. Also, ich kann es nicht noch einfacher erklären. Und die Ausbildung, die Sie hatten, war auch schon sehr großzügig. So, deswegen, wenn Sie aus diesem Gespräch nichts gelernt haben, ist das nicht hier Ihr Job, wenn Sie das ab sofort nicht umsetzen. Das ist nicht Ihr Ort, wo Sie arbeiten sollten. Sie können dann gerne auf einem Kräuterfeld arbeiten und da irgendwie, keine Ahnung, Kartoffeln aus dem Boden ziehen. Aber nicht beim LSPD. geben Sie keine Informationen weiter. Ja? Vielen Dank. Haben Sie jetzt bitte noch einen schönen Tag. Setzen Sie Ihre Arbeit fort. Die Leitstelle teilt Sie ein. Die Leitstelle teilt Sie ein. Ja, wenn Sie einen Wunsch haben, machen Sie das gerne. Und, ähm, bitte machen Sie mich doch einfach wieder stolz. Bitte. Mehr will ich doch gar nicht von Ihnen. Dankeschön. Das kriegen wir doch hin, oder? Ich hoffe. Geben Sie das auch an die Kollegen weiter, die jetzt heute nicht da sind. Mann, Mann, Mann. Sie können gehen. Gute Rede, Sir. Ja, ich habe das für dumme Menschen erklärt. Habe ich gemerkt. Also, ich kann es nicht noch minimalistischer erklären. Habe ich gemerkt. Nee, das, äh, ja. Der Fußballvergleich war super. Wenn das gehen sollte, dann, äh, erzählen Sie mal wie. Sie erinnern sich an das Fußballspiel. Ja, was soll ich denn machen? Sie müssen die Ausbildung tatsächlich auf so dumm reduzieren, weil anders verstehen die Leute das ja nicht. Blut. Wir werden das wieder besser machen. Ich sage ganz ehrlich, wir müssen viele Härte durchgreifen. Sehen wir einer, der das nicht auf die Reihe kriegt, sofort kündigen. Es tut mir leid, aber hier muss wieder Qualität rein und so geht das aktuell nicht. Also, wir haben da auch keine Toleranzgrenze, Frau Morell. Wenn einer bei, bei, wenn einer das verkackt, der hat auch keine zweite Chance verdient. Es tut mir leid. Wir müssen das viel besser hinkriegen hier. Das ist... Ja, dann ziehen wir das jetzt strenger durch. Wir kriegen das hin. Ich stehe hier gerade wie ein Depp und muss das... Ich habe Angst, hier rauszugehen. Ist der Mann mit Unterhose? Nein, ist kein Mann mit Unterhose. Oh, Mann, Mann, Mann. Der hat auch keine Fliege an. Ja. Wie bitte? Über das Thema wollte ich sowieso mit Ihnen nochmal reden. Frau Morell, Sie wohnt doch zufälligerweise in dem gleichen Anwesen wie Frau Lopez, richtig? Ja. Das kann möglich sein. Vor einigen Tagen... Und in den gleichen Anwesen wie der andere da? Ja, warten Sie, warten Sie. Warten Sie. Können wir das unter vier Augen machen? Nö. Vor einigen Tagen... Ja gut, der Held. Also, ich weiß, bei Ihnen geht jetzt wieder einer ab und die Fantasien. Also, ich bitte Sie, gehen Sie mal gut zur Seite. Ich glaube, das ist nichts für Ihre Ordnung. Nein, okay. Held kann dabei bleiben. Okay, gut. Ich bin in das Haus gekommen, Frau Morell, wo Sie wohnen, weil Herr Carsten und ich haben uns nach der Party einen kleinen Boxkampf geliefert und ich bin dann in Ihr Haus geflüchtet, weil die Tür noch nicht verschlossen war. Ja, ja, ja. Ja, macht man so, okay. Ja, die Tür war nicht verschlossen. Mein Gott, das war ja keine Absicht. Außerdem, ich meine... Sie waren doch offen wegen der Party. ...dass ein starker Mann bei Ihnen war und auf Sie aufgepasst hat. Na egal, auf jeden Fall... Ich habe starke Männer im Haus. Echt? Absolut. Ja. Ah ja, okay. Meinen Sie etwa den starken Mann, der in Leopardenunterhose mit einer Fliege vor mir steht und der andere mit einer... mit einer Boxershorts mit Herzchen und geschrien hat wie eine Frau? Ich hatte das Bett verwechselt. Und der Herr Cohn hat sich noch hinter einem Schrank versteckt, damit ich ihn nicht finde? Ja, ich habe geschrieben, nein, 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 gehst du weg! Ganz ehrlich, ich sage Ihnen was. Nächstes Mal... Und der Triebter hinter der Nacht zu deinem Haus einbricht. Ja. Wenn nächstes Mal eine Schießerei stattfinden sollte. Ich kann Sie gar nicht vorschicken. Gehe gar nicht. Sie zerbrechen doch alleine an den Anblick einer Kugel. Nein. Aber vielleicht halten Sie gerade aus, wenn man Ihnen vorschickt. Ich habe immer noch eine Frage, warum hatten Sie nur eine Fliege an? Ja, weil... Verstehen Sie? Wir können nicht ins Unicorn gehen. Nein, spielen Sie zu Hause das Typer mit nur an der Fliege an? Natürlich. Und die Lopez steht darauf? Weiß ich nicht. Ich war gerade dabei, das rauszufinden, aber Sie haben es unterbrochen, Sir. Kann ich das nicht einfach so machen? Sie geben mir Ihren Schlüssel? Sie gehen alle in die Haus? Ich schließe es einfach ab von außen? Ja, nein. Ich muss Karpel dann nehmen, oder was? Was ist das denn für eine Bumsbude, die Sie da haben? Gucken Sie mal, hey, es wird schon ganz spitz, die Glatze wird schon nass. Was ist denn mit Ihnen und mit Carsten? Jetzt putterweil, ich bin schuld. Fassen Sie auf, ich sage Ihnen was. Herr Carsten, ich bin doch nicht schwul. Herr Carsten, wissen Sie, was Herr Carsten ist? Ach, nicht. Wissen Sie, was Herr Carsten ist? Halten Sie das Maul. Wissen Sie, was Herr Carsten ist? Der ist mein Bruder, wissen Sie? Und ich mache die ganze Zeit mit Herrn Carsten, immer wenn wir in unser Haus gehen, wir bepissen uns vor, lachen, weil Sie jedes Mal darauf anspringen. Wir machen uns in einer Tour über Sie lustig und Sie jedes Mal, wenn ich zu Herrn Carsten gezielt sage, wollen wir ficken, Sie sind doch die Ersten, die da stehen. Ja, das sind Sie. Ja, Bros before Hose. Ja, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, was bei Ihnen denn in der Kommune da abgeht, ja, wer ist denn, sind Sie Öff-Öff oder was? Öff-Öff? Was ist denn Öff-Öff? Was ist ein Öff-Öff? Erzählen Sie mal, was ist Öff-Öff? Egal, vergessen Sie es. Nein, wir sind nur einfach BFFs. BFFs meine ich, Entschuldigung, ich habe mich besprochen. BFFs. Ja, mit Vorzügen halt. Ich werde nie wieder auf eine Party von Ihnen kommen, das können Sie vergessen. Warum? Wir füten vorher. Hören Sie, Sie machen da Gangmengen-Partys. Ja, na klar. Sie sehen aus, Sie sehen aus wie Frau Lopez und Sie sehen einfach aus wie Ihr Bruder 1 zu 1. Ja, gut, das ist ja auch sinnvoll. Natürlich. Sie haben sich einfach, Sie haben sich gegenseitig gezüchtet. Klar. Ich konnte es vermuten. Ich dachte, ich bin besoff, ich habe es zweimal, zweimal gesehen. Also ich bitte Sie, nur wenn ich den Hubschrauber mache abends. Oh mein Gottes Willen. Oh mein Gottes Willen. Wissen Sie, das Schreckliche ist gar nicht, was ich von Ihnen jetzt halten soll, von Frau Lopez, die da drauf steht. weiß ich nicht. Ja, Herr Kohn hat doch gerade noch gesagt, er hat es noch nicht rausgefunden. passen Sie auf. Ich komme doch rein. Die Lope steht da mit, ne, es ist kalt in der Wohnung und auf einmal, Entschuldigung. Wie bitte? Bitte. So kalt. Herr Weiß. Professor. Also ich, ich meine, da war schon auch so ein, egal. Und dann. Kennen Sie das Schicht der Hodensyndrom? Dann komme ich um die Ecke gelaufen, Frau Morell. Ich frage mich, ob, ich höre, ich höre nur Schreie, äh, äh, ja, äh, 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 Kapadenunterhose und, und, ich habe Sachen gesehen. Hören Sie, wenn ich das, das ist, unersprächliche Dinge. Ich werde einfach, wenn mich jemand mal verfolgt, Leute in Unterhose, renne ich einfach in ihr Haus. Weil wenn die das sehen, sie sind die beste Waffe. Sie blenden die Leute alle. Ja, sie kamen aber auch in den unpassendsten Moment, den man sich vorstellen kann. Was hatten Sie denn da, was ist denn da, das wollen Sie lieber nicht wissen, glaube ich. Äh, wissen Sie, das ist mir jetzt auch unangenehm. Ja, das glaube ich Ihnen, aufs Wort. Ja. Ich glaube, rot werden kann er nicht so schnell, aber, ne? Nein, ich werde eher brauner. Mein Gott, ey. Ich habe es immer gesagt, ey, ganz ehrlich, Sie sind der, das ist der Bumsbus als Wohnung. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe es immer gesagt, dass da irgendwas bei Ihnen nicht stimmt. Wer ist denn jetzt mit wem in einer Beziehung? Können Sie mir das erklären? Oder in einer Affäre? Oder in einem Tüsl? Lassen wir im Dunkeln. Ja. Wir haben doch gerade festgestellt, dass es Gangbang ist. Ne, also Herr Cohn, links hier, mit der Leoparden Unterhose, der uns unsere Einsätze leitet, das muss man sich mal vorstellen, hoffentlich macht das so die Runde, der ist mit Frau Lopez zusammen. Und der andere Herr Cohn, der von unten nach oben gerannt kam, in Herzenboxer Shorts, ist mit Frau Morell zusammen, weil Frau Morell hat nämlich unten geschlafen. Aber wir können beruflich und privates gut trennen. Also haben Sie das jetzt endgültig bestätigt? Hate? Ich bestätige gar nichts. Was denn? Haben wir das bestätigt? Ich habe nichts gehört. Du bist neutraler Dritter. Also Fünfter quasi. Ach, der wohnt auch dort, oder was? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Als Fickbolzen, wenn nichts mehr da ist, oder was? Nein, der wohnt da nicht, deswegen ist er neutral. Genau. Ich wohne auch nicht in dieser Straße. Also, ich wohne auch nicht in dieser Ecke, sage ich mal so. In diesem Staat. Ich bin mir das damit bestätigt jetzt. Ich habe Angst, dass, hey, wenn er jetzt weiß, dass der Organ stattfindet, der wird jetzt immer an ihrem Zaun stehen, das ist ihm bewusst, ne? Der hat sich schon ein Fernglas gekauft. Wissen Sie, ich habe Angst vor Pearson, dass der von meinem Fenster mit dem Helikopter auftaucht. Ist der auch so notgeil, oder was? Keine Ahnung, aber immer, wenn ich den Helikopter höre, habe ich Angst davor, dass der gerade irgendwie direkt vor mir... Der stand da gerade da. Haben Sie gesehen? Ich habe den einfach nur ausgelacht. Ja. Hat er da jetzt tatsächlich von Euphorie angefangen, was? Ja, hat er. Aber ich meine, wir trennen das. Privat und Beruf ist komplett getrennt. Hören Sie, was Sie privat machen, ist mir egal. Sie können da auch gerne machen, was Sie wollen. Machen wir auch. Ich sehe, ich hoffe, dass das eine langfristige Beziehung ist, weil wenn das mal irgendwann in die Brüche geht, dann... Dann habe ich kein Haus mehr und bin nicht mehr vermögend. Dann ist Frau Morell in meinem Büro. Ja, weil Sie hatten recht. Ich habe den anderen Herr Code aus Versehen genommen. Ja, also... Wow. Ja, das sind wir uns einig, ne, Frau Morell? Wer weiß, Sie haben Fantasien. Ja, das sage ich Ihnen. Ich habe Fantasien, sagt der eine, der in Leoparden unter Hose mit einem Dings da steht, mit einer Fliege um den Hals und einem Poplar-Marvel. Ich habe aber die Fantasien. Ich bin der Karte. Nein, aber Sie haben Fantasien, dass ich irgendwann mal heulend vor Ihnen stehe. Das werden Sie nie erleben. Nein, auch nicht, wenn Ihnen eine Finger gepikst wird, Schwester. Uff. Schwierig. 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 Ich habe auch direkt mein Telefon. lehnen Sie sich nie mit mir an. Gott. Was ist das für ein Tag? Herr Weiß, würde ich jede Kugel abfangen. Mach ich doch gerne für meine Freunde. 07. Sind wir Freunde, Frau Morell? Das ist die 07. Kommt. Legend. Können Sie mir sagen, warum Herr Johnson uns die ganze Zeit anstatt? Herr Johnson, kommen Sie doch hier rüber. Und Herr Aziz. Haben wir das Thema jetzt durch, ja? Hate? Haben Sie das Thema durch? Ich bin da komplett durch. Ich nenne Sie jetzt, wenn Sie beim FIB wären, würde ich Sie nur noch Agent Leopard nennen. Agent Tiger. Das wäre, glaube ich, mein Codename, ja. Agent Fliege. Agent Leopard. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Johnson? Ich hätte da noch ein Anliegen, oder mehrere Anliegen, den ich ja eigentlich mit Ihnen, Assistant Chief und Commander Morell besprechen wollte. Ja, können wir gleich machen. Was auffällig gewesen ist die letzten Tage, was Funk, Kollegen untereinander betrifft, die Recruiten betrifft, etc. Und Frau Donovan und Herr Lee hätten noch eine Sache zu einem Einsatz von gestern und wollten mit Commander Morell sprechen. Alles klar. Das klang, Sie vertrautern, hat tatsächlich mir schon einen Teil davon erzählt und es klingt in meinen Ohren so, dass mir fast die Halsschlagader gekommen ist. Oh je, das freut mich drauf. Ja gut, das Gespräch möchte ich gerne mithören. Alles klar. Eins nach dem anderen. Runtergehen ins Kettenoffice, weil ich möchte immer gucken, wer im LSPD da rumläuft und dann könnten wir das Gespräch dort beginnen, Herr Johnson. Jawohl, Sir. Okay, dann kommen Sie. Darf ich da bitte bereit sein? Können Sie vorgehen wegen Unterhosenmännern und so? Oh Gott. Ich will es, glaube ich, nicht wissen, oder Sir? Nein. Doch, wollen sie. Können Sie die Waffe aus der Hand nehmen? Perfekt. Weißt du, wie ich mich erschrocken habe? Ja! Diese Mane dort. Mann, Mann, Mann. Was glaubst du, wie es mir ging? Verdammte Scheiße. Und ich war noch am Telefonieren mit dem Richter und habe ihm am Telefon gesagt, ich werde vorfassend von Leuten und Hause. Also vorab, damit er mich gleich nochmal anrufen kann. Das war der schlechteste Moment, den man haben kann. Ihr konntet mich auch damit rechnen. Ach, ist auch egal. Ja, wie konnte ich denn damit rechnen? Niemand konnte damit rechnen. Aber die Täter sind gestellt und weggebracht, ne? Ja, ja, natürlich. Okay. Ich habe einen riesen Stress deswegen. Vergessen Sie das Abschließen nicht. Ne, die letzte machte die Tür zu. Ja, perfekt. Ich habe mir kurz einen Kaffee. Ey, was ist das heute schon wieder für ein Stream? Leute, ohne Witz. Dankeschön. Und Wolkow. Toilste, Herr Toilste. War mir echt unangenehm. Aber naja, was müssen wir machen? Was denn? Ja. Ne? Wir warten auf Frau Morell, ja? Da geht man Tennis spielen und hat nur einen Federball dabei. An dem Abend? Ja. Was? Was? Herr Johnson, wir ändern Sie sich an die Party? Von Unterhosen und Federbällen? Ja, sure. Wir reden da nicht drüber. Ich habe Sachen gesehen, die wollen Sie nie wieder sehen. Da wollen Sie gar nicht drüber reden. Sie haben gedacht, Sie hätten alles gesehen. Sie dachten, die Area 51 ist das Hochsicherheitsgebiet. Da gehen Sie niemals in das Haus von Herrn Kohn. Da sehen Sie Sachen. Ganz, da laufen frei wilde Leoparden rum. Ach so, ich wollte schon fragen, ob er in der Afrika hat. Ja, da ist aber auch Geschmack drin. Können Sie die Frau Morell mal reinfunken? Ich habe da ein Bild für Sie gemalt. Ach du Scheiße, nicht im Ernst. Was ist das denn? Hat jemand was zu essen? Was zu essen, natürlich. Und Gott, ist das Elspapier? Das ist ein schönes Bild, da sind Spießchen drauf. Ich habe das gegessen, aber war lecker. Danke. Was zu trinken? Ach Gott, ja natürlich. Ja, ich war nicht. Die Scheiße ist kein Problem. Die Scheiße ist kein Problem. Danke. Ja. Danke. Wow, ich will kein Alkohol. Ach so, ich dachte, was zu trinken. Sag mal. Ja okay, okay. Alles klar. Hier, warte. Entschuldigung. Danke. Bitte. Gebe ich hier einmal ficken und dann ist sie nicht zufrieden. Okay. Die Wand ist aber schön weiß. Mensch, brauche ich da mal einen neuen Anstrich? Ja, Herr Johnson, jetzt sehen Sie mal. So, der erste Punkt betrifft eher Ausbildung und Bildung der Rekruten- und Officerbildung. Und zwar ist es vermehrt aufgefallen, dass halt einige Officer irgendwie keinen Rekruten bei sich haben wollen oder mit keinem Rekruten fahren oder sonst irgendwas. Wir haben so viele Rekruten jetzt im Dienst und genehmigen es aktuell lieber, Dreier-Rekruten-Streifen bilden zu lassen, anstatt dass sie mit einem erfahrenen Officer fahren. Einige Einsätze. Kann ich verstehen, dass da halt Commander oder sonst was, das hat ja Frau Morell ja auch gut erklärt mir schon in einem Gespräch, dass sie halt einfach geführt werden müssen und dafür halt einfach mal eine hochrangige Streife gebildet werden muss. Aber das fällt auch den Rekruten auf. Die kommen zu mir und sagen das dann halt und ich so, ja alles klar, ich gebe das dann halt so weiter. Die zweite Sache ist, das wurde heute in der Besprechung eigentlich angesprochen, das war halt das Rechtfertigen beziehungsweise das Rundmachen im Funk, wenn jemand anders irgendwie einen Fehler gemacht hat oder sonst was. Das ist halt auch halt negativ aufgefallen. Nicht nur mir, sondern auch dem besagten Rekruten auch. Des Weiteren, dass dann halt Officer oder Rekruten rund gemacht werden, wenn sie halt entweder einen witzigen Kommentar gefunkt haben oder sonst was, von einer Person dann halt rund gemacht werden im Funk und fünf Minuten später von derselben Person so eine Art Funkspruch abgesetzt wird, was dann zu einer allgemeinen Verwirrung kommt. Meinen Sie mal ein Beispiel? Meinen Sie mich? Nein, Sir, Sie jetzt nicht. Es wurde tatsächlich der Herr Stark genannt als Beispiel. Okay. Sicher doch. Ja, okay, 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 okay. Also es ist jetzt nichts irgendwie, wo wir jetzt mal in die Pfanne halten sollten. Hören Sie doch mal, Herr Johnson. Wie bitte? Welchen Rang haben Sie aktuell? Officer, Sir. Nicht Ihr Ernst. Herr Weiß, haben Sie heute mal ein Dokument gelesen? Nö. Bezüglich Beförderung. Ja, Beförderung, das ist ein gutes Thema. Heute sind noch vier Rekruten, die unbedingt befördert werden sollten. Ich weiß, bin ich mit Herrn Weiß schon in Kontakt. ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich habe das noch, wir haben, Johnson, jetzt passen Sie mal auf hier, Frau Morell. Ich wollte jetzt nur Ihr Dokument unterstützen, Ma'am. Nein, also wir machen das so. Ich würde was vorschlagen. Passen Sie auf, das ist doch ein ganz guter Kompromiss. Ja. Frau Morell, was würden Sie davon halten? Sie leiten ja die Ausbildung, ne? Und Sie sind ja auch auf den Commanderposten. Sie sind ja jetzt so ein bisschen das Bindeglied zwischen der oberen Etage und den Officer. Richtig? Was würden Sie davon halten, wenn Herr Johnson sich darum kümmert, wie definiere ich das jetzt? Wie bezeichnen wir diese Stelle? Dass Leute, die bereits eingestellt wurden, immer wieder kontrolliert werden. An ein Standby. Praktisch so eine Art weiterführende Ausbildung. Ja, also Sie haben ja die Leute dann eingestellt und Sie gucken und Herr Johnson unterstützt Sie bei der Ausbildung, was er ja sehr gut macht. Ja, ich wollte ihn tatsächlich auch, also ich sehe ihn auf jeden Fall auch... Soll ich wieder rausgehen so lange? Nein, hören Sie auf. Also ich sehe ihn definitiv auch als Sergeant in der Academy. Ja, offiziell. Aber mir geht es darum, dass ich jemanden habe. mit zwei mehrere maskierte Personen mit Baseballschläger vor Ort kommen. Ach Gott, wo? Drei Vereine zu verstanden. Äh, welcher Standort? Bean Machine, komm. So verstanden. Passen Sie auf. Nicht, dass das schon wieder die Gruppierung von Herr Coleman ist, denn Herr Coleman... Ist er schon frei? Keine Ahnung, ich fahr da mal hin. Ähm, Herr Coleman hat das Taxi-Unternehmen bereits, äh, wegen Schutzgelderpressung die gleiche, ähm, Macher hat. Herr Cohn wird diesen Einsatz leiten und jetzt Unterstützung kommen. Ja. Also. So verstanden. Streife 1 ist Code 4, wir warten noch auf Verstärkung, bevor wir reingehen. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht reinreden, Herr Anderson, ja? Okay, kein Problem. Sie machen das schon gut, bitte tun Sie mir einen Gefallen, Sie koordinieren diesen Einsatz. Nur, dass Sie das jetzt wissen, weil der Herr Cohn hat das gerade angeboten. Verzeihung, koordiniere Streife 2. Verstanden. Vielen Dank. Und ich heute soll meiner Pflicht nachgehen, diese Information weiterzutragen. Also, äh, Herr Johnson, Sie machen das sehr gut und Sie sind sehr, sehr loyal und pflichtbewusst und das finde ich sehr gut. Deswegen würde ich Ihnen gerne die Position des Sergeants geben und ich würde Ihnen tatsächlich, ähm, tatsächlich die Möglichkeit geben, dass Sie von mir die offizielle Erlaubnis kriegen, die Leute weiterzubilden. Das heißt, wenn Sie merken, dass jemand ein Defizit hat, dann machen Sie sich einen Bericht darüber. Sie legen mir den Bericht vor und auch der Frau Morell. Ja, also uns beiden auf jeden Fall immer. Können Sie auch gerne, Herr Carsten und, äh, Frau Lopez schicken, wenn Sie das möchten, auf jeden Fall die Führungsebene und, äh, Sie haben dann von uns die Erlaubnis, ähm, das muss immer gut abgesprochen werden, ähm, da, äh, nachzuschulen, ja. Wenn Sie merken, da ist jemand, äh, den müssen wir praktisch mitziehen, weil die Akten nicht funktionieren oder es funktioniert das nicht, dann nehmen Sie sich den zur Seite, machen Sie eine kleine Aktenschule mit dem, der soll Ihnen eine Musterakte schreiben oder zum Beispiel Musterfunk, ja, erklären Sie, wie das geht oder zeigen Sie ihm, wie eine Festnahme geht. Wir müssen unbedingt, das ist super wichtig, nachschulen, weil die Formulare stellt, wir haben, ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch, diesbezüglicherweise auch schon, haben Herr Johnson und ich auch schon gesprochen, dass wir auch Pflichtvorbildung machen wollen für Officer, da sind wir aktuell dran, die dann auch Officer, genau, dass Officer auch dementsprechend, auch da, ja, weiter geschult werden und nicht stehen bleiben. Ja. Zumal auch dann zum Beispiel, dass Sergeants, also ab, alle, die über Officer gehen, gerade wenn es um Einzelleitung geht und auch jemanden mal was übernehmen muss, dass die überhaupt wissen, wie sowas dann abläuft. Perfekt, ja super, das ist genau das, was ich meine. Aber es geht halt alles nur nacheinander, das ist das Problem, wir sind jetzt gerade dabei, die Module vernünftig durchzukriegen für Rekruten, dass das einfach läuft, dass die, die der Academy sind, jetzt auch jedes Modul sozusagen auch anbieten können und wenn das jetzt fruchtet, dann können wir dementsprechend die Module angehen für Officer und Sergeants. Was halten Sie davon, wenn ich beantrage, dass wir Officer Unterringe einführen? Officer 3, 2 und 1. Finde ich sehr gut. Das fördert die, das wollte ich tatsächlich auch schon mal vorschlagen, weil das fördert auch einfach die Motivation der Leute, ja, wenn die dementsprechend auch Möglichkeiten haben, höher angesehen zu werden, weil sie schon, weiß ich, wie lange Officer sind. Ja, kleine Bedenken von meiner Seite, das könnte tatsächlich Wirkung zeigen, die jetzt gerade genannt worden ist, kann aber auch recht kompliziert werden und in und überschaubar für einige Kollegen und Kollegen oder für Außenstehende. Naja. Dass es so ein Monster wird halt. Ich würde nicht zu viele machen, wenn man zum Beispiel Officer 1, 2 und 3 hat als Beispiel oder 4, dass man dann, daran sieht man ja dann auch, wie erfahren die Officer sind. Richtig zum Beispiel, Officer 1 hat dann zum Beispiel die Pfugnis, Streifen zu koordinieren, im Streifendienst, ganz normal. Ja, genau. Sie fahren da hin, sie fahren da hin, sie fahren da hin, weil aufgrund der Erfahrung. Strecke 1, wie lange brauchen Sie noch? Also auch quasi auch Weisungsbefug da ist andere Officer dann. Ja, natürlich, der Officer 1 steht über den Officer 2. Oder dass man auch dann guckt, frische Rekruten schickt man dann auch eher mit, wenn jetzt mehrere Officer da sind, dass man auch guckt, dass die dann auch eher mal mit einem Officer 4 mitfahren, anstatt einer, der gerade Frisch-Officer geworden ist und so. Das hat man dann halt ein bisschen besser im Blick, gerade für eine Leitstelle. Wenn ein Rekruten eine Leitstelle macht, sieht er auch anhand der Officer-Ränge, sag ich mal, wer erfahrener ist und wen packe ich mit wem zusammen. Ja. Herr Johnson, also erstmal geben Sie mal Ihre Marke, kommen Sie, das machen wir mal eben. Ja, Sir. Kündigung. So. Alles klar, dann werde ich jetzt Koks-Händler. Ah ja, so wie der andere. Und Schiffbauer. So, hier Ihre neue Marke, Sir. Danke Ihnen, Sir. Also ich muss sagen, ich würde mir gerne wünschen, dass man Sie noch mal zehnmal im LSPD hätte. Streife 1 ist vor Ort. Sir, jeder ist auf seine Art und Weise gut und Thema mich selbst könnte zu größerer Diskussion führen, als Sie sich vorstellen könnten. Ja, das kann sein, aber nicht jeder ist so gut in diesem Laden. Jetzt gilt es dann, wir sollten echt versuchen, diesen Haufen endlich mal zu formen. Ja, ich werde die... Das dauert halt nur. Das dauert wirklich einfach nur, ich wollte es jetzt nicht unterbrechen, Commander, aber das ist halt, wir sind jetzt in der zweiten Woche der neuen Akademieausbildung und bis das Ganze rund läuft, würde ich aus meinem Erfahrungsschatz sagen, mindestens sechs Wochen noch. Boah. Dann haben wir das, was jetzt geschult und ausgebildet worden ist, ist im Rang Officer und höher, nimmt dann die neuen Rekruten mit und weil nämlich die jetzigen Rekruten, die wir aus der ersten Woche haben, sind auch diejenigen, die halt die Berichte halt auch zusammenfassen und dann auch sich so Dienst nach Vorschrift tatsächlich machen und dann natürlich so viele Nachfragen haben und wenn die dabei bleiben, Lee Donovan zum Beispiel hervorzuheben an dieser Stelle, dann wird das halt geformt, aber das ist halt nicht alles auf, wir waren jetzt auf gleich, das funktioniert nicht, das wird nie funktionieren, das wird seine Zeit lang dauern. Und wenn wir dabei bleiben, bei den Rekruten vor allen Dingen, wird das zwar langwehrig, aber es wird. Die müssen halt geformt werden und dann auch eher mal sagen, so die können jetzt mal 24 Stunden außer Dienst gehen, weil sie Scheiße gebaut haben. Ja, wir müssen dieses außer Dienst gehen, weil die Scheiße gebaut haben, unbedingt einführen. Ja. Diese Konsequenz. Und sie müssen auch sagen, wer das dann darf, wer weiß. Ja, Herr Johnson darf das, sie dürfen das. Die Frau Lopez darf das, Herr Carsten und ich darf das. Und der Herr Kohn und der andere Herr Kohn darf das. Okay. Ja, also sie haben, dann so klar. Aber wichtig ist, das ist das A und O, sie müssen immer alle Informationen an mich weitertragen. Wenn ich nicht da bin, einfach, sie wissen das, Frau Lopez, sie erreichen mich immer. Äh, Frau Morell meine ich, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe gerade was gelesen. Sie erreichen mich immer. Ja, ja. Leiten sie das einfach weiter, sagen sie, das und das haben wir heute durchgeführt, der und der wurde jetzt in den Dienst suspendiert aufgrund der Tatsache X. Ja. Und dann ist gut. Selbst wenn sie nur noch drei Polizisten hier im Dienst haben, ist scheißegal, Hauptsache kommt eine Konsequenz rein. Ja, ist aus ihren Fehlern. Ah ja, jo, stand bei. Genau, also wir haben jetzt, ich habe mal gerade geschaut, also sie wollen Jackson, Anderson, Valeska und Kennedy befördern, ja? Genau, das sind die vier, die auch schon richtig lange tatsächlich rekruten sind. Der Herr Jackson, die 13, war relativ anderthalb oder zwei Wochen im Urlaub, war jetzt wieder mehr da. Kann ich nicht überprüfen, handelt sich aber wahrscheinlich um ein Justizfahrzeug, komm. Allerdings, der hatte mir auch was zukommen lassen aufs PDL, dass er heute wahrscheinlich nicht da sein wird, wenn sie da sind. Streife 2 Ende. Okay, hat das einen persönlichen Grund? Nein, Spaß. Ja, dann der Herr Anderson macht doch gerade die Leitestelle, ne? Nee, ich rede von, achso, Herr Eckenaco und Anderson, der ist ja auch schon relativ lange, das war der, der immer schon rumgefahren ist mit Herrn Adams. Ja, ja, ich weiß. Dann der James Valeska, auch schon ziemlich lange Rekrut, wenn sie Daten haben wollen, kann ich in die auf den Tisch klatschen, aber ich glaube, das ist ihnen egal. Und Herr Kennedy, da hatten sie ja irgendwas, warum sie ihn auf Freitag noch nicht befördern wollten. Herr Kennedy ist, glaube ich, nicht mehr im Dienst. Ja, dann. Okay, dann würde ich den Herrn Anderson heute befördern zum Officer. Ja. Die anderen sind nicht mehr im Dienst. Wann sind sie es nicht immer da? Mittwoch. Vielleicht aber auch früher. Sagen wir versuchen, die anderen noch zu erreichen. Diese Information, der Einsatzstatus ist hier. Die 13, 14, 98, 24. Wir bieten das Kennzeichen und werden uns dann entsprechend den Herrn Mason Lee, Phoebe Donovan und Arjun Wolkow. Ja. Jetzt habe ich schon mehr gehört über Wolkow. Weiß ich nicht, ob wir den noch vielleicht dann eher auf Freitag schieben. Ich bin am überlegen, ob wir den kündigen sollen. Okay. Da haben sie, kriegen sie dann eine Aufgabe. Dann klammern ich, ich klammer den mal aus. Ja. Dann klammern wir den aus und der Herr Lee Donovan und der Herr Sander, denen fehlen jetzt noch ein bis zwei Module, die will ich morgen, übermorgen noch absolvieren, dass die voraussichtlich dann Mittwoch dementsprechend befördert werden. Kennedy, hier Johnson. Wie weit sind Sie vom PDVAC? Der Herr Sky, den müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken. Hier vom Kapitän. Dass es, wir müssen manchmal ein Kleinkindverhalten zeigt. Der Liam Stark ist noch aktuell Sergeant of Academy, der ist ja raus aus der Academy. So negativ. Wir sind noch Sergeant. Ich würde einmal zurückrufen und dann setzen wir mich wieder zurück. Genau. Ich kann es sonst auch Frau Lopez weiterreichen, wenn ich von Ihnen das okay habe. Was halten Sie davon, wenn wir Herr Stark auf die Position setzen, dass er sich, sehen Sie den dort, dort interne Beschwerden? Nein. Nein? Ja. Sehe ich nicht so, weil tatsächlich auch oft über ihn Beschwerden kommen. Ja gut. Und dadurch, dass er selbst schon, und es liegt auf der Hand, auch schon geredet hat hinter dem Rücken, finde ich das schwierig, dass so jemand interne Beschwerden aufnimmt. Aber wenn wir den dekadieren, wieder zum Officer. Nein, Sergeant. Er bleibt Sergeant. Einfach Sergeant. Ohne Aufgabengebiet. Ja, ja, okay. Er ist dementsprechend Officer und da sehe ich ihn auch. Definitiv. Also ich sehe ihn, dass der auch, Leute auch, weiß ich, wenn jetzt irgendwie was ist, kann der auch mal eine Einsatzleitung oder so übernehmen. Definitiv. Ja. Aber für interne Beschwerden finde ich ihn schwierig. Aktuell zumindest. Vielleicht wird das ja wieder, aber aufgrund der Geschehnisse der letzten Woche finde ich es eher schwierig. Ja, der sollte eher in die Operations gehen. Der ist stark, aber die Operations lösen wir, glaube ich, auf. Das war ein guter Punkt heute, den Sie angesprochen haben. Ja, genau. Das hatte ich nämlich, genau, also ich finde halt SWAT. Kennedy steht vor dem Büro. Okay. War das gar nicht erreichbar und Jackson ist ja hier nicht da gewesen. Ja. Soll ich ihn reinholen schon? Ja, machen Sie mal eben. Alles klar. Ja, ich glaube, das ist immer verschwommen gewesen, ist mir aufgefallen. Operation und SWAT war immer irgendwie gefühlt eins so und vielleicht muss, wenn jemand den SWAT leitet, da kann man sich dann voll darauf konzentrieren und wenn man ab Sargent-Drang sowieso auch geschult wird, um auch Einsätze zu leiten und so weiter und so fort, dann ist das unerflüssig. Ja, wir haben jetzt eine feste Einsatzleitung bestimmt und die haben wir vor allen Leuten genannt und wir haben beschlossen, dass wir jetzt die, also ich habe es ja gerade erklärt, ein hochrangiger und so weiter, das sollte ja inzwischen bei den Leuten alle angekommen sein. Herr Kennedy, Herr Kennedy, haben Sie Feierabend schon gemacht? Nee, ich hatte gerade noch ein Gespräch. Tatsächlich. Okay, weil Sie nicht im Leidsternplatz standen, deswegen. Ja, nee, das weiß ich nicht, warum ich nicht verstehe. Recruit sind Sie aktuell, ne? Positiv. Geben Sie mir mal Ihre Marke. Sie Dreckschwein. Geben Sie mir Ihre Marke. Sie sind raus. Raus mit Ihnen. Herr Johnson, gehen Sie mal ein Stück zur Seite. Jawohl, Sir. Hier Ihre neue Marke. Wazier mich. Na, tut das nicht. Bitteschön, herzlichen Glückwunsch. Gute Arbeit, machen Sie weiter so. Aber Sie haben die Ansprache gerade mitbekommen, ja? Ja, natürlich. Also leichter kann ich es Ihnen nicht machen, oder? Definitiv nicht, nee. Dann bin ich ja mal gespannt. Also ich meine, so einfach gestrickt hätte ich persönlich das jetzt nicht gebraucht, aber scheinbar andere. Herr Johnson, sehen Sie den Mann, der gegenüber von mir steht, der wird jetzt Ihnen auf die Finger klopfen, immer wieder. Der guckt jetzt mal, ob Sie intern richtig gute Arbeit leisten. Wenn nicht, dann hat der Johnson von mir die Erlaubnis, ihn den Arsch aufzureißen. Das können Sie jedem Kollegen weitergeben. Ja? Alles gut. Hallo? Walter Weiß? Ja, Herr Weiß. Schluck Hero nochmal. Ja? Ich belästige Sie furchtbar gerne. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe Informationen erhalten, dass in den letzten Tagen vermehrt Überfälle begangen werden von Fahrern eines schwarzen Buffaloes. Ja, so stand Leitschirm mit neuen Infos. Ich wollte Sie einfach nur darüber in Kenntnis setzen. Schwarzer Buffalo. Ja, ein schwarzer Buffalo. Okay, dann gebe ich das. Zwischen zwei und vier Tätern jeweils. Herr Johnson? Meistens ist einer dunkelhäutig. So wie mir geschildert wurde, die Aussage von Mitbürgern, die gerne nicht genannt werden möchten. Okay, gut. Dann werden wir das mal an die Kollegen im Streitendienst weitergeben. Gut, ich bedanke mich. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch was. Ebenso. Angenehmen Abend. Tschüss. Anrufer ist ein Sean Braddock. So. Warum geht es deinem Funk? Ich habe nicht zugehört. Weil ich weiß immer noch um die Grundsituation von wegen der Schlägerei da an der Bienenmaschine. Okay. Wen ist es mal ein Richter, der sich permanent meldet. Sehr gut. Wissen Sie, ob Herr Cohn noch da ist? Nein, nein. Ich habe gefragt, ob das der Typ ist. Herr Cohn, meinen Sie die 67 oder die 61? 67. Also ein Cohn steht draußen. Ich verwechsel die beiden immer. Und einer leitet gerade den Einsatz. Der mit dem weißen Hemd. Der leitet gerade den Einsatz. Okay, check. Ja, dann klären wir das später. Wom geht es? Ja, wegen so einem riesengroßen Chaos gestern Abend. Aber es hieß doch, der Einsatz lief gestern gut. Ja, das mag sein, dass er grundsätzlich gut lief, aber die Absprache nach unten hin hat höchstens an einer Person gehapert. Und an wen? Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Kommunikation zwischen Adams, der großen Einsatzleitung und uns sehr stark gehabert hat. Sie meinen, weil er den Funkkreis gewechselt hat und so, ne? Nicht nur das. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir da alle drei, also ich wollte ja mit Frau Donovan und Handy Ja, warten Sie, ich kann ihn direkt da reingrätschen. Passen Sie auf, das Tolle daran ist, dass wir jetzt heute eine neue Einsatzleitung bestimmt haben und das ist Herr Cohn. Okay. Der mit dem weißen Hemd. Deswegen leitet er auch gerade diesen Einsatz. Und wenn der nicht da ist, übernimmt dieser Herr Cohn die Einsatzleitung. Okay. Und wenn er nicht da ist, können Sie den Herrn Johnson fragen. Der übernimmt dann die Einsatzleitung. Ist der nicht da, können Sie den Herrn Stark fragen. Ist der nicht da, fragen Sie den Herrn Neumann. Ist der nicht da, brauchen Sie gar keinen Einsatz überhaupt planen. Ja, weil dann ist Ende. Ja. Ja, also Officer machen niemals eine Einsatzplanung alleine. Immer mit einem Hochrangigen. Sie brauchen gar nicht drüber nachdenken, dann irgendwo hin zu warten. Ja, sie lachen, aber nach heute habe ich gelernt, dass ich Ihnen alles erklären muss. Verstehe. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt heute los war. Tatsächlich. Ja, Katastrophe. Wir kamen da an und da sind schon alle in andere Richtungen dran. Wir haben gleich noch ein dringendes Gespräch mit zwei. Herr Weiß. Ja, okay. Herr Kennedy, dann setzen Sie Ihren Streifen Ich glaube, das ist genau das Gespräch, was ich gerade angesprochen habe. Setzen Sie Ihren Streifen in die 2. Warten Sie ganz kurz und Sie müssen unbedingt, das ist wichtig, gleich die passende Uni wo man ziehen. Ja, einmal zurechtrücken. Ja? Okay. Okay. Was wollten Sie sagen? Ja, ich glaube, das Gespräch, es geht auch um Leo und Donovan, oder? Korrekt. Das ist genau das Gespräch, wo die beiden mich gerade gebeten hatten, dass sie auch dabei sind. Dann holen Sie doch mal eben rein, dann können wir das doch ganz schnell machen. Es sei denn, die sind, glaube ich, bei dem Einsatz involviert, oder? Nee, die stehen noch hier. Okay, dann holen Sie die eben rein. Lee Donovan. Gucken Sie, der Johnson, der macht einfach. Wissen Sie, der macht einfach. Man braucht gar nicht so lange rumdiskutiert. Der geht raus und holt die einfach. Ich habe auch gleich noch eine Info für Sie für die nächste Grundausbildung, Herr Weiß. Ja. Eben mit Herrn Johnson besprochen. Perfekt. Ich sehe das heute den 27. Oktober mal als PT 2.0 an. Ja. Genauso. Hoffentlich ist das kein Omen. Ach so, noch was, wo Sie gerade hier stehen. Mir wurde gesagt, dass die komplette Chief-Ebene diese Flugscheine anerkennen, denn stimmt das? Oder machen das nur Carsten oder sie oder ein Neumann? Was, dass sie einen Helikopterschein machen können? Ja. Ja gut, ich bin eigentlich kein Ausbilder, aber ich habe den Herrn Carsten das Privat beigebracht. Wissen Sie? Hallo. Oder ich bringe ihm das Privat bei. Herr Johnson, haben Sie einen Helikopterschein? Ja, Streif 1 Code. Der müsste mal wieder aufgefrischt werden irgendwann mal. Aber Sie können. Ich bin mal geflogen, aber das ist lange, lange Zeit her. Okay, dann vergessen Sie, was ich sagen wollte. Brauchen Sie einen Helikopterschein? Wir brauchen jemanden, der einen Helikopterschein hat. Ich habe einen aktiven. Okay, gut, das habe ich im Hinterkopf. Wie heißen Sie nochmal? Ihr. Lee. Okay, Herr Lee, weiß ich Bescheid. Frau Donnerven, was wollen Sie uns denn erzählen? Nicht nur ich, Herr Kennedy und Herr Lee möchten auch was ansprechen. Ich fange einfach mal an. Und zwar war gestern ja ein Einsatz. Wir als Recruitenbepartnern zu dem Zeitpunkt, hier am LSPD, wurden dann von Herr Adams zusammengescheucht und auf Streifen eingeteilt. Die Streifen hießen Adams Ackermann in einem Fahrzeug und alle Streifen auf zwei andere Fahrzeuge verteilt. Und als wir dann gefragt hatten, was mit dem Stadtpark ist, weil zu dem Zeitpunkt bestimmt drei Minuten lang von dort Schüsse zu hören waren und wir mehrere Notrufe hatten, hieß es von ihm, ist mir doch egal, was am Stadtpark ist, die schießen sich eh jeden Tag zusammen. Sollen sie machen, so in der Art. Wir sind dann zu dem Einsatz gefahren irgendwo in Sandyshows in der Wüste standen wir da rum. Da hat Herr Kennedy gleich noch ein paar Sachen davon anzunähten. Christopher, Ihre Junge, Sie wurden da. Wir sind dann weiter zum Baumarkt und haben dort gesammelt, haben dort die ersten Informationen überhaupt bekommen. Wir wussten gar nichts, was ich verstehe. Als Recruiten sollten wir nicht viele Informationen kriegen, aber wenigstens sowas wie wer Einsatzleitung ist, was ungefähr passiert. Das ist das Mindeste, das sollten sie auf jeden Fall kriegen. Vor allem auch, was man sich einstellen muss. Ob man sich jetzt auf einen Schusswechsel einstellt oder auf sonst was. Ja, Adams meinte, wir sollten Waffen mitnehmen, aber wir wussten nicht, was genau. Es tut mir leid, dass ich sie gerade für dumm verkauft habe in dem Besprechungsraum, aber Sie sehen ja gerade, Sie verstehen vielleicht, warum ich das mache. Tatsächlich wollten wir davor schon mit Ihnen reden. Das war jetzt ein Zufall, dass Sie das auch angesprochen haben. Es gibt immer, wenn ein Einsatz stattfindet, das, was Adams mit Ihnen gemacht hat, ist ein absolutes No-Go. Wenn ein Einsatz geplant ist oder abgesprochen wird, dann haben Sie immer eine Kontaktperson im Funk, die Sie anfangen. Das ist die Einsatzleitung und die Einsatzleitung bestimmt, wo Sie hinfahren und teilt sie auch ein mit der Leitstätte zusammen. Deswegen ist das eigentlich ja Quatsch. Ja, es geht noch weiter. Darauf wollte ich auch gleich noch eingehen mit der Einsatzleitung. Genau, dann waren wir da in dieser Besprechung, haben die ersten Informationen bekommen. Ich habe irgendwann dann eingeworfen, dass wir momentan nur Rekrutenstreifen hatten. Das war, glaube ich, Kennedy, ich, Audim, also Audim war ja erst ein Tag im Dienst. Und Herr Lee, Wolkow, wer war noch? Herr Upspring und Herr Sky. Genau, also auch alles Rekruten. Ich wollte eigentlich ansprechen, dass er genug Officer vor Ort war. Es waren beide Herr Counts da, es war Herr Ackermann da, es war Herr Adams da, Frau Blair war später auch noch da. Wir hätten die Rekruten also auf jeden Fall einteilen können. Ich kam aber gar nicht dazu, das wirklich anzusprechen. Ich hatte auch eigentlich angesprochen, dass wir teilweise keine taktische Ausbildung hatten, also gar nicht dafür gewappnet sind, um wirklich in Schießerei zu fahren. Da kamen nur dumme Kommentare. Vom FAB der Kommentar zum Beispiel, ja Glückwunsch, dann werden sie heute in Jungfahrt. Ein paar Kollegen haben daraus genau gelacht. Warten Sie, wer hat das zu Ihnen gesagt? Ich weiß es nicht. Irgendeinen Agent. Ich kenne die ganzen... Agent Bullet? Keine Ahnung, das weiß ich. Hatten Sie nicht vorhin gesagt Douglas gesagt? Ja, aber der Kling, die meinte gerade, das war nicht Herr Douglas. Douglas stand ganz rechts am Fahrzeug und der Agent, der stand ziemlich direkt vor uns. Und wissen Sie, wer das war? Nee, leider nicht. Das war auf jeden Fall ein afroamerikanischer Amt. Das finde ich, das unpassendste... Warten Sie mal, seien Sie mal kurz ruhig, Herr Kennedy. Woher wissen Sie das? Waren die nicht maskiert? Nee, die waren unmaskiert von Art. Waren die zivil dort? Hatte er denn eine Goldkette um und ein schwarzes Oberteil und einen Hut auf? Das weiß ich nicht mehr. Das waren so viele Leute die hatten so Klamotten an, wie hier Adams und so meistens. Okay, hatte der... Warten Sie, hatte der... Ich, 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 äh... Hatte er, hat er, ähm... Hatte er einen Hut auf? Nee. Nee. Nee, weiß ich nicht. Wenn ich Ihnen den zeigen würde, könnten Sie mir sagen, wer das war? Es ist Schattenzwein nebeneinander, ich konnte es nicht ganz sagen, aus welcher Richtung es genau kam. Ich habe nur gehört, dass dieser Spruch kam. Ähm... Oh, Mann. Genau, die Kollegen haben da auch nur gelacht. Ich habe dann, äh... Wer hat da auch nur gelacht? Ich weiß nicht mehr, es kann auch um SB sein. Es war wirklich eine sehr große Ansammlung an Personen. Okay. Ähm... Ich habe dann meinen Mund gehalten als Rekruten, ähm, habe dann den Herr Adams zur Seite genommen, der kurzzeitig davor irgendwo anders war. Ich habe ihm gesagt, dass seine Streifen, die er benutzen wollte für irgendwas, dass die jetzt aufgeteilt worden sind. Wollte ihm auch noch mal sagen, dass, äh, ja, die Rekruten aufgeteilt werden könnten, dass es unverantwortungsvoll wäre, wenn, ähm, die Rekruten also ohne Ausbildung und sowas auf den Einsatz waren, alleine. Er hat mir dann in einem ironischen Unterton erklärt, wie eine Waffe funktioniert. Ähm... Streifen, drei, vielleicht herkommen. Also nicht ein bisschen aber dumm dargestellt. Also, sehen Sie diese Waffe? Hier ist ein Hebel, wenn Sie da draufdrücken, schießt die und die hat ein wenig mehr Rückstoß als Ihre normale Waffe. So nach dem Motto, ja, das ist jetzt die taktische Ausbildung. Ja, nach sowas wie... Obwohl das ja einfach gar nicht die Situation war, die angesprochen wurde. Es ging ja wirklich darum, aber als er sagte, wir stellen uns auf eine große Schießerei ein, dass wir gesagt haben, das sind alles neue Rekruten, die teilweise keine Vorerfahrung haben, wie sie überhaupt richtig ihre eigene Sicherheit schützen oder gar nicht von ihren Kollegen. Und dann kam er mit der dummen Aussage, ja, sehen Sie das, das ist die Waffe, hier ist der Abzug und hat mehr Rückstoß als eine Pistole. Und schießen Sie auf die Bösen weiter und nicht auf die guten Leute und ich habe dann zu ihm gesagt, er muss nicht in so einem ironischen Unterton mit mir reden. Ich wollte nur was anmerken und ihn aufklären über die Veränderungen in den Plänen. Da kam auch schon der Herr Jasper Kohn und meinte, ich soll ruhig bleiben. Ich glaube, er hat gedacht, ich war hysterisch, aber ich wollte, wie gesagt, nur die Sachen anmerken. Genau, und im Endeffekt waren dann Herr Kennedy, Herr Odim und ich bei dem Einsatz in der Seitenstraße allein und zwei von uns hatten keine taktische Ausbildung. Okay. Gut, er könnte dir mal ein bisschen übernehmen, ich hätte meine Punkte. Ja, wie gesagt, also um jetzt noch mal ein Stück zurückzuspulen, als wir dann nach Sandy Shores gefahren sind und noch von nichts wussten, waren wir vorher an einem Shop, wo nur noch gesagt wurde, ja, wir sollen uns jetzt mit ganz viel reichlich Essen, Trinken eindecken, es würde eine Weile dauern. Dann kam das SD an uns vorbeigefahren und hat gesagt, wieso das Ganze, also hat rumgeschrien, verständlicherweise, weil die wussten auch von nichts, jedenfalls diese Streife nicht, wieso denn das ganze PD hier oben in Sandy Shores rumsteht, wenn am Schießerei, wenn am Stadtpark laufen Schießereien gemeldet werden. So, dann, das hat Herr Adams mehrfach ignoriert und ich, als wir ihn darauf hingewiesen haben, hat er wortwörtlich gesagt, lassen Sie das SD, SD sein, das interessiert mich jetzt nicht. So, dann ist er einfach am SD da vorbeigefahren. Der stand dann da alleine vor dem Shop. kurze Zeit später, nachdem wir dann endlich mal gesagt bekommen haben, dass der Herr Cohn die Einsatzleitung hat oder wohl die höchste Instanz da war. Oder bei Nomad. Genau. Dann kam noch so ein Spruch von wegen, ja, wenn Sie ein Problem mit irgendwas haben, dann rufen Sie bitte jetzt sofort an und erzählen Sie, wie scheiße Sie ihn finden. Irgendwie so ein dummer Spruch kam. Und dann hat er auch mehrfach vertont, dass man wortwörtlich sagen soll, dass das, was gerade gesagt wurde, scheiße ist. Warten Sie, das verstehe ich nicht. Also wen anrufen? Ja, also es wurde, also Herr Adams stand ungefähr da, wo Sie jetzt stehen und hat eine Runde ähnlich wie hier gesagt, ja, wenn jetzt jemand ein Problem mit irgendwelchen Maßnahmen hat, soll er jetzt, jetzt Herr Cohn anrufen und denen sagen, dass da am Stadtpark eine Riesenschießerei ist und der soll das jetzt organisieren. Also das dann praktisch, dass das Herr Cohn dann den, den Trümmerhaufen von Herr Adams aufkern soll. Genau. Und dann hat Herr Lee gesagt, gut, dann rufe ich da jetzt an, weil er hat gesagt, er war der Erste, der sich direkt gemeldet hatte, weil es ist ja nun mehr oder weniger unsere Verantwortung, weil wir hatten ja nicht mal eine Info, dass das Estee überhaupt Bescheid wusste über diesen einen Satz. Ja. Das heißt, der Stadtpark war wirklich in unseren Augen total unbeaufsichtigt, wo dauernd geschossen wurde und dann hatte der Herr Cohn gesagt, es sollen zwei Rekruten da runterfahren und dann ist er direkt wieder ausgeflogen. Nein, Herr Heldt, Herr Heldt. Okay, Herr Heldt hatte gesagt, dass zwei Rekruten runterfahren sollen und dann hat Herr Adams zu einer Schießerei. Ja, und dann hat Herr Adams das direkt dann wieder ausgeflippt und meinte, ja, dieser Vollidiot, wie kann er zwei Rekruten zu einer Schießerei schicken? Wo er es hat. Ja, mag ja sein, aber das, dieser ganze Einsatz, der war so durcheinander und unstrukturiert in unseren Augen vor allem, weil bei uns nichts ankam. Ja, was wir folgendermaßen jetzt machen, also ich habe das ja gerade schon für dumme Menschen omerklärt, tut mir leid, also ich möchte es nochmal sagen, ich möchte nicht, dass sie sich falsch verstanden fühlen, wenn ich vor ihnen stehe und erkläre, dass 90 Minuten wie ein Fußballspiel ist und so. Ich habe nur echt gelernt, dass man, wenn man den Leuten etwas Anspruch entgegenbringt, dass die Leute das nicht sofort alle aufnehmen können. Ja, man sieht ja, was tatsächlich passiert, wenn 16 Leute zu einem Shopraub fahren, weil das Grundverständnis für mich als Polizist ist, ich höre mir immer im Funk an, ob Verstärkung gebraucht wird, dann höre ich an, ob eine Streife zurück, ob eine Streife funkt und dort unterstützt, wenn nicht, dann melde ich mich, ja. So, das ist mein Grundverständnis eines Polizeidienstes unter anderem. Ich bin ja nicht dumm und renne in den Shopraub mit 16 Leuten rein, auf der anderen Seite dann, der Insel ist dann auf einmal eine Geiselämme, weil dieser Shopraub nur eine Ablenkung war. Wir werden das jetzt so machen, es gibt jetzt strukturierte Vorgaben, Herr Cohn, der jetzt hier steht, der Herr Cohn, der gerade den Einsatz leitet, der jetzt gerade da mit beim Bienenmaschine ist, der Herr Johnson, meine Wichtigkeit, die Frau Lopez, der Herr Carson, ja genau, diese Leute und auch natürlich die Frau Morell, wenn sie dann da ist, haben das Recht, ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Wenn jetzt zum Beispiel, aber keiner dieser betroffenen Personen da ist, also jemand hochrangig hier ist, fahren sie auch gar keinen Einsatz, wie zum Beispiel das. Ja, wenn ihr zum Beispiel als Schießerei am Unicorn mit 20 Leuten, fahren sie da gar nicht hin, wenn sie nur 5 Rekruten sind, das hat gar keinen Sinn. Ja, also sie können sich das aus der Entfernung angucken und sie müssen warten, bis sich das beruhigt hat, um dann das sicherzustellen, dass die Medics dort unterstützen können. Das ist dann ihr Job. Ja, weil wenn sie da gegen 20 Leute, das endet in der Schießerei in einem Blutbad und vielleicht sterben sie dort. Deswegen gibt es jetzt diese Personen, die ich Ihnen gerade genannt habe, die die Einsatzleitung übernehmen und ihnen eine klare Anweisung geben und die Leitstelle. Ja, die Leitstelle gibt ihnen auch Einweisungen und wird künftig, das werde ich jetzt der Johnson unter anderem auftragen und der Frau Morell, die Streifen einteilen. Ja, weil dadurch heben wir das aus, dass keiner mit Rekruten Streifen fährt. Ja, also, dass Officer mit Rekruten zusammengesetzt werden. Ich glaube, den Punkt wollte ja Leon sprechen, oder? Unter anderem. Ich hatte noch einen kleinen Punkt danach. Ja, und der wäre? Sie hatten das Unicorn vorhin noch in der Besprechung angesprochen. Richtig. Wir sind als Dreierstreife zusammen dahin gefahren. Wie war Ihre Streife besetzt? Können Sie mir das ganz kurz sagen? Unsere Streife war besetzt aus der Frau Blair, dem Herr Upspring und mir. Okay. Und die Frau Blair hat uns die Anweisung gegeben, wir sollen das anfahren. Daraufhin sind wir das natürlich angefahren, weil es die in dem Fall unsere Officerin war und uns die Befehle da gegeben hat. Sie waren die erste Streife, die vor Ort war? Genau. Okay. Aber dann ist auch direkt der Herr Brian Rimes auf uns zugekommen, hat gefragt, was ist. Und sie hat gesagt, wir suchen eine Person, wir bräuchten einmal Ihren Ausweis, um zu festzustellen, wer Sie sind. Er hat den Ausweis hergegeben und dann sind wir auch wieder abgefahren mit ihm zusammen, nachdem wir gesagt haben, Sie müssen einmal mitkommen für eine Aussage. Herr Cohen, der Herr Lee spricht, aber Sie stehen, kommen Sie mal zu mir, Herr Cohen. So. Ja, aber es wurde kein Funkspruch abgegeben, dass Sie dort sind, wissen Sie. Der Funkspruch war abgegeben. Ja, okay, ist dann vielleicht untergegangen bei mir, kann sein. Aber das war trotzdem dumm, weil Sie hätten das so machen müssen. Ein kleiner Tipp, Sie sehen den Herrn Cohen neben mir, der übrigens meinen Kleidungsstil wunderbar kopiert inzwischen. Den nehmen Sie, funken den an, der ist ja hochrangig, dann sagen Sie, Herr Cohen, wir würden gerne in Sanilla Unicorn fahren, aufgrund der Tatsache, dass dort wahrscheinlich eine Party stattfindet, wo die ganzen Leute sind. Herr Cohen wird dann einen taktischen Plan ausarbeiten, ja, wo er dann auch berücksichtigt, dass sie Rekrut sind und wird dann, oder Herr Johnson, oder die Namen, die ich ihn genannt habe, und die werden dann dafür sorgen, dass sie sicher dort mit einer Koordination reinfahren. Sie treffen sich vorher, zum Beispiel auf dem LSPD-Parkplatz, dann wird eingeteilt, wer ist wo, die Streifen werden ganz kurz positioniert, ja, also ich mache das immer so, dass ich mir dann das Gebäude von oben vorstelle, die Zufahrten, meinetwegen nehmen Sie Ihren Notizblock und meinen Sie sich das Gebäude auf, und dann markieren Sie sich einfach, wo Ihr Streifenwagen steht und wo die anderen Streifenwagen mit welcher Streife steht. So mache ich das immer, ganz klassisch. Und dadurch kann man einen wunderbaren Einsatz koordinieren. Sie brauchen nur einen Stift und ein Blatt, ja, und eine Vorstellungskraft, eine Räumlichkeit. So, und dann haben Sie schon die Einsatzplanung. So, und dann richten Sie sich immer nach der Einsatzplanung. Also Sie hören immer nach den Einsatzleitern. Sie hören immer drauf, was der sagt. Sie hören immer in Ihrem Funkgerät drauf, was er sagt. Wenn er sagt, okay, jetzt Zugriff fahren Sie dann zu, Sie positionieren sich, wo Sie sich abgesprochen haben. Wenn dann einer flieht, dann rennen nicht alle weg, sondern Sie bleiben erstmal ganz ruhig und dort und warten, bis die Einsatzleitungen, Sie funken die Einsatzleitungen an und sagen, hier rennt gerade einer weg. Dann wird die Einsatzleitung sagen, entweder rennen Sie sich hinterher, nehmen Sie dann fest oder bleiben Sie dort. Ja, weil wenn Sie wegrennen, ist da ein Leck in der ganzen Situation. Ja, das heißt, Ihre Abdeckung fällt weg. So, und da, so müssen Sie nachdenken. Also, permanent, immer räumliches Denken und immer auf die Einsatzleitungen hören. Und das wird jetzt künftig passieren. Aber was Herr Adams da gestern gemacht hat, brauchen wir gar nicht drüber reden, das war scheiße. Ja, ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Sie zu uns kommen oder zu mir kommen und mir das mitteilen, weil das ist sehr, sehr wichtig. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, heute eine kleine Struktur hier reingebracht, eine kleine, ich sag mal, eine kleine Umstrukturierung und ich kann Ihnen auch versprechen, dass Herr Johnson jetzt künftig auf Fehler achten wird und diese dann mit Frau Morell ausmerzen wird. Ja, wenn Sie also eine Frage haben und unsicher sind, können Sie immer zu Herrn Johnson oder Frau Morell gehen oder natürlich auch zu uns. Aber die beiden, die können Ihnen auf jeden Fall auch wegen der Ausbildungssache am meisten Rat und Tat zur Seite stehen. Ja? Das ist sehr wichtig, dass Sie das wissen. Sei es, wenn Sie sich unsicher sind oder Sie finden irgendwas komisch oder jemand hat sich seltsam benommen im LSPD, melden Sie das immer dort. Das wird dann irgendwann an Michael weitergetragen, wenn es dann relevant ist. Ja? Ja. Ja, okay. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich Sie das gerade oben so flapsig und so ironisch alles erklärt habe, aber manchmal ist das auch ein bisschen schwierig für mich. Wissen Sie, man verlässt sich auf jemanden und es funktioniert einfach nicht. Weil ich habe eigentlich gedacht, dass sich die Leute, dass Leute das Grundverständnis oder das Grundverständnis für diesen Dienst haben, ja, dass sie verstehen, wie das funktioniert oder wie ein Polizeidienst funktioniert. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist einfach nur für Alarm für Cobra 11. Also es tut mir leid. Ach so, zu der Sache eben am Unicorn, wo ich auf sie zugerannt kam, das war bei, das war bei mir nicht meine Absicht, da jetzt irgendwen bloßzustellen. Aber das, was Sie tun, ist doch richtig. Das ist doch das, was ich Ihnen, Grund auf, seit dem Bewerbungsgespräch jedes Mal eintrichter, macht jemand was falsch, melden Sie das, umgehend. Und das muss auch weiterhin so passieren, weil wir sonst die Feder nicht beseitigen können, wenn jeder das für sich behält. Verstehen Sie, das ist jetzt nicht so, dass Herr Adams dem Kopf abgeschlagen wird, sondern wir lernen daraus. Wir werden Herr Adams da freundlich darauf ansprechen und sagen, das und das war nicht gut. Er lernt auch daraus und dadurch wird das LSPD immer besser. Kommunikation, Transparenz, A und O, das ist das Wichtigste und Hierarchie beachten. Aber das sollte eigentlich standardgemäß sein. Ja, auch ich mache unfassbar viele Fehler. Aber manchmal, Sie müssen sich das vorstellen, bei mir ist es so, Sie stehen dort, Sie nehmen eine Zeugenaussage auf. Dann kommt jemand zu Ihnen und will irgendwas von Ihnen, dann klingelt Ihr Telefon und gleichzeitig ist noch was im Funk. Das ist mein Alltag. Oh ja. Ja, das ist mein Alltag. Jeder will was von Ihnen. Eine Pflanze, es kommt das MD hier hin und sagt, er weiß, die Pflanze, wenn es bedient ist, ich begrünen. Ja, und dann muss ich dort stehen und mir das anhören und gleichzeitig werde ich angefunkt. Er weiß, wir haben einen Code 11, was sollen wir tun? Und dann klingelt noch der Richter und auf einmal stehen Leute in Unterhose da und verprügel mich. Das ist tatsächlich mein Alltag. Ja? Versetzen Sie sich mal in meine Lage und versuchen Sie mir doch eigenständig die Arbeit abzunehmen. Dafür stelle ich Sie hier ein. Ja, und ich bin jetzt froh, dass der Herr Johnson und die Frau Morell Ihnen ein bisschen auf die Finger guckt und dass wir jetzt eine fähige Einsatzplanung haben. Herr Adams macht das gut, aber Herr Adams muss sich mehr durchsetzen und vielleicht tut ihm der Urlaub mal ganz gut jetzt. Frau Morell, habe ich schon mal gesagt, dass Sie heute ganz gut aussehen, haben Sie eine Suppe? Das ist ein für mich. Gib erst mir was. Ich bin wichtiger. Was? 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 Aha. Das ist der, der sich vor seinem Chief in die Kugel schmeißen würde, ne? Der wird für Suppe mich auch ermorden. Ach, wer weiß. Soll ich Ihnen eine aufschütteln, Sir? Nein, Sie schütteln gar nichts. Okay. Ich habe da draußen wieder Männernunterhosen gesehen. Noch ein, was? Ich bräuchte was zu trinken. Ja, ich bin dabei. Sehr gerne machen, Sir. Ich schüttel trotzdem eine auf. Oh nein. Kommen Sie. Nein, warum schütteln Sie? Ich meine nicht, ich soll mich schütteln. Ja, weil die Suppe muss aufgeschüttelt werden, die Suppe. Weil sonst setze ich unten alles ab. Ja, eben. Erreicht mir. Nehmen Sie. Dankeschön. Die ist frisch geschüttelt, nicht gerührt. Okay. Haben Sie sonst noch eine Frage? Nur noch von Frau Morell? Ja. Ein Held hat gesagt, ich soll mich bei Ihnen, soll mich bei Ihnen nennen. Soll mich bei Ihnen nennen. Und so sieht also ein Schlaganfall aus. Rücken und sprechen. Über Wahnausbildung haben Sie auch noch nicht bekommen. Ja. Herr Kennedy? Ja. Ja, warum? Ja, weiß ich nicht. Er hat gesagt, Sie wissen Bescheid. Weiß ich das. Ein weiterer Bewohner für die WG. Nein. Nein. Ich glaube, das geht darum, dass Sie mit in die Administrative sollen, oder? Da weiß ich auch nichts von. Er meinte nur, dass Sie Bescheid wissen. Okay. Möchten Sie das eigentlich, die Administration unterstützen? Ja, will er. Oh, das ist sehr gut. Wirklich? Ja. Haben Sie bitte mit. Okay. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Also, Herr Kennedy, Sie möchten gerne die Administration unterstützen mit Akten und so weiter? Ja. Er ist schon dabei. Also, Officer of Administration. Sehr gut. Oh, das freut mich sehr. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Leute ihren Job machen. Bitte. Das habe ich versucht, in der letzten Woche durchzusetzen. Das ist mir ziemlich gelungen. Würde ich bauten. Wenn das nicht klappt, dann schicken Sie mir eine Nachricht per PDA. Wer das nicht macht, der kriegt dann in Dienst. Wir ziehen das jetzt vor dem Dienst. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das größte Problem ist tatsächlich, dass viele Officer Akten schreiben, weil andere Officer sie nicht schreiben wollen. Und wenn dann was fehlt, kriegen die komplett falschen Leute dauernd den Anschluss ab. Ja, Moment. Die Leute, die für einen Einsatz verantwortlich sind, beziehungsweise die, die Info darüber haben, müssen auch die Akte schreiben. Ja. Genau, so ist es. Aber das wird leider nicht immer gemacht. Ja, dann gibt es eine Meldung, bitte. Ab sofort. bewusst PD27 schreibt ganz, ganz viele Akten, weil andere das nicht machen wollen. Und ich glaube, ich habe dem bestimmt schon fünf, sechs Mal irgendwas angesprochen und er sagt mir immer wieder, er hat keine Ahnung von dem Einsatz, er hat immer nur die Akten geschrieben. Ja, gut. Dann muss das bitte kommuniziert werden in Zukunft. Ja, gut. Dann merzen wir das aus. Er soll die Akten nicht schreiben, wenn er dann in den Einsatz nicht beteiligt war. Also, ne, sorgen Sie dafür, dass es besser funktioniert. Ausmerzen ist das neue Motto hier. Gut. Ausmerzen, das ist das Wort. Und Kündigungswelle ist auch ein Wort. Das mag ich ganz gerne. Suspendierung, Kündigung. Ja? Das ist richtig toll. Und wenn wir das denn kriegen, ich glaube, also wie gesagt, der 27. Oktober. Ich bin optimistisch, dass das was wird. Und damit wir vorankommen, Herr Kennedy, Herr Lee, haben Sie noch was? LP 740, danke für zehn Monate. Gut. Gut, vielen Dank. Wenn Sie noch... Wobei doch, ich würde Sie ganz kurz noch können sprechen, Frau Morrell. Ja, dann müssen Sie ganz, ganz warten. Ja gut, dann haben wir ja durch. Vielen Dank für das Gespräch, ja? Ja, gerne. Gerne, gerne. Wir haben noch. Vielen Dank. Herr Lee, ich komme gleich raus. Ja. Guten Abend, danke für das Gespräch. Ja, okay. Genau, es steht noch einer auf der Liste und zwar Herr Kuckum. Ich habe mit ihm gesprochen. Der ist ja meistens von 10 bis 15 Uhr ungefähr da unter der Woche. Ja. Und ich würde ihn gerne mit in den Bereich als Officer auf Academy haben für Vormittags, Nachmittags. Er würde da dann auch Module anbieten für Rekruten, die in dem Zeitraum dann da sind. Ja. Da wollte ich nur das okay haben. Dir würde ich direkt fast die Beförderung zum Sergeant geben, weil der hat nämlich so viel Erfahrung. Ja, ja, das gute Mann. Ja, sie kennen den. Ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Ja. Das ist ein zuverlässiger Mann. Gut. Ja, und er möchte sich auch mit dran beteiligen, wenn wir die Module ausarbeiten. Und ja. Ich kenne ihn schon sehr lange. Das ist wirklich ein, das ist durch und durch ein Polizist und er möchte auch, dass der Laden läuft. Ja, und er wäre halt, würde halt die Nachmittagsschicht und Vormittagsschicht perfekt abdecken. Perfekt. Gut. Wunderbar. Stream alle bevorzugt. Genau deswegen haben wir den Kennedy befördert. Ja, verstehe ich. Ja, wir müssen mit Herr Adams ein dringendes Wort führen. Also, ich glaube, dass Herr Adams gerne manchmal ich wäre. Aber wissen Sie, was das Tolle ist? Ich kann die Leute zusammen scheißen, ich kann im Funk scheiße bauen, alles. Aber sie können nichts tun. Das ist das Tolle. Weil ich bin hier der Boss. immer dran denken, Sie müssen ein Vorbild sein. Vorbildfunktion, Sir. Ach, an Sie das Maul. Schön. Ich versuche es in manchen Funktion, Sir. Die Diskussionen vor einem Einsatz von wegen, wir hatten keine taktische Ausbildung, sind halt auch viel am Platz. Ja, genau. Das kostet alles nur Zeit. Kostet nur Zeit. Das war ein zeitkritischer Auftrag. Deswegen, also das kann ich ja schon verstehen, dass man da ein bisschen die dann zurückstuft. Sagt mal. Dieser Russe ist ja schon wieder hier. was eher das Problem war, sind halt solche Aussagen wie Scheiß auf die Schießerei. Das war die Kernaussage. Genau. Ich glaube, das war eher das große Problem. Guten Tag. Entschuldigung für die Störung, aber hier draußen steht ein Herrn Juri Wolkow und der möchte seine Fahrzeuge wieder und die letzte Leitstelle hat gesagt, dass er noch was mit ihm klären muss. Ja, genau. Wegen den Fahrzeugen. Weiß einer, wer die Fahrzeuge gestern abgeschlittert hat, Herr Cohn, von dem Grundstück der Wäscherei? Habt ihr heute abschalten lassen, das war aber vor unserem Zusammentreffen. In dem Dokument steht drin, dass Herr BD61 und 60. Ja, das, Moment, warten Sie ganz kurz. In dem Dokument steht drin, dass Herr Hernandez der Grund, der Besitzer des Grundstücks ist. Aber Sie meinen jetzt, dass er eine Mitnutzungsgebühr oder dass er das überhaupt nutzen darf, nachweisen? Ja, das ist das Ding. Wir haben jetzt die Autos von dem Juri da abgeschleppt. Ja. Aber der Mitarbeitervertrag, haben wir den? Plädiert jetzt darauf, dass die Autos auf dem Grundstück stehen und solange ich da, also würde in dem Vertrag jetzt drinstehen, in dem Eigentumsvertrag, dass die beiden das betreiben, dann würde ich sagen, ja, ist ja kein Thema, aber ja, verstehe. Aber gut, wenn das ein Mitarbeiter von ihm ist, dann soll er einen Arbeitsvertrag sehen, ganz einfach. Trotzdem ist das nämlich Privatgeländer, doch vorhin schon der Herr Hernandez so schön gesagt. Ja, dann holen Sie den mal rein, dann machen wir das eben noch. Ja, ist klar. Das gibt es eine Party. Viel Spaß, Herr Johnson. Viel Spaß. Das wird jetzt lustig. Ich sage einfach mal nichts. Soll ich euch weiterhin? Sie bleiben hier. Ja, ja, ja. Das ist gleich mitgekommen. Und vielen Dank für dein Subgift. Dankeschön. Das möchte ich zu bestätigen. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen noch einmal und wir müssen bumsen. Das ist ja dann schon ein Date. Ich wollte gerade sagen, Sie haben doch bestimmt so ein Smartphone. Machen Sie doch einfach ein Foto von uns beiden. Das können Sie sich hier aufhören. Ja, die Frisur voneinander hat sich in mein Gehirn eingeprägt. Glauben Sie mir. Brauchen Sie mich hier noch? Solange es nur die Frisur ist. Nein, danke. Okay, perfekt. Genau, Herr Cohn übernimmt hier das Wort, weil ich da nicht involviert bin. Herr Cohn, Sie dürfen. Ja. Sie wollen Ihre Fahrzeuge zurückhaben. Das wäre nett, ja. Und Sie sind Mitarbeiter von dem Herrn Hernandez? Das ist korrekt. Gibt es da irgendwie... Wir sind Partner. Partner, okay. Das können wir hier nicht riechen. Gibt es da irgendein Vertragswerk oder irgendwas, dass wir sehen, dass Sie Partner sind? Sonst ist das ja wie im Privatgelände, wenn der nicht wahr? Nein, das haben wir noch vorhin gesprochen. Ja, und kann ich auf dem Privatgelände nicht entscheiden, wer steht und wer nicht? Sie sprechen jetzt hiermit die öffentliche Genehmigung aus, was der da parken darf, ja? Damit wir das in Zukunft wissen, weil wir wollen ja Privatgelände schützen, nicht wahr? Ja, das ist sehr freundlich. Wenn, wenn das zugeparkt werden würde. Ja, dann würde ich jetzt hier deutlich aussprechen, dass Herr Juri Wolkow sehr gerne bei mir parken darf. Was haben Sie denn alles für Fahrzeuge, Herr Wolkow, damit wir das in Zukunft wissen? Das ist doch scheißegal. Ja, zum Schluss parkt da jeder Hans und Franz. Wissen Sie was? Ja, das ist egal, denn Herr Hernandez wird jetzt auch aussprechen, dass das PD da gar nicht mehr aufkreuzen muss, um die Parkplätze zu überprüfen. Stimmt's? Ja, weil es Privatgelände ist. Ah, okay, verstehe. Das ist ja gut. Das ist ja gut zu wissen. Darf ich Sie was fragen? Bitte, frei heraus. Haben Sie sonst irgendwelche Probleme in Ihrem Leben oder irgendwas Interessantes? Erzählen Sie mal nicht persönlich. Die stehen rechts neben mir. Nee, das ist doch eine Frage. Aber du bist ja nicht befangen, Walter, oder? Ich stehe hier und genieße die Show. Ja, deswegen lass mich doch mit dem Herren reden oder wechselst du seine Windeln oder wie läuft das bei den... Natürlich, bei jedem. Ständig. Ständig. Okay, alles klar. Der brudert auch immer ein bisschen. Wenn ihr zwei brudert, dann hätte ich Glück. Okay, Leute, ich bin zwar in der Modebranche aber das wird mir gerade so ein bisschen zu intim. Okay, so, folgendes. Dann ist doch alles geklärt. Dann können wir Ihre Fahrzeuge zurückgeben. Wir würden Sie einfach bitten, dass PD bitten, einfach dort auch, ich meine, wenn Sie rumschnüffeln, sollen Sie rumschnüffeln, aber lassen Sie einfach die Autos stehen, egal von wem oder was dort parkt. Außer wir rufen an oder Hernandez und bitte das PD, dass ein Fahrzeug abgeschliffen werden soll. Okay. Naja, sonst sind die Eigentumsverhältnisse ja geklärt. Wissen Sie, das war ja vorher nicht geklärt. Da sind auf einmal zwei Leute aufgetaucht, die da ihre Karren abstillen. Müssen Sie uns auch verstehen, dass wir da natürlich mit großen Augen dran vorbeifahren. Jetzt ist ja alles geklärt, nicht wahr? Okay, ich werde heute Nacht eins von meinen Autos in irgendeiner Einfahrt stehen lassen, in den Weywood Hills. Mal gucken, wie lange Sie brauchen. Also in der Einfahrt hoffe ich schon mal nicht, weil das ist schwierig, was Parken angeht. Ich will aber mal sehen, wie lange Sie brauchen, um das zu finden. Wenn das eine Streife zufällig sehen sollte, wird es abgeschleppt. Das ist immer so ein Glücksspiel, aber wissen Sie, direkt hinter dem PD ist es halt doch ein bisschen auffällig. Ja, aber wie verblüfen Sie warte mal, ich war jeden Tag hier und habe Donuts gebracht und gesagt, hey Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Auge auf die Fabrik werft, aber damit meinte ich nicht Autos. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, da sollten Sie mal Ihre Kollegen fragen, denn ich war oft hier, nicht nur einmal. Ich kam täglich mit Donuts ins PD. Nett und freundlich, bis es angefangen hat, dass wir abgefuckt werden. Zum dritten Mal muss ich meine Fahrzeuge jetzt vom PD holen. Und außerdem ist es Sonntag. Sie können von Glück reden, dass wir es am Sonntag Ja. Agent Ice steht hier für Sie. Warum? Er will sich sprechen. Ja. Ja. Und zwar wegen der Sache heute am Unicorn Ja. Und zwar saß ich in Streife 3 gemeinsam mit dem Herr Wolkow und dem Herr Sky. Ja. Und da, ich war da, zu dem Zeitpunkt war ich der höchste Rang gegangen und da wollte ich auch zu dieser Sache auch ein bisschen die Verantwortung übernehmen. Warum uns nicht? Das ist einfach aus dem Ruder gelaufen und das wird nie wieder passieren, richtig, Aziz? Ja, richtig. Das war, weil wir einen Funkspruch bekommen haben, Officer wurde verletzt, deswegen sind wir hingefahren. Ja. Machen Sie das nie wieder alleine und immer eine, also als Officer werden Sie keine Einsatzplanung übernehmen, sondern Sie berufen eine, die durch die Leitstelle durch einen Hochrangigen entsteht. Okay? Ja, alles klar. Gut. Und vielen Dank, dass Sie so ehrlich sind und mir das sagen. Das schätze ich Ihnen wirklich hoch, also schätze ich sehr. Ja? Ja, das ist das Mindeste. Deswegen kriegen Sie auch von mir keine Bestrafung oder so. Alles klar. Danke schön. Gut, vielen Dank. Danke, schönen Abend. Mir kann ich Ihnen helfen. Guten Abend. Guten Abend. Es geht um zwei Dinge, Chief. Ja, ist das irgendwas Wichtiges, weil dann kommen Sie mit ins Captain Office, das müssen Sie ja nicht hier besprechen, ja? Ja, ja. Die beiden, die können das ruhig hören, das sind, äh... Moment. So. Ja. Guten Tag. Das ist der Agent Ice. Hallo, Herr Ice. Ja, wir kennen uns schon. Genau. Ja, nur telefonisch bisher. Ja, tatsächlich. Also, in erster... Ich habe immer noch die Aussage. Sorry. Ähm, ja. Da werde ich mich drum kümmern. Zeitnah. Danke. Bitte, bitte. Ähm, genau. Also, der erste Punkt ist der, dass Herr Kessel mich angesprochen hat. Ja. Weil es wohl um den Herrn Gruber geht. Ja. Und der Herr Gruber posaunt wohl ganz groß rum, dass er jetzt in Zukunft für SPD arbeiten wird. Herr Gruber wurde bei uns gekündigt, aufgrund der Tatsache, dass zwei SD-Mitarbeiter bekannt gegeben haben, dass Herr Gruber Informationen und Kennzeichen rausgegeben hat und Halter des Kennzeichens an Zivilisten. Okay, ich glaube, Herr Kessel hat mir den falschen Namen gesagt. Ja. Ähm, ich muss mal ganz kurz nachdenken. Wen haben wir denn dann? Kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt noch einen jungen Mann, da haben wir auch Akten abgefragt. Herr Keng? Aber der arbeitet schon mal mit der SPD. Nee, Akten abgefragt für Justiz? Ja, genau. Herr Cohen, wer war denn das noch? Das war... Moment. Das war Herr Jens Kaiser. Nee, der nicht. Dann der Herr Gruber, den hatten wir schon. Herr Kemp, Herr... Herr... Genau, das war Gruber Dominik, Kaiser Jens, Kemper Eduard und Logan Mark. Genau. Das waren die vier. Gruber war schon Polizist, Gruber war schon Polizist, Kaiser ist ein Drecksack und Logan... Entschuldigung? Das ist gut, richtig. Und Logan Mark? Keine Ahnung. Ja, genau die vier Namen hatten wir. Gut, dann hat mich der Kessel da auf einen völlig falschen Weg gebracht. Es gibt offensichtlich einen Anwärter, sagen wir es mal so, der würde gerne zum PD, aber gegen den haben wir auch schon ermittelt. Ach, der A, warten Sie, ist das ein Ex-S-Dealer? Ja. Ja. Ich komme nicht auf den Namen. Ja, ich weiß, wie Sie meinen. Die SD wollte nicht ein SD-Dealer hierher wechseln? Ja, ja, richtig. Die SD 36? Ja, richtig. Oh nein, nicht die 36. Wer ist das? Ah, ich... Nachgucken, Moment. Ah. Und die 11, also irgendwer vom SD-Dealer, die Nacht auch mal angesprochen. Ja, ja, die 36, die 11. Genau, die haben mich auch angesprochen, tatsächlich einmal, wo sie unterwegs waren, dass sie ja überlegen, vielleicht auch uns PD zu wechseln. Ah, niemals. Nee. Schön. Nee, also Herr Carsten hat mich da auch extrem vorgewarnt. Ah, stimmt, der war heute, glaube ich, wieder am LSPD und der wollte wieder das Gespräch führen, aber ich habe das abgelehnt, weil der Carsten nicht dabei ist und der Carsten hat gesagt, dass der Herr Douglas das auch sehr kritisch sieht. Richtig, und deswegen hat Herr Carsten mich nochmal gebeten, dass ich nochmal vorbeikomme und eben Bescheid geben, bereits das. Matze Bräuner, kann das sein? Ja, ja, Bräuner. Bräuner, richtig. Genau, nicht Kuber, Bräuner war es. Bräuner. Jetzt haben wir es. Oh, der sagt mir doch auch was. Ja, ja. Ganz schlimmer Mensch. Der wird hier nicht anfangen. Okay, gut. Der brüstet sich damit, wie gesagt schon, und hat wohl auch im Dienst mit seiner Dienstwaffe Zivilisten beim Busfahren bedroht, etc. Ja, warum denn nicht? Haben die Cindy zu langsamer gefahren? Ne, tatsächlich ist er selber auch gefahren. Achso, der hat den Bus einfach übernommen. Ne, ne, er hat, also er ist in eigenem Bus gefahren. Und, ja, richtig. Na gut, ich habe schon startinterne Ermittler gesehen, die auf einem Kräuterfeld arbeiten. Lassen wir das mal. Ja, und welchen Grund haben Sie noch? Zweiter Punkt wäre bezüglich des Einsatzes von einem Unicorn. Ja. Da wollte ich nur mal kurz fragen, ob es da Erfolge gab, weil das bei uns ja auch nicht unwichtig ist. Nein, und der Einsatz, der war auch eigentlich nicht geplant. Also dann können Sie direkt wieder streichen. Nichts Wichtiges. Okay. Also das sage ich, ich kann Ihnen, also ich sage das nicht, um Ihnen Informationen vorzuenthalten, sondern es ist wirklich nichts Wichtiges passiert. Ja, Safecoil, das war einfach unwichtig. Ja. Okay, alles klar. Weil wir haben da Menschenauflauf gehabt und so weiter und dann hat sich eine Streife der Sache angenommen und dann kam die zweite Streife dazu, die dritte Streife, dann sind Leute weggerannt und so weiter und so fort. Ja, also eine Verkettung von dummen Umständen. Dummen Menschen, genau. Okay, alles klar. Gut, weil sonst hätte ich da nochmal bei uns in den Akten vermerken können, dass gewisse Personen schon weg sind, etc. Nee, nee. Aber okay. Alles gut. Alles klar. Super. Ja, dann war es das auch schon. Sie sind nochmal Agent, was? Eis. Eis. Ah, ja, Eis. Genau. Perfekt. Alles klar. Dann wünsche ich noch einen vielen Abend. Vielen Dank. Vielen Abend, genau. Vielen Dank. Vielen Abend. Vielen Abend. Und, und, und. Vielen Morgen. Herr Eis, äh, Eric Johnson, PDA, ne? Brauchen Sie jemandem Büro? Captain's Office. Brauchen Sie jemandem Büro? Ich will es nicht Ihr Büro sagen. Alles ist hier mein Büro. Nein, Ihr Büro ist oben. Kleine Anmerkung meiner Seite. Das ist hier schon angeleckt. Ja. Alles, was dieses Gebäude umfasst, ist meins, solange ich hier schief auf der Police bin. Nehmen Sie die Zigarette aus, hier raucht man nicht drin. Mein Gott, haben Sie doch mal Anstand. Sind wir aus einer Zigarette? Doch eine gute Lüftung. So, noch eine andere Sache. Äh, großartig. Ähm, wir müssten, was ist mit bezüglich Beförderung, dass wir vorankommen? Cohen Anderson ist noch im Dienst. Der soll ebenfalls befördert werden. Ja, äh, wunderbar. Holen Sie den mal rein. Stimmt, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. PDI 14, 432, komm. Da können wir eigentlich vielleicht nochmal zu zwei, drei Ränge einführen. Einmal ins Captain Office, komm. Ja, wir überlegen den Officer 1 bis 3. Ja, sehr gute Idee. Ja, das haben wir gerade besprochen gehabt. Ja, sehr gute Idee. Kleine, kleine administrative Frage. Der Herr Stark arbeitet doch noch bei uns, oder? Nein. Der war gerade da und ist, äh, der ist Stark. Ja, ich dachte, er meint Ausbildungsbereich, Entschuldigung. Nein, der ist Stark, der arbeitet noch hier. Ja, warum? Echt jetzt? Ja, weil er als ehemaliger Mitarbeiter geführt wird in der Liste. Achso, ja. Nee. Okay. Das war ich, ne? Ja, da gehört er hin. Nein, der arbeitet hier noch. Dann editiere ich das mal ganz schnell, glaube ich, oder? Das wäre sehr gut. Äh, gut, James Valeska ist nicht da. Dann sollen die anderen, ähm, sie sind am Mittwoch wieder da, spätestens? Ja, es kann auch sein, dass ich vielleicht Dienstag eine Mittagsschicht mache, bis abends, aber ich weiß es noch nicht. Okay. Okay. Gut, dann müssen die halt noch warten. Okay. Ja. Achso, genau, und off. Ich melde, ich kann es nicht editieren. Gut, Ding. Haben Sie das so mit, äh, Commander, komm? Was? Wiederholung? Haben Sie das so mit, kommen? Ja, so mit. Was haben Sie mit? So mit? Mit Pommes? So mit. So mit. So mit. Alles, oder was? Ja, mit alles. So, okay. Gut. Achso, ja, nochmal, nochmal eine andere Sache, und zwar die Frau Blair. Ja. Hat mir geschrieben, sie würde sehr gerne im Ausbildungsbereich, sie möchte sich mehr einbinden, macht sich ein Bild momentan von Rekruten, war ursprünglich Captain of Academy. Ähm, wenn ich jetzt aber gerade höre, dass sie diesen Scheiß da, ähm, ähm, gemacht hat hier, als erste Streife am Unicorn, sehe ich das eher als schwierig. Ich sehe das aber sehr schwierig, nach zwei Tagen direkt Anforderungen zu äußern. Sie ist zwar Officer, aber, ne, sie sollte erstmal gucken, dass sie überhaupt wieder irgendwie in die Arbeit reinkommt. Richtig. Das haben wir im Hinterkopf, und gucken uns das genauer an, aber... Gemacht, bitte, wenn ich fragen darf. Sie war die erste Streife, die wohl am Unicorn angefangen ist, haben ja gerade, ähm, die Rekruten hier beschrieben gehabt. Okay. Das ist schade, weil es hat gestern sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ravans, bitte kennst du euch noch schnell eintragen, komm. Jetzt ist wirklich schade. Hm. Geht ja nur darum, also, ähm, Ja, ja. Können die auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten für die Academy, aber ich finde es jetzt noch zu früh, um sie da direkt mit reinzuholen. Safe, ja. Ich erzähle Ihnen einen Witz, okay? Das ist ein Rekord hier. Zwei Leute werden lachen. Ich nicht. Komm, ich lockere die Situation mal auf. Okay. Wahnsinn, ich, äh, hab die mir extra aufgeschrieben heute Morgen. Wann? Witzig, man sich aufschreiben, sind immer die Besten. Ja. Smaller Cone. Ja. Doch, gleich wieder, halt, würde ich aufpassen. Also, Fritzchen schreibt ein Diktat. Schrift, Fritzchen schreibt im Diktat das Wort Tiger klein. So heißt die Lehrerin, ich hab euch doch schon hundertmal erklärt, alles, was man anfassen kann, wird groß geschrieben. Wundert sich Fritzchen, na dann versuchen Sie doch mal einen Tiger anzufassen. Wow. Ja. So, der ist jetzt zu Ende, okay? Haben Sie den, was ist schon? Haben Sie die Überleitung nicht verstanden? Ach, sprechen Sie einfach zu der Hand. Waren Sie nicht der, der auch mal eine Nüsse angefasst hat? Ja. Das hat sich gut angefühlt. Ich saß fast daneben. Also, es tat auch wirklich gut, endlich mal da wieder massiert zu werden. Oder? Ich glaube nicht, dass Sie fast daneben standen, Herr Johnson. Nein, nein, habe ich gesehen. Also, ich bitte jetzt mal, Gentlemen und Ladies, warum habe ich die Rede vorhin nicht so gehalten? Ich habe auf einmal einiges zu ihm drauf, ah! Ja, echt mal. Gucken Sie, wo sind die Arme? Da müssen wir jetzt so deine Gasse verarschen, dann sage ich einfach, das FRB hat mir Handschellen angelegt. Warte, eine andere Frage, was machen wir jetzt eigentlich mit Adams? Langweilt mich jetzt das Thema. Ich bin ein Mann. Ihr seid scheiße. War richtig. Soll ich während das beredet wird rausgehen oder auch weiterhin? Also, wenn ich irgendwas nicht hören soll, müssen Sie mir das trotzdem noch sagen. Oder ich frage halt alle drei Minuten nach. Gehen Sie raus. Okay. Später. Ja, piss dich mal. Wow. Nein, ey. Okay, was, ähm. Was war das denn? Entschuldigung? Entschuldigung, ich hatte die Hüfte. Das ist auch so eine Spur albern jetzt, ne? Entschuldigung? Bitte? Ich habe immer das Gefühl, wenn Sie lachen, Sie entfernen sich dann immer irgendwie. Ja. Ja. Wie macht das jemand? Nein, nein, nein. Was haben Sie denn da neben dem Schuh? Was haben Sie denn an Ihrer Hose? Sie haben immer einen großen Fleck. Ja, komm, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das mit Leoparden, mit Unterhosen zu tun? Was haben Sie denn für einen Fleck? Können Sie mal da gucken, bitte? Gucken Sie da nicht so. Oh, ich kann nicht mehr. Was ist das? Sollen wir mal stehen, ihr Lieben. Adams. Ein bisschen Continuance, bitte. Okay. Okay. Äh, Thema. Entschuldigung. Thema Adams. Was ist da jetzt, ja, wie wird damit jetzt umgegangen? Ähm, boah. Boah. Ich kümmere mich da rum. Ja. Nein, äh. Ich kümmere mich da rum. Entschuldigung. Äh, der ist jetzt sowieso zwei Wochen erst mal im Urlaub. Ach, praktisch. Wissen Sie, was das große Problem an der ganzen Sache heute ist? Na? Ich habe verlernt, das Loch zu machen. Oh Gott. Das hätte viel geholfen, ja. Das wäre so. Vielen Dank, dass wir so manche Situation auflösen können. Wissen Sie, dass wir so... Ah, hab ich tolle Arme. Entschuldigung. Manchmal nach so langer Arbeit, dann werde ich immer ein bisschen müde, wissen Sie? Ja, sag mal, was ihr kommt. Ah. Vermisse das Loch. Aber naja. Okay. Was? Wie haben Sie... Wo haben Sie das denn her? Ja. Ja, ne? Er hat gerade so eine ganze Nacht geübt. Sie haben reingeguckt. Nehmen Sie Ihren Daumen, nehmen Sie Ihren Zeigenfinger, führen Sie die Hand vor Ihr Gesicht. Zeigenfingern? Mit dem Zeigefinger und dem Daumen führen Sie die zusammen und machen Sie ein Loch. Na klar. Ich will auch ein Loch können. Loch. Einfach nochmal hier so. Ein Loch. Ich will auch ein Loch können. Ja, okidoki. Ich weiß schon, was ich heute im Hotel, äh, im Zuhause mache, die ganze Zeit das Loch üben. Merk's schon. Da haben Sie doch heute noch schön was zu tun. Beaks? Wer weiß. Oh, da ist aber noch... Aber sie haben aber... Ist nicht mehr so viel Platz zwischen dem Körper und der Weste, ne? Tja. Uff. Das sind auch meine Brüste. Ach so, die hängen so tief. Ja, lass uns lieber was heute machen. Sie haben ja auch eine Bruchstübe. Was? Entschuldigung. Was ist denn los mit Ihnen? Also irgendwie juckt mich das jetzt ganz. Ah! Ah! Entschuldigung. Ah, Mann. Meinen Sie etwa mit denen? Das SD wurde angefunkt. Wir bekommen Unterstützung vom SD. Bis dahin, dass Sie zurückreichen. Oh, Mann. Oh, die Schweine sind schon genau unterwegs. Oh, Mann. Hat gerade nicht jemand den Vorspruch mitgekriegt? Irgendwas mit der Bestie? Ja, irgendwas mit Unterstützung. Ja, mit der Bestie. Ja! 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 Wir sind gar nicht da. Wir tun so, dass wir gar nicht da werden. Ja! Ja! Widerholen im Funk, bitte. Nein! Oh! Party-Crasher. SD soll mal eine Armlänge Abstand halten, ja, bitte? Ja, echt mal. Sprechen Sie es mit der Hand. Das müssen Sie beim nächsten Bewerbungsgespräch machen. Oh, Mann. Ach ja, Ausbildung, Herr Weiß. Entschuldigung. Herr Johnson, ich habe jetzt besprochen. Ich bin die Woche jetzt bis einschließlich Donnerstag immer nur bis halb neun da und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir die nächste Grundausbildung nächsten Dienstag machen, sodass Sie die dann am Mittwoch darauf folgend einstellen können. Und dann haben wir die Woche ein bisschen Zeit, um ein bisschen Struktur reinzukriegen und die aktuellen Rekruten ein bisschen in den Tentern zu tun. In den Tentern zu tun. Ich kann nicht immer reden. Ah, ja, ja. Ja, passt das so. SD Overwatch meldet sich im Funkkreis des NSBDs an. Oh, Gott. Herr Weiß. Ja, ich habe es dringend verärmt. Ich habe gehört. Ich habe gehört. Okay. Wann war jetzt die Grundausbildung, Herr Weiß? Nächste Woche Dienstag. Oh, Herr Kohn. Entschuldigung. Oder Herr Weiß? Der hört mich meistens nicht richtig zu. Sind Sie gerade abgelenkt, Mäbe? Gucken Sie, ich habe es geliebt. Nee, bei Ihnen eigentlich nicht. Oh. Hören Sie. Ich bin die ganze Zeit überlegen. Wissen Sie, ich muss meinen Körper beherrschen, dass ich versuche, das Loch zu machen. Ja. Denken Sie zu der Hand. Das ist schwierig. Also diese Körperhaltung, die muss man erst mal haben. Nur einfach ein bisschen okidoki. Ist kein Problem. Nach 2.1 im PD. Ja, der Herr Endersen ist noch am Einsatz. Was ist das denn jetzt? Faust. So tief rein, ja? Früher habe ich Kuh gemelken. Herr Weiß, möchten Sie uns was sagen? Wir müssen uns sprechen. Nee, 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 Mist. Ich fing gar nicht, ich wüsste. Der Herr Kars ist nicht hier. Hallo. Einer bitte in die Reihe. Der Nächste bitte. Overwatch vor Ort. Overwatch meldet sehr viele Fahrzeuge. Okay, sollen wir damit einfallen? Ob war Satorium? Ach nö. Ist denn alles hier noch in Ordnung? Die haben das ja unter Kontrolle. Ich hab da auch ein gutes Gefühl. Ihr habt da ein gutes Gefühl. Wir fahren da mal hin, kommen Sie. Aua! Ich bleib mal hier. Sind Sie doof? Nee, bitte. Sind Sie doof? Ja. Kommen Sie schnell. Kommen Sie schnell. Wir müssen los. Jetzt aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Funkspruch bitte einmal wiederholen. Wir rücken nun ab, fahren zum MD, da Personen von Nothause an Täter abgeholt kommen. Warum fährt das schwarze und der weiße Sitz hinten? Naja, fahren Sie mal hin. Fahren wir jetzt zum MD? Ja, so standen. Nee, fahren Sie mal, oder? Ja, weiß ich nicht. Wo macht man das noch? Nee, fahren Sie doch mal da hoch. Ja, wohin denn jetzt? Äh, da wo die ganzen Fahrzeuge stehen. Wo stehen die denn? Observatorium. Oh Gott. Find's nicht. Wir werden alle sterben, ne? Ja, weil Sie fahren wie eine Sau. Ja, klar. Vorsicht. Alles gut. Ich hab gesehen, da kommt eine Kurve. Mach ich gerade das Loch? Ach so. Guck mal da hinten. Ja, da war ein Schreifenwagen. Nein, aber ich ein Loch mach. Ach so, keine Ahnung. Guck mal da vorne. Ich kann das nicht. Das geht nicht. Ihr startet das jetzt so lange oben, bis Sie gucken. Ja, ich gucke. Moment. Okay, ja. Mach ich das Loch? Ja. Echt, Tatsache. Ja, auf Observatorium. Observatorium ist soweit betreten. Was ist das Motor oder das SD betreten? Observatorium ist soweit abgeschlossen. Die Person wurde ins MD abtransportiert. Handelt es sich wahrscheinlich um eine Schießerei oder Messerschicherei. Also ich wollte noch mal da hin. Noch mal hoch, ja? Ja, ja. Also ich jetzt habe. Guck mal, Leute, ich rein. Gucken Sie mal, wenn ich mein Arm umhalten kann, ey. Aber jetzt reicht es auch. Ja, nicht, dass Carsten dafür noch beleidigt ist. Also ich würde ja gerne damit aufhören, aber irgendwie. Mit einem sehr steifen Arm gerade, versteht sich. Ja, ja. Steife Arm und das Loch, ja gut. Ja, ja, klar. Steife Arm und Loch, ja. Das ist ein Zivilist mit einer Schutzweste? Das sind. Haben Sie das gesehen? Ja. Wollen Sie da nicht mal? Die Wolken hoch. Okay, danach fahren wir da nochmal runter. Na klar. Oh mein Gott. So, dann drehen Sie jetzt um und fahren Sie warum der zivilistischen Schützer ist er hat. Okidoki. Okidoki. Schön, dass man draußen mal unterlangen könnte. Ja, wichtig. Extrem wichtig. Punkt auch. Ich kriege das Loch nicht mehr weg. Ich kriege das Loch nicht mehr weg. Không. ... Mm. Ich kriege das Loch nicht mehr weg. F.I.B. F.I.B. Wollen Sie mal bitte dringend zum P.D. Haben Sie sich getestet? Also, ich meine, es ist schon wichtig. Ich krieg das so. Gucken Sie nicht so lange da rein. Ich gucke. Wollen Sie mich zum P.D. Das ist alles okay, Sir. Nein, nein, das ist alles okay. Darf ich kurz? Nein, ich... Scheiße. Mein Gott, mein Arm ist gar nicht mehr durchblutet. Ich bin einfach der Helfer in Person. Okay, wir können wegfahren. Das ist F.I.B. Was machen die hier? Die sind kollidiert mit dem Fahrzeug. Na, packt ihr es wieder? Wir haben jetzt mal oben die Straße abgesperrt, ja? Ja, es ist alles... Es ist soweit alles safe hier jetzt. Okay. Kannst du mal ganz aus Handbremsen anziehen? Ja, perfekt, sehr gut. Äh, alles klar. Ne, wollten wir noch mal kurz Bescheid geben. Oben ist Straße abgesperrt, erstmal. Ja, wie gesagt, da ist nichts mehr da oben. Also, es ist keine einzige Person mehr anzutreffen. Okay, alles klar. Gut. Ja, dann noch einen schönen Abend, ne? Macht's gut. Ebenso, bis dann. Ciao. Oh, Eta. Werde ich eben nie vergessen. Sehe ich sogar. Ich mach mit ihm gute Mine. Der hätte das Loch mal sehen müssen. Ganz ehrlich, das hätte er verdient. Ich sag Ihnen, das Loch ist für mich so ein Zeichen. Wissen Sie, immer wenn ich das Loch mach, ist der derjenige, wo ich das Loch gemacht hab, bald tot. Gott. Das haben Sie bei mir schon zwei-, dreimal gemacht. Nein, aber bei Ihnen ist das Loch der-, der-, das Sicherheitsloch. Ach so, ja dann. Ja. Na. Aber ich glaube, wir sind gleich tot bei Ihnen. Ah! Ich sag gleich noch, wir sind tot. Echt, auf meiner Spur. Mein Gott, warum fahren alle Schwarzen so komisch im LSBD? Was ist denn los bei Ihnen immer? Wer fährt denn komisch? Ja, Carsten. Moment, Moment, Achtung, das ist komisch. Oh mein Gott, sind Sie... Okay. Ich war vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, das sind, die Federn halten das aus. Ja, das schon. Aber er zieht ein bisschen nach links jetzt. Ich hab das Gefühl, das, das Rad ist jetzt in der Motorhaube, aber ist ganz genau. Ja, nee, er zieht ein bisschen nach links jetzt. Also... Ja, ja. Ich glaube, wir müssen den doch vielleicht reparieren lassen. Ich glaube, das Loch zieht nach links gleich. Er zieht halt schon hart nach links jetzt. Fragen, wenn der SD Overwatch noch benötigt? Haben Sie den? Haben Sie den? Oh, Vorsicht. Oh Gott, oh Gott. Wer fällt denn in sowas rein? Er zieht halt echt nach links, ne? Schreib ein, gleich, gleich, komm. Ich geh aber jetzt echt einen Feierabend. Ich auch. Ich geh jetzt ins Hotel und mal bei Carsten ins Haus und mal beim Carsten mal wieder das Loch. Okay. Ich hätte eine Fliege, die ich euch ausleihen kann. So, verstanden. Trennung. Overwatch für Leiter. Sie können aber zurückkommen. Okay. Aua! Okay. Jetzt die Overwatch kehrt zur Heimatbasis. Zurück. Overwatch ein. Ende. Ja. 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 Ja, dann kommen Sie mit, dann gebe ich Ihnen. Ach, die Fruchtzwerge stehen da links. Schön. Ah ja. Jetzt in den Feierabend. Sie wollen auch Herrn Anderson kurz befördern. Ah ja. Muss denn der? Der steht glaube ich draußen. Ich bin kurz im Gespräch mit Herrn Cohen. Ja. Anderson. Hier bin ich. Was machen wir mit? Ich bin neben einem noch Leitsteller. Kann sein, dass ich anrufen würde. Ja, es geht schnell. Ah, okay. Herr Anderson. Ich wusste nicht, dass ich die Kündigung jetzt bekomme. Nein, kriegen Sie nicht. Sie machen einen guten Job, Herr Anderson. Vielen Dank. Sie sind ja schon länger im LSPD, richtig? Das ist korrekt. Okay. Geben Sie mal Ihre Marke. Boah. Ja gut. War eine schöne Zeit hier. Bitteschön. Ihre neue. Vielen Dank, Chief. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Dankeschön. Ähm. Tun Sie mir gefallen, bitte. Haben Sie die neue bekommen? Äh, ja. Vielen Dank. Geben Sie sich bitte die passende Uniform anziehen, ja? Einmal zurecht drücken. Alles klar. Ja? Machen Sie weiter so, Herr Anderson. Sehr gute Arbeit. Vielen Dank. Gut. Geben Sie das bitte der Frau Morell und der Frau Lopez weiter, dass sie befördert wurden, damit das im Leitsteinblatt aktualisiert wird, ja? Ja. Mach ich. Ist auch so schwer die richtige, also... Voll peinlich gerade. Dankeschön. War gar nicht peinlich. Gucken Sie mal Frau Morell. Das sieht es war nicht peinlich. Frau Lopez ist nicht da. Frau Morell meine ich. Ich weiß auch nicht, mit wem er redet. Gucken Sie mal Frau Morell. Nee, ich mag sie grad nicht angucken, Herr Weiß. Warum denn nicht? Nee. Oh Gott, das ist die 61 oder die 67? Sie sind die 61. Ah. Scheiße, ne? Morgen frag ich nochmal ab. Ich hab das Gefühl, in 50% der Fällen bin ich nämlich die 67. Aber ziehen Sie sich nicht hier um. Was? Ich zieh mir jetzt auch ein weißes Hemd an. Entschuldigung, Officer. Das ist doch sehr intim. Entschuldigung, da sind wir fünf Stunden. Nehmen Sie mal den Mund nicht so voll. Machst du den Mund nicht voll mit dem Zusammenhang? Also bei ihm muss man noch pusten, ist das nicht so? Hat die Frau Möhr letztens gesagt. Ach, hab ich das. Hab ich im Internet gelesen, ja. Im Internet gelesen, dass ich das gesagt hab. Ja. Bei Dr. Schnummer, kennen Sie den? Dr. Schnummer. Schönen Abend, tschüss. Oh Mann, war das heute lustig, ey. Also war heute Stressi aber auch sehr lustig. Ich lass mich mal alleine. Ja. Schlafen Sie gut, ne? Ja. Schönen Abend noch. Ja. Gute Nacht. Schönen Feierabend. Gute Nacht. Gute Nacht. Begleite Sie noch nach draußen. Nicht, dass was passiert. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schönen Feierabend. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Hey, die sind weg. Warum haben Sie die Wester an? Keine Ahnung, weil ich noch im Dienst bin. Achso. Ich sagte, sie gehen jetzt auch an den Feierabend. Nein, ich wollte die Grünen auch noch beleidigen, aber die sind jetzt weg. Schade. Gute Nacht. Das Loch, Leute. Ich muss eigentlich, ich muss echt ein Emote dafür machen, oder? Einfach nur Walters hat mit dem Loch. Ich habe extra einen Screenshot davon gemacht. Oh, er habe ich mich weggeschmissen. Ich muss morgen früh schon um 10 Uhr bei der Tati sein. Ne. Ne. Das habe ich nicht mehr mit COD. Das machen wir, ähm, kürzer, aber das habe ich nicht mehr. Weil ich muss morgen früh um 10 Uhr tatsächlich, ähm, treffe ich mich mit der Pondoria. Ja. 10 Uhr morgens, ey. Ich hatte die Idee. Das machen wir um 10 Uhr morgens. Kuchen essen gehen. Ich dachte, die verfolgen mich jetzt, ey. Bist du mal früh auf YouTube? Äh. So, dieser Streamer, der kommt morgen direkt auf YouTube, auf dem Heideltaut-Kanal online. Das ist PD-Serien oder Krankenwagen? Ich hatte, dass der Casalinos heute nicht kam. Ne, der Erik hat morgen, ähm, nimmt er glaube ich auf oder so. Deswegen kann er nicht. Irgendwie so war das. Aber es ist auch nicht schlimm. Leute, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Vielen Dank. Und, äh, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder. Checkt gerne auf YouTube. Wirklich. Checkt das wirklich. Die drei Call of Duty Videos ab. Macht das wirklich. Das Omzi Video. Äh. Ja, die Werbung, ähm, hungriger, äh, Hugo, die mache ich bei Twitch nicht selber. Also, das, das, das bestimme ich nicht selber. Sorry. Äh, vielen Dank, Leute, für, für eure Zeit. Ähm, ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Stream. Und wir sehen uns spätestens am Mittwochabend wieder. Ihr kennt das ja mittwochs, freitags, sonntags immer um 19 Uhr, 18, 19 Uhr auf Twitch. TV.eh, Heideltaut. Ja. Und, äh, danke für den Support heute wieder. War unfassbar. Ich wünsche euch was. Schlaf gut. Bis dann. Vielen Dank, Leute. Dankeschön. Danke, danke, danke. Gute Nacht. Channel switched. Anschluss. Die Gäste Bewegung. Schlaf gut.